Ich liebe gerade, dass in dem Videokonferenz-Tool, das wir einfach parallel offen haben, damit wir uns ein bisschen die Nase angucken können, Jürgen eingefroren ist, der einfach total fröhlich grinst und mir sehr schnell aufgefallen ist, dass das Video eingefroren ist, weil Jürgen nicht so lange am Stück grinst. Das ist der Moment, wo wir einen Screenshot machen. Aber Jürgen, bist du überhaupt noch da? Ich sehe schon, dass heute mal wieder unter einem ganz schlechten Stern Jürgen ist komplett weg. Das ist mal wieder unter einem ganz schlechten Stern heute. Ah, ich sehe ihn wieder. Jetzt habt ihr Plätze getauscht. Irgendwie war meine Internetverbindung gerade komplett weg. Das war fantastisch, weil wenn du in den Slack guckst, ist es sehr aufgefallen, weil du sehr gegrinst hast und das ziemlich lange und so lange grinst ein Jürgen doch nicht. Geile Pose. Ja, nee, irgendwie. Jetzt habt ihr Platz getauscht. Das ist total verwirrend für mich. Jetzt seid ihr irgendwie noch kleiner als vorhin. Nett wie die Finger dahin. Gehst du weg? Gehst du weg? Ich muss hier mal. Das wird ein längerer Abend. Vor allem auf die Webcam. Also Finger ablecken und dann auf die Webcam. So, Bub, du hast da was danach. Ja, genau das war's. Muddi Speichel macht alles weg. Falls es noch nicht läuft, dann drücken sie spätestens jetzt auf Rekord. Ich habe schon wieder seit acht und eineinhalb Minuten laufen. Das ist doch schön. Läuft. Ich habe es seit 21. Blaues Licht. Das blaue Licht. Es ist blau und man kann draufdrücken und es macht ein Geräusch. Warte mal. Das sah jetzt aus wie eine Advanced Fliegenklatsche. Es klackt einfach nur. Nee, das ist einfach so ein kleiner Mikrocontroller. Man kann es halt selber programmieren, kannst auch noch Zeug dranstecken und er leuchtet blau per Default. Man kann aber auch irgendwelche anderen fröhlichen Dinge mit tun. Das ist ja da, man. Kannst du von so einem kündesten einen Podcast-Download-Counter drauf basteln oder sowas. Ach so. Jetzt habe ich gedacht, ein Aufnahme läuft Licht. Das steht tatsächlich bei mir auch noch so auf der To-Do, dass ich so ein ... Außen am Haus. Nein, nicht am Haus, aber an der Zimmertür oder sowas. Einfach irgendwie so ein ... Achtung, Aufnahme läuft. Wobei, Außen am Haus wäre auch geil. Einfach so hier Richtung Kirche, dass rauswärts blinkt. Hier Aufnahme. Das sieht halt niemand, der unten vorbeiläuft. Das sieht auch keiner, aber egal. Das habe ich mir tatsächlich schon auch überlegt. Für meine Kinder. Also ich würde tatsächlich eher so ein Schild machen, so in riesigen Neon-Lettern. Hier wird Entertainment-Geschichte gerade geschrieben. Hier wird Geschichte geschrieben. Hier wird Geschichte belacht. Kann eigentlich von euch jemand das Intro einspielen? Ja. Dann? Soll ich. Das wäre super. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo. Hier stehen sie mal wieder an den anderen Enden von Franken. Hier sind sie nämlich wieder zusammen. D wie. Jürgen? J wie. Ich bin auch da. Hallo. P wie. Pich ebenfalls. Alias Philipp. Ich bin komplett irritiert gewesen. Bin ich der Einzige, der sitzt? Ja, tatsächlich. Stimmt. Kaum nimmt man remote auf, schon stehen alle. Ja, ist der Aufstand der Podcastenden. Schon bricht hier das volle Chaos aus. Normalerweise sitzen wir ja und das auch beisammen, aber wie mit so vielen anderen Dingen des Lebens hat auch Corona uns jetzt quasi da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und deswegen stehen jetzt zwei Drittel von uns. Es hat sozusagen einen Keil zwischen uns getrieben. Das ist so traurig. Ja. Aber mikrofonmäßig haben wir ja mal aufgerüstet. Haben wir? Haben wir. Inzwischen schon. Keiner hat mehr mit dem Ursprungsmikrofon gerade zu tun. Das ist ja ein typischer Fall von, ich kann ja eure audiophilen Wünsche, ich möchte sagen selten, aber die Wahrheit ist nie nachvollziehen. Und anscheinend ist das neue Mikrofon, was ich mir zwangsweise gekauft habe, jetzt formidabler als das Headset, was ich vorhin hatte. Weil hier mit der Zunge geschnallt wird auf meine Audioqualität. Ich werde da wahrscheinlich wieder keinen Unterschied merken. Aber wir haben ja mit dem fantastischen Sean Barron's für den Germany Experience die Tage schon die Feuertaufe für dieses Mikrofon gemacht. Und der war auch schon sehr angetan. Und ihr beide haut da, glaube ich, in die gleiche Kerbe. Hast du jetzt hier heimlich eine Empfehlung reingeschmuggelt? Hey, du bist ein krasser Typ. Haha, gekonnt, gekonnt. Also tatsächlich habe ich weder das Produkt genannt noch, ob ich es gut finde. Hä? Nein, nein, den Podcast. The Germany X. Ah. Nicht fürs Mikrofon. Nein. Für den schon. Der schon. Beim schon war das schon schön. Das war schön schon beim schon. Jetzt kommt irgendwie ein Schorschonenwitz von 2000 und. Von wann ist der Film? 2001. Wow. Das wäre komplett albern. Das ist schon eine Weile her. Er ist einfach 19 Jahre alt. Ich möchte fast sagen, der wird nächstes Jahr 20. Jetzt, wo du es sagst? Ja. Ja, doch. Habe ich gut gemacht. Schade, dass ich es nicht kapiert habe und damit versaut. So, und jetzt? Jetzt ist die Luft raus. Ja. Das Problem ist, dass durch die Remote-Aufnahme, ich könnte mal versuchen, euch hier in die Mitte auf meinen mittleren Bildschirm zu machen. Dann seht ihr mich immer noch. Aber wir haben nämlich Jitsi laufen, sodass wir uns gegenseitig Visual Clues geben können und uns sehen können, um ein Gefühl der Heimlichkeit zu bewahren. Aber mein Setup ist so, dass quasi mein Laptop, der meine Webcam hat, der ist schräg unten und mein Mikro, wenn ich da aber quasi mich hinneige, dann spreche ich nicht ins Mikrofon und das ist ein bisschen doof. So, und jetzt, glaube ich, lasse ich einfach parallel auf meinem Hauptmonitor nochmal Jitsi laufen, sodass ich euch sehe. Ja, aber ich glaube, bei dir geht es noch, weil dich sieht man so ein bisschen von Schräg unten. Jürgen sieht man ganz nett eigentlich von ein bisschen unten und mich sieht man einfach von ganz weit schräg unten. Hinter mir ist mein Greenscreen, den man natürlich jetzt auch einfach nur zu so einer Hälfte im Bild sieht. Der Rest ist einfach der Decke des Raumes gegönnt und das schaut einfach super weird aus, glaube ich. Was Philipp damit sagen will, ist, er müsste sich immer wieder die Nasenhaare trimmen. Das ist ein Bart. Ach so, dann CRP. Das ist ja widerwärtig. Also das mit dem Nasenhaar. So, jetzt sehe ich, oh, ich habe einen Denkfehler, jetzt sehe ich mich von Schräg unten und das erfülle ich. Jetzt ist gerade hier nochmal eine, ist hier gerade noch ein Teilnehmer hinzugekommen? Nee, das war der Dominik, ne? Ja, Dominik einfach nochmal. Vor allen Dingen ist es jetzt so, dass mein neues Mikrofon richtig schön im Profil zu sehen ist, wie man super prominent sehen kann, was der Hersteller ist. Ja, meine Güte. Es ist gerade, glaube ich, auch das Mikrofon, über das gerade alle oder ganz viele deutsche Podcastner reden. Von daher, meine Güte, so ist es halt. Es ist, das wäre schön, wenn das tatsächlich das Thema, dass ich ein neues Mikrofon habe, das heißeste Thema der deutschen Podcastszene wäre. Einfach völlig unabhängig, was das für ein Mikrofon ist. Ach, wie schön. Podcast, habt ihr mal wieder neue? Neue Podcasts? Ja. Halten, ich bin mir gar nicht sicher. Ich muss ehrlich sagen, dass ich Reply All in letzter Zeit gehört habe. Yes, sehr gut. Würdest du sagen, du bist einer Empfehlung von mir gefolgt? Nee, von Philipp, ne? Nein, nein, nein. Die kam von Philipp. Kann man ganz gut hören, ja. Ich habe gestern die neueste Folge von Schmerzenssache gehört, die war auch sehr empfehlenswert und ich habe da tolle neue Jobtitel gelernt, die mich begeistert haben. Ohne genau drauf einzugehen. Du meinst es aber nicht meinen, ne? Nein, dein neuer Jobtitel ist eher so wenig begeistert. Die offizielle Bezeichnung ist In-Between-Jobs. It's a thing now. It's a thing. It's a thing, ja. Dann plack ich auch noch zwei einmal, und das sind alles natürlich jetzt keine winzigen und völlig unbekannten Sachen teilweise, einmal die Nils Bokelberg Experience, ein Talkshow-Format mit Nils Bokelberg und ich höre dem Mann einfach wahnsinnig gerne zu und finde auch Gäste, wo ich erstmal sage so, also entweder mich interessieren die Gäste nicht oder deren Thema, aber irgendwie kann ich allen gut was abverlangen, beziehungsweise abgewinnen, das ist das Wort. Abverlangen ist auch geil. Ja, von Sven, sein Podcast über das Arbeiten mit Lasern, namens Volllaser. Geil. Super Ding. Hat er in einer Folge Edward Laser zu Gast? Hat er auch Laser-Zuschriften? Ja, und Edward Laser-Hands. Laser-Zuschriften, so ein Käse, ey. Vor allem hat meine Mutter die letzten 20 Jahre in so einer Laser-Firma gearbeitet, die haben quasi für die Industrie Zeug gelasert. Eine Laser-Firma großartig. Und ich möchte unbedingt placken, Merkels Enkel. Das ist nicht der neueste Podcast, auch schon, auch wieder hier, den gibt es schon ein bisschen länger und ich kenne auch die Person, die den mit Haupt verantwortet. Einte der Merkel? Naja, die hat halt, also die Person, die dahinter steht, liebe Grüße gehen raus, hat nämlich aus einem, ich sag mal eher etwas inkohärenten, hey, wir machen jetzt mal ein Hörspiel, jeder sagt mal ein bisschen was und daraus schneide ich dann nachher was zusammen, hat er einfach einen, ja man kann es nicht anders sagen, als einen Hörspieltatort produziert, der das Ganze persifliert und Tempo und witzreich das Ganze tut. Und weil der das Ganze auch noch so studiert, ist die Qualität von dem Ding auch echt sakrisch hoch. Gerade wenn man das Ausgangsmaterial kennt, erkennst du das einfach nicht wieder. Großartig. Folge 28 von Merkels Enkel mit dem Namen H&S, die ekelerregende Puhlleiche. Ah ja, okay, ich spare mir die Empfehlungen, weil ich gerade auf meinem Handy Jitsi laufen habe und jetzt nicht in meinem Podcast wechseln will. Ich in letzter Zeit fast nur Podcasts gehört habe, die zum Thema passen, das ich noch nicht spoilern will und ansonsten habe ich mich durch die, das kann ich tatsächlich pluggen, sagen, die Nullnummern-Koration von FÜT, da habe ich mich durch einiges durchgehört und ich hatte, wie soll ich sagen, eher unterdurchschnittliche Erfahrungen. Also in letzter Zeit hatte ich da ziemlich viel Pech bei Dingen, die eigentlich gut klangen. Ja, von daher eine Empfehlung trotzdem für diese Nullnummern-Koration, aber nicht für die Podcasts, die da aktuell so drin sind. Ah, schade, schade. Weil die waren oft auch schon quellgroßer Freude. Ja, man kommt halt so zu, also Podcasten hat ja immer das Problem, dass man nicht so einfach was völlig Neues findet. So, man ist irgendwann in so einer Bubble drin und dann wird einem was vorgeschlagen, wie jetzt in unserem Format, wir schlagen ja gerne mal was vor, aber das ist ja auch wieder nur aus unserer Bubble und das endet irgendwann ziemlich schnell und wenn du mal wirklich in ein Thema willst oder mit Leuten in Kontakt kommen willst, die da komplett außerhalb davon funktionieren, hast du entweder irgendwelche Charts, ja, okay, aber viele coole Podcasts sind gar nicht in den Charts und dann, die findest du halt sonst nicht und die kannst du aber über sowas, was ja mehr oder weniger eine Zufallsauswahl ist, kannst du die sehr gut finden. Also ein Plus Eins von mir für die Nullnummern-Koration. Ja, immer lieber dafür. Fantastisch. Jürgen, was ist denn das Thema heute? So weit sind wir noch nicht. Noch nicht? Ja, jetzt hast du gedacht, du kannst es mal so schnell aus mir rausloggen. Ja, danke, dass ich das nicht so schnell kann. Ich muss erst noch danklos werden. Wir müssen erst danklos werden, denke ich mal. Ach so, ja. Okay, dann Philipp, ich möchte dir nicht das Wort aus dem Mund nehmen. An wen möchtest du denn danklos werden? Wir möchten uns ganz explizit bedanken bei euch, ihr lieben Zuhörenden aller Art. Wie er jetzt einfach pauschal sich rettet mit der Ausgabe. Und insbesondere natürlich auch diejenigen, denen es gerade möglich ist und die auch Lust darauf hatten, uns ein paar Euro in den Hut zu werfen, sowohl über dauerhafte Spenden als auch über Einmalige. Hey, wie er mir jetzt hier meine Sachen aus dem Mund reißt und dann so eine ekelhafte Brücke baut, über die ich nur drüber gehen kann. Ja, und das auch noch remote. Meine Güte. Das tut mir sehr leid. Aber vielen Dank an Gail Connen, der einen großzügigen Beitrag für unseren Super-Zerstörer-Font geleistet hat. Ich wusste noch gar nicht, dass wir den haben, aber jetzt haben wir einen. Danke auch an Bertram. Danke auch an Matthias. Den kennt ihr vielleicht aus einer der letzten acht Folgen. Da haben wir den ganz kurz thematisiert. Matthias Dunkel. Vielen Dank auch an denjenigen, der Fett bei Amazon eingekauft hat mit unserem Link. Da hat jemand mal, ich weiß nicht, für, ich glaube, mehrere tausend Euro irgendwie geshoppt, was sich dann doch bei uns in der Amazon-Auszahlung bemerkbar gemacht hat. Vielen Dank dafür. Ich habe noch einen Dank an Nora. Nora hat geschrieben nämlich auch. Also die hat jetzt die Chance genutzt und hat ihren monetären Dank mit einem Gruß verbunden. Den muss ich kurz vorlesen. Ich finde euch klasse. Danke für viele Stunden voller Lachen, epischer Seeschlachten, Bahnüberfälle und Endzeitszenarien. Würdet ihr mir einen Gefallen tun? Das ist jetzt sehr kitschig. Mein Freund, den ich schon länger nicht mehr gesehen habe, hört immer euren Podcast und hat ihn mir empfohlen. Könnt ihr ihn von mir grüßen? Das würde mir die Welt bedeuten. Und da sage ich natürlich nichts lieber als das und lese auch noch gerne den letzten Satz vor. Liebste Grüße und ganz viel Fü von Nora an Simon. Voll schön. Das ist voll schön. Und jetzt muss ich aber dieses System Geld in unsere Richtung zu werfen und dann Grußbotschaften loszuwerden. Ist ja eigentlich was ganz Nettes, aber ich fühle mich ein bisschen missbraucht, muss ich sagen. Jetzt nicht von Nora. Aber auch die geile Art und Weise. Ja, nicht von Nora. Das ist alles fein. Aber von Alena, die uns per PayPal drei Cent zukommen hat lassen. Für jeden einen. Nach Abzug der PayPal-Gebühren waren das genau null Euro. Und sie hat als Nachricht dazu geschrieben, hervorragender Grußdienst. Liebe Grüße, Leni. Hat nicht neulich jemand so wenig überwiesen, dass wir Gebühren zahlen mussten sogar noch? Nein, nein. Es waren drei Cent, die komplett von PayPal aufgefressen wurden. Das muss ich jetzt auch mal loswerden, weil du ja PayPal immer so lobst, ja. Bei jeder Stelle, Dominik. An der Stelle mit Gebührenmodell für PayPal. Naja, Naja, aber also das, wer, Leni war das? Mhm. Ich, ähm, klassischer Fall von, sie hat das Falsche geklickt, weil wenn du nämlich an Privatpersonen klickst, musst du nämlich keine Gebühren zahlen, so. Oder ihr macht einfach eine klassische Überweisung, Jürgens Kontaktdaten sind auch auf der Homepage. Du, ihr missversteht das, es ging in dem Fall, glaube ich, gar nicht um den Betrag. Also weder um null oder drei. Aber es ist halt witzig, ne? Ich glaube, an der Stelle keine Rolle. Ja, es ist sehr witzig. Ich habe nur, ich habe nur Angst vor den Wiederholungstätern, die da jetzt womöglich um die Ecke kommen. Ja, billiger als eine SMB. Dauert nur ein bisschen länger. Aber ihr seid alle erwachsen, ihr wisst, was ihr tut, macht, was ihr wollt. Mir doch egal. Ja, das habe ich früher auch gedacht, dass wenn man erwachsen ist, dass man weiß, was man tut, ja. Stimmt, das ist kein Argument mehr heutzutage. Boah, aber wenn es darum geht, um Jugendfreunde, die man schon viel lang, oder überhaupt Freunde, die man schon viel zu lange nicht mehr kontaktiert hat, Grüße gehen draus an, aus der Schulzeit noch, Philipp, an Marco und dann später an Lukas und ach, alle anderen, die ich jetzt gerade auf die Schnelle. Mir nicht anfallen. Ah ja, also wird das jetzt hier so ein Radioding, ja? Ja, finde ich gut. Wo jemand anruft und sagt, kann ich noch jemanden grüßen? Ja. So ein Wohlfühlding, bevor dann wieder gemeuchelt wird in der Sendung und wieder tausende von Leuten sterben. Ja, nee, also das würde ich ja nie, also ich möchte auch noch jemanden grüßen, aber das mache ich erst nachher. Erst möchte ich mit Leuten noch über T-Shirts sprechen. Ich habe eins an. Ja, ich trage nach wie vor Kleidung, Jürgen. Wir hatten das Thema jetzt schon ein paar Mal. Ich habe mich unter Kontrolle, okay? Ja, also ihr seht ja nur, dass ich obenrum was trage, aber ihr wisst, naja, egal. Du hast wieder dein Kilt an, ist okay. Mein Kilt. Ja, der Podcast Kilt. Ich habe mit einem Merch-Dealer gesprochen, der sehr gerne für uns einen Merchandise-Shop eröffnen würde. Also man kann in Zukunft vielleicht, das ist jetzt noch an eine Bedingung geknüpft, die ich gleich noch näher erläutern werde. Ihr könnt in Zukunft vielleicht ganz einfach cooles Ach-Merchandise kaufen, was ja wohl wirklich der Hammer wäre. Also das ist ja so ein geheimer Lebenstraum von mir, dass ich mal irgendwann wieder durch eine Fußgängerzone laufe, in der auch andere Leute laufen und jemand ein T-Shirt trägt von meinem Podcast. So, das fände ich mal, das würde ich wirklich sehr, sehr feiern. So, und deswegen arbeite ich darauf hin, dass ihr bald auf unsere, von uns T-Shirts kaufen könnt. Und wir müssen aber, damit das funktioniert, müssen wir quasi diesem Shop-Betreiber beweisen, dass da eine lohnende Nachfrage herrscht. Und das heißt, wir müssen jetzt einen T-Shirt-Entwurf entwerfen. Wie ist das passende Verb? Einen T-Shirt-Entwurf kreieren. Und den müssen wir 50 Mal an den Mann oder die Frau bringen. Und dann wird es als Belohnung einen Ach-Shop geben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden bald auf unserer Homepage, bei Twitter, wo auch immer, wahrscheinlich auch im Podcast oder im Meetup oder sonstigen. Wo auch immer man uns antreffen kann, werden wir Werbung für unsere T-Shirts machen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr alle eins kauft. So, das wollte ich nur mal loswerden. Dominik, ich schaue ganz besonders dich an. Also, die Kattel-Gruppe von meiner Mama kauft allein schon 50. Super. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die richtige Audience ist. Das ist mir völlig egal. Und wenn ich dann die Mama mit unserem T-Shirt in der Fußgängerzone treffe, dann werde ich natürlich auch sie voll Freude. Ja, und ich freue mich auch auf die Situation, wenn Jürgen durch die Nürnberger Fußgängerzone geht und jemand hat dieses T-Shirt an. Und Jürgen sagt so, hey, cooles Shirt. Der Typ dreht sich um. Ey, was? Was willst du nur? Willst du aufs Maul? Da freue ich mich auch drauf. Ja, ja, ich glaube, Leute, in Fußgängerzonen, das ist heute auch nicht mehr das, was es mal war. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Nee, also, ja, ich habe es ja jetzt erklärt. Also, wir werden jetzt das sicherlich, ich kann jetzt noch keinen genauen Zeitraum nennen, aber irgendwann zwischen Erscheinungsdatum dieser Episode und Weihnachten einfach mal die Augen offen halten. Bei uns auf Twitter, bei uns auf der Webseite, da wird es irgendwann ein T-Shirt-Design geben, nur ein Design. Das ist ja jetzt aber auch mal nur der Testballon. Und wenn das funktioniert, dann werden wir uns noch viele andere lustige Ideen für T-Shirts und vielleicht auch für Pullover, Jute-Säckchen oder sonst irgendwas einfallen lassen. Werbeblock zu Ende. Meine Güte. Eine eigene Matratze. Ach, jetzt geht das wieder los. Nee, nee, so weit wird es nicht kommen. Ein eigenes Kopfkissen. Ich bin ja, ich bin ein großer Anhänger von dem anderen großen Matratzen-Online-Versender, der nicht Podcast-Werbung macht und die Matratzen zu einem Viertel von dem Preis verkauft. Die sind auch sehr gut. Viertelmatratze.de, wenn es keine ganze Matratze braucht. Ich möchte noch einen danklos werden, und zwar an Matze, der mir das Thema geliefert hat. Und ich muss vielleicht auch vorweg noch kurz den Hinweis geben, es könnte sein, dass ihr die Person heute vielleicht kennt. Mhm. Immerhin seid ihr beide eigentlich zeitweise Nachbarn gewesen. Und Dominik geht jetzt gerade im Kopf seine Nachbarn durch. Ist es in Leni, seine Mutter? Nein. Für mich ist das eine mega bekannte Person. Vielleicht schätze ich das jetzt auch falsch ein. Also vielleicht habt ihr auch noch nie davon gehört. Ich wollte gerade sagen, ich wohne direkt gegenüber von der Kirche. Jetzt kommt Gott. Es ist mir aber auch egal, ob ihr den kennt oder nicht. Oder es war kürzlich Todestag von der Person. Und ich habe einfach Bock darauf, dieser Person, die in meinem Leben doch eine gewisse, jetzt nicht die übertriebene, aber eine gewisse Wichtigkeit hat, einfach meine Art von Tribut zu zollen. Jetzt bin ich echt gespannt. Ja, und da muss ich noch ganz kurz noch... Heißt das, dass sie Todestag hatte, dass sie neulich erst gestorben ist? Definiere neulich. Die letzten fünf Jahre? Nein. Okay. Ich muss noch einem Mann danken, und zwar Tom Dauer. Der hat ein Buch über diese Person geschrieben. Ich habe mir gedacht, der hat einen Dauerauftrag gemacht und du machst jetzt wieder einen Gag. Ein sehr gutes Buch. Und normalerweise versuche ich mich immer nicht komplett an einem Buch irgendwo entlang zu hangeln, weil ich das immer dem Autoren gegenüber so ein bisschen unfair finde, wenn ich einfach im Podcast nochmal das Buch durchgehe und durchlese. Aber in diesem Fall war es kaum anders möglich, weil es einfach die eine und beste Quelle zu diesem Thema ist. Und es ist ein sehr, sehr gutes Buch, das ich jedem nur ans Herz lege. Und ich hoffe, es ist okay, jetzt nochmal das hier nochmal auch von ganzem Herzen Werbung, nicht nur für diesen Mann, sondern auch für dieses Buch zu machen. Die Bibel. Leute, ihr wart auch schon mal besser mit euren Zwischenrufen. Also wenn ein Chirurg jemandem ein Buch ans Herz legt, ist das doch einfach bloß eine freundliche Umschreibung für, hups, wir haben da einen Fehler gemacht, wir haben da was vergessen. Schau, es geht doch. Es geht doch. Kurt Albert wird am 28. Januar 1954 um 16.44 Uhr als Sohn von Alfred und Anna Albert in der Frauenklinik in Nürnberg geboren. Sagt euch den Namen was? Nein. Noch nicht. Sehr schön. Sein großer Bruder Horst ist vier Jahre alt. Zum Papa, ganz kurz, der kam aus der Tschechoslowakei. Der wurde mal kurzzeitig an eine strenggläubige katholische Familie, ja mehr oder weniger verliehen, ja. Als dann aber die Leute festgestellt haben, dass er da regelmäßig mit blauen Flecken irgendwie in die Schule kommt, haben sie ihn da wieder zurückgeholt. Sehr gut. Man kann es so formulieren, die haben so ein bisschen die Religion ihm aus dem Leib geprügelt. Und also der Papa ist komplett durch mit dem Thema Religion, ja, der hat dafür nicht mehr viel übrig. Die Mama geht aber mit Horst und Kurt dann doch regelmäßig mal in die Sonntagsmesse. Und da kommt es schon auch mal vor, dass die dann als Störenfriede aus der Kirche fliegen. Jetzt soweit sind wir aber gar noch nicht. Kurz vor Kurzgeburt ist die Familie Albert in eine Drei-Zimmer-Wohnung in der Allersberger Straße umgezogen. Ach, Hallöchen. Ich sag ja, das ist Nachbarn. Ich wollte gerade sagen, das Mysterium, wo ich wohne, ist ja jetzt nicht gerade ein großes Mysterium. Aber jetzt sind wir hier wirklich einfach mal einen Steinwurf entfernt. Heimspiel. Die Mutter ist Schneiderin, der Papa ist kaufmännischer Angestellter in den keramischen Werken Zehändner. Und sie verdienen eigentlich gar nicht so schlecht für die damaligen Verhältnisse. Der Weltkrieg ist gerade vorbei, die Trümmer sind augenscheinlich eigentlich alle schon weggeräumt, die Straßen sind frisch geteert. Aber wenn man so ein bisschen hinter die Fassaden guckt, dann gibt es schon noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Überbleibsel. Also es gibt noch relativ viel zerstörte Häuser und ja, viele Ruinen, in denen neugierige Kinder so ihr Unwesen treiben können, wo man auch mal die ein oder andere Fliegerbombe noch findet. Aber das ist ja heute im Grunde nicht anders. Nee, ich wollte sagen, dass es ja erst letzte Woche war wieder Fliegerbombenfund in Nürnberg mit Entschärfung. Und auch ein Bekannte von mir, der hat ein Gartengrundstück bei so einer, wie heißt das, so eine Kleingartensiedlung. Schrebergarten. Genau, so ein Schrebergarten von den Bahnen in Nürnberg. Und wenn du da diesen Garten umgräbst, dann findest du da auch mal einfach noch Schrott da aus dieser Zeit. Also so eine halbe Badewanne oder sowas ist ja nicht unüblich, dass du findest. Es ist auch hier so in den umliegenden Wäldern so, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das mal erklärt hat oder ob wir das hier mal thematisiert haben. Aber viele Bomber haben, wenn sie noch irgendwie Bomben hatten auf dem Rückweg, dass sie die nicht mit nach Hause fliegen müssen, und die Bomben dann noch irgendwie im Wald hier abgeworfen in der Gegend oder wenn sie irgendwie, keine Ahnung, vielleicht gab es auch welche, die absichtlich das Ziel verfehlt haben. Aber es ist wohl so, dass hier in den umliegenden Wäldern so um Nürnberg rum noch relativ viel Kram rumliegt. Also da muss man unter Umständen auch mal sehr, sehr vorsichtig sein. Ne, ich weiß zum Beispiel, dass du ja bei manchen Fliegern das Kerosinfeuer ablässt, weil du nur mit so viel Zuladung wieder ordentlich landen kannst. Vielleicht war klar auch eine ähnliche Sache. Naja gut, aber sie hätten sie ja auch am Ziel abwerfen können. Also das, ja, man will nicht mit Bomben, glaube ich, im Flieger landen, weil dazu geht einfach zu oft mal was schief. Die Eltern verbieten Kurt zwar, dass er in diesen gefährlichen Ruinen herumstreunert, aber Kurt ist schon von Kindheitsbeinen an ziemlich freiheitsliebend. Also kraxelt er mit seinen Kumpels eigentlich sehr, sehr gerne in diesem Weltkriegsschutt herum. Und sie finden dann auch mal so einen Haufen alte Hufeisen, die sie dann irgendwie beim Schrotthändler gegen Taschengeld irgendwie umtauschen. Und also es ist eigentlich ein großer Spielplatz. Aber ganz ehrlich, so alte Fabrikhallen oder verlassene Gebäude, wenn du da als Kind irgendwo mal rein konntest, das fand ich so faszinierend. Würde ich auch gerne als Erwachsener heute immer noch so Lost Places angucken. Genau, heute sagt man Lost Places dazu, ja. Genau, und ich will auch überhaupt nichts mitnehmen oder auch überhaupt nichts kaputt machen, sondern ich muss es einfach nur angucken, weil ich es auch total spannend finde, weil so Fabrikhallen von innen, dann oft auch einfach so, da hängt ja noch das halbe Werkzeug an der Wand und du denkst, ah, was war denn hier vorher mal? Ah ja, ist natürlich irgendwie doof, als Erwachsener willst du nicht in sowas irgendwie mal eben reinkraxeln, weil du denkst so, ah ja, irgendwie, wenn da irgendjemand sich aufregt, dann hast du Ärger in der Backe. Von daher irgendwie schade, dass das so ist. Naja, also das ist schon ein ziemliches Ding unter Geocachern, dass es gang und gäbe, aber gerade die coolen Lost Places, die sind natürlich auch inzwischen dann von irgendwelchen Plünderern ausgerollt oder verunstaltet oder da haben irgendwelche Sprayer sich verewigt und oft ist es dann schon gar nicht mehr so schön. Aber es gibt ein paar schöne Ecken und da gibt es aber auch Magazine dazu und wie gesagt, Geocachen ist da auch sehr, sehr stark. Aber warst du mal dabei, wo der Marco mit uns in diese Ami-Konserve-Kaserne ist? Ne, da war ich nicht dabei. Das war relativ cool und da, speaking of geplündert, da gab es dann echt noch am Boden so Coca-Cola-Dosen von 1985 und so. Also das war echt krass. Und rechtzeitig dran. Hm. Naja, also ich glaube, es ist dann schon so, je weiter man da eindringt und je tiefer man dann vielleicht auch mit Taschenlampen oder irgendwo in den Untergeschossen, da kann schon sein, dass da dann auch noch, aber gerade so die leicht zugänglichen Dinge, die sind in den meisten Fällen schon relativ ramponiert. Naja, ein andermal läuft Kurt heimlich von zu Hause weg und schleicht sich mit einem Freund an einem Wachmann vorbei in das Plärrer-Hochhaus, das seinerzeit das höchste, das höchste Gebäude in Bayern ist. Und da fährt er mit dem Pater Noster aufs Sach und das ultimative Freiheitsgefühl hier für so einen Stöpsel. Sein Bruder muss daraufhin losziehen und Zitat, den Fregger wieder nach Hause schleifen. Der Fregger. Fregger ist ein schönes Fränkisches. Oh ja. Schlingel. Ja, gibt es das Plärrer-Hochhaus noch? Ähm, ja. Welches ist es? Es wirkt halt nicht so hoch mehr, oder? Ja, ja. Tatsächlich fällt es kaum mehr auf, da wo das Bad ist. Ah, ist es da bei der, ich glaube da ist die Energie drin jetzt, oder? Das mag sein, ja. Gibt es direkt am Plärrer am Eck, das müsste das Gebäude von Energie sein mit dem Glastunnel. Genau, genau. Okay, dann weiß ich, welches das ist. Vielleicht Geolink in den Shownotes? Ja, wenn du dran denkst, gerne. Ja. Insgesamt kommen Horst und sein Bruder eigentlich ganz gut miteinander aus, also Kurt und sein Bruder. Also Kurt und Horst, ach egal, ihr wisst schon, wenn ich meine. Und auch in der Schule. Die Brüder. In der Schule stellt sich Kurt nicht dumm an. Nur bei Leibesertüchtigung hat er mit seiner kleinen hageren Statur so ein bisschen Nachteil gegenüber den anderen. Erst mit den Eltern, später dann mit einer christlichen Jugendgruppe sind Kurt und Horst oft auf Ausflügen in die Natur unterwegs. Und von einem Freund erfahren sie, dass es da so eine Gruppe gibt, die nicht nur wandert, sondern auch klettert. Und als sie das erfahren, sind sie eigentlich jede Woche mit dieser Gruppe unterwegs in die Fränkische Schweiz. Damals schon eines der traditionsreichsten Klettergebiete Deutschlands, wenn nicht sogar der Welt. Oh, jetzt sind wir doch hier in Jürgens Steckenpferdgebiet. Ich sag ja, das ist hier ein... Aber ist die Fränkische Schweiz wirklich international bekannt? Oh ja. Als Klettergebiet? Wirklich? Ja. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Oh, das war dir überhaupt nicht bewusst. Du wirst, wahrscheinlich diesen Satz, das war mir nicht bewusst, wirst du heute noch öfter im Kopf haben. Toll. Okay, krass. Achtung, Bildung. Die Fränkische hieß ursprünglich Muckendorfer Gebirg. Und das war so ein bisschen ein langweiliger, sperriger Name. Und deswegen hat irgendein Erlanger-Gelehrter mit Namen Johann Christian Fick 1807 schon in seinen Aufzeichnungen stattdessen die Bezeichnung Fränkische Schweiz verwendet. Wobei Schweiz ist ein, das war mir auch nicht ganz klar, ist ein Begriff für eine Landschaft mit Bergen, Tälern und Felsen. Ja, das habe ich tatsächlich mal nachgeschaut irgendwann. Ja, wahrscheinlich habe ich es auch mal nachgeschaut und vergessen, weil man sich ja schon wundert, warum heißt das jetzt Schweiz so? Was hat es jetzt tatsächlich mit der Schweiz hier auf sich? Aber es passt. Und der Begriff ist von diesen Aufzeichnungen dann später einfach in frühe Reiseführer übernommen worden, bis es dann irgendwann zur offiziellen Bezeichnung mutiert ist. Der ist ja auch einfach tourismustechnisch ein super Begriff. Und manchmal liest man auch, und das finde ich besonders schön, die Gegenzeit der Schlupfwinkel des deutschen Gemüts. Schlupfwinkel? Das gefällt mir gut. Das gefällt mir richtig gut. Ich finde ich auch schön. Könnt ihr geografisch sagen, wo die Fränkische Schweiz anfängt und wo sie aufhört? Ich kann nicht, weil wie ich neulich schon in einem A-Podcast gesagt habe, habe ich eine ganz, ganz fiese Wette verloren, weil ich eben nicht das richtig einschätzen konnte. Ich weiß es jetzt, aber die Narbe ist noch zu stark. Die Narbe ist zu frisch. Zu frisch, ja. Ja, also die ursprüngliche, die ursprüngliche Grenze war einfach sechs Stunden Fußmarsch um Muckendorf. So, so war das ursprünglich mal definiert. Heute definiert man es eher so entweder über die Autobahnen, also zwischen A70, A73 und A9. Oder aber es wird begrenzt im Norden durch den Main, im Westen durch die Regnitz, im Osten durch die Pegnitz und im Süden ungefähr auf der Höhe von Erlangen. Mhm, okay. So, dann kannst du bei der nächsten Wette, kannst du jetzt auftrumpfen, ja, mit sechs Stunden Fußmarsch um Muckendorf. Nee, ich werde nie wieder irgendwas um die Fränkische Schweiz herum wetten, so, das sind wir es durch. Die Frage ist nur, wie schnell ist die Person? Ja, das ist der Gag mit dem, mit meinem Pferd brauche ich drei Tage, um mein ganzes Land abzureiten. Und dann sagt der andere, ja, so einen lahmen Gaul hatte ich auch mal. Ja, genau. Das ist so der aus dem Erstklässlerwitzebuch. Meine Tochter hat so ein Buch, das ist echt schlimm. Boah, so ein 100-fächer Schülerwitze von Leselöwen. Nee, es ist halt so ein Witzebuch mit Witzen, die ich schon als Witzebuch hatte, als ich in dem Alter war. Ja. Und fandst du die damals wirklich lustig? Als er vier war. Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Ich muss gestehen, von diesen Witzebüchern fand ich maximal so jeden Zehnten, jeden Zwanzigsten wirklich lustig. Da ist zwar okay, das ist eine lustige Situation, ich verstehe es, aber so richtig ha-ha-lustig finde ich dir irgendwie nicht. Ja, deswegen machen wir jetzt heute auch einen Podcast, wo man gar nicht mehr darüber diskutieren muss, ob der lustig ist oder nicht. Ist er nicht. Kurt und die anderen Jugendlichen sind hin und weg, als sie das erste Mal durchs Trubachtal zum Hartlstein fahren. Im Trubachtal, da ist es schön. Hin und weg dürft ihr durchaus wörtlich nehmen, die Jungs steigen aus dem Autohaus und kraxeln sofort in einer 25-Meter-Wand ungesichert drauf los. Das ist zwar nur der dritte Grad, also das ist quasi typisches Kraxel-Gelände. Und wie alt sind die Grad? So 14, würde ich jetzt mal, glaube ich, ungefähr. Habe ich in der Jahreszahl gerade gesagt? Nee, aber so, das ist ungefähr die Zeit. Und, also es ist nicht besonders schwieriges Kraxel-Gelände, was aber tückisch ist, weil man dann natürlich auch entsprechend weit hochkommt. Und so sind sie auch ganz schnell mal auf 15 Meter Höhe, was wahnsinnig gefährlich ist. Der Gruppenleiter Ossi Schmidt pfeift sie zurück. Ossi Schmidt, der heißt Ossi mit Vornamen? Ja. Aber der Ossian wahrscheinlich, oder? Ich weiß gar nicht, wofür das in der Kurzform ist tatsächlich. Ich habe es nur als Ossi Schmidt. Bist du mit dem Verwandt? Der schreibt sich genauso. Schmidt ist ja, er seltener Name in der Gegend. Genau, er ist wahrscheinlich der einzige Schmidt in der Gegend, mit dem ich nicht verwandt bin. Ah, okay. Also der pfeift sie zurück und bringt ihnen erstmal das Sichern mit Kletterausrüstung bei. Und das könnt ihr euch jetzt nicht ganz so vorstellen wie heute, wo man so leichte Hochleistungsmaterialien, bequeme Klettergurte und das alles hat. Das sind eher so Abschleppseil. Ja, es sind schwere Lederschuhe, es sind schwere Eisenkarabiner und es ist ein Perlon-Seil, das man sich einfach so ein bisschen um die Brust schlingt quasi. Also man macht sich so ein paar Knoten um die Brust und das ist dann im Grunde die Sicherung. Und wenn du reinfällst, dann hast du halt erstmal ein Problem, Luft zu bekommen. Perlon ist was, was ich schon seit Jahren nicht mehr gehört habe. Ich wüsste gar nicht mehr, was das ist. Plastik. Ja, es ist schon Kunststoff. Also ich kann euch damit und ich hoffe, es ist okay, wenn ich die Bilder dann auch in die Kapitelmarken vielleicht packe. Ich habe das aus diesem Buch mal herausfotografiert. Ich schicke euch mal ein Bild davon, wie das aussieht, wenn man so mit so einer Brustsicherung quasi sichert. Ja, das schaut wirklich aus wie so ein bisschen, ich wickel es mir ein paar Mal um die Brust. Natürlich gekonnt mit einem Knoten, aber wenn man da reinfällt, dass da dann mal ein Rippchen gebrochen ist oder sowas, würde mich jetzt nicht so sehr wundern. Genau, es sind jetzt auch nicht so die nachgiebigen Materialien, so ist alles ready ford. Also es ist abenteuerlich, sage ich mal. Mit heutigen Maßstäben abenteuerlich. Ich erzähle euch gleich auch noch ein bisschen was zum Thema Schwierigkeitsgrade und Klettern an sich. Aber für den Moment ist wichtig, 1968 bedeutet Klettern, dass einfach alles erlaubt ist. Also Seile, Haken, Leitern, alles wird benutzt, egal wie, Hauptsache man ist oben. Und es ist tatsächlich so, dass die meisten Kletterer einen Fiffi dabei haben. Das ist so eine aufgerollte Alusprossenleiter und die hängen sie dann so von Haken zu Haken und klettern dann tatsächlich an schwierigen Stellen mit dieser Leiter hoch. Ich bin sehr enttäuscht, dass es nicht so ein kleiner süßer Hund ist, den ich jetzt tatsächlich vor meinem geistigen Auge gesehen habe. Der schon mal das Seil hochbringt und dann, ja genau. Aber wer, also wer bringt denn die Leiter oben an? Naja, du hast dann schon mitunter Haken in der Wand. Also die werden dann irgendwie so in Spalten gekloppt und dann hängst du den relativ hoch halt und dann hängst du da die Leiter ein und dann steigst du halt hoch und dann kannst du irgendwie vielleicht an den nächsten Haken. Oder kannst dazwischen mal eine Stelle halt mit irgendwas anderem überbrücken, also zur Not auch kletternd. Und dann hast du wieder irgendwo eine Möglichkeit, vielleicht auch ein Seil mal um einen Felskopf zu schlingen und da irgendwie eine Leiter festzumachen. Moment, aber ich stehe jetzt auf so einem Stückchen Leiter drauf. Dann schlage ich in die Wand so einen, ja, so einen Haken rein. Meinetwegen auch zwei. Und dann hänge ich da die nächste Leiter rein oder? Naja, du wirst schon zwischendurch mal mit den Füßen an die Wand kommen. So wie man halt beim, du siehst ja jetzt auch auf dem Foto, die Jungs, die haben da Wand und da kann man schon auch mal irgendwie seine Füße irgendwo hin positionieren. Genau. Quasi sich selber abstützen und dann die Leiter aus diesem Haken rausnehmen und an den nächsten Haken anbringen. Und tatsächlich, sie klettern auch nicht nur mit Leiter, aber man hat gerade für schwierige Stellen so eine Leiter dabei. Ich habe die Tage auf Reddit ein Foto gesehen von einem Spielplatz aus dem 19. Jahrhundert und ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, aber das war völlig absurd, weil das war ein Klettergerüst, das im Prinzip nur aus Stangen bestand, die halt dann quer verstrebt waren, aber die waren auf ungefähr, also gefühlte 5 Meter Höhe. Also wirklich so. Oben angespitzt. Nein, also ernsthaft, also niemand würde heutzutage seine Kinder mehr da drauf lassen, in 100.000 Jahren nicht, weil die einzige Möglichkeit war, quasi Meter hoch nach oben zu klettern und dann völlig ungesichert da rum zu turnen. Es wäre also eine einzige Todesfalle aus heutiger Sicht. Wow, ich sehe es gerade, das ist ja fantastisch. Was ich auch irgendwann mal gesehen habe, das ist ja echt großartig, was ich auch, oder irgendwie so ein bisschen in die Richtung geht, es gibt so einen Trend hin wieder so ein bisschen zu einem, naja, die Spielplätze, die sind alles so klinisch und so sauber und da kannst du gar nichts mehr selber machen, hin zu, hier Kinder sind einfach Bretter, jede Menge Nägel, da sind irgendwie... Was sind Nägel? Ja, da sind noch Sachen, baut euch einfach irgendwas. Also so halb unbeaufsichtigte Spielplätze, wo dann halt einfach Leute... Ja, also du, das ist halt nicht mehr weit weg, weil da halt auch einfach echt öfter nochmal irgendwie so Kinder, naja, dann mal ins Krankenhaus müssen, weil die halt in so einen großen Baunagel reingetreten sind oder sowas und da halt einfach alles rumliegt. Und das ist halt ein bisschen so im Geiste von, ja, dann sind die wieder mehr eigenständig und sowas und das ist so eine ganz absurde Gegenbewegung von den, ja, die Spielplätze sind alle mega safe, da kann nirgends was passieren, alles super optimiert und das geht halt genau ins Gegenteilige. Also was man in Berlin ja ganz gern macht, ist so gebrauchte Spritzen auf den Spielplätzen verteilen, aber das mit den Nägeln, das war mir jetzt tatsächlich neu. Ja, ja. Er hat ein fantastisches Ventil für seine, für seine viele Energie und seinen Enthusiasmus. Und mit Flipper und noch ein paar anderen gehen Kurt und Horst bald schon eigenmächtig dann auf Ausflüge ins Fränkische Gebirge. Bald klettert der nun 14-Jährige dort seine erste Sechs nach UIAA, das sagt euch jetzt natürlich nichts. U-I-U-A-A. Ja, nee, dazu zu Schwierigkeitsgraden werde ich euch später noch was, später noch was erklären. Und er zieht sich auch dann schon bald seine erste Verletzung zu. Und da haben wir jetzt schon das Problem der Sicherungsmethoden. Also seine erste schlimmere Verletzung, weil dass er bisher noch keine einzige Verletzung hatte, das ist ja... Naja, seine erste Kletterverletzung, so arg lang klettert er ja jetzt noch nicht. Okay, alles klar. Er wird sich schon mal ein Knie aufgeschlagen haben, ja. Ja, aber jetzt quasi ist er in dieser Wand und da haben wir jetzt auch das Problem schon mit dieser Klettertechnik. Also in einer besonders schweren Route zerrt er an so einem Haken, der in der Wand steckt. Und der ist schon ein bisschen älter, ein bisschen rostiger und versucht da irgendwie hochzukommen. Und der Haken bricht und er säget daraufhin dann in hohem Bogen quasi zwar ins Seil, also er stürzt nicht auf den Boden, ins Seil. Aber knallt dann halt beim Pendeln mit dem Kopf gegen die Wand. Ja, als er dann auf der Fahrt nach Hause immer wieder die Namen seiner Kameraden verwechselt, beginnen die doch sich so ein bisschen Sorgen zu machen. Weniger wegen ihm, wegen Kurt, sondern vielmehr wegen Eltern. Wir können uns ja wechseln. Ja, hauptsächlich wegen der Eltern, weil sie Angst haben, irgendwie einen Anschiss zu kriegen. Dann bin ich beim falschen Arf. Diesbezügliche Konsequenzen sind mir nicht bekannt, sind nicht überliefert. Wie jetzt eigentlich alle Kletterer in jener Zeit betrachten Kurt und seine Kumpels das Kraxeln im Frankenjura mehr so als Training für die Berge. Ja, also eigentlich ist das kein eigenständiger Sport, mehr oder weniger, sondern es ist eigentlich nur die Vorstufe zum, hey, wir machen uns bereit für richtige Bergabenteuer. Aber dann in die Alpen potenziell oder was wäre dann ein richtiger Berg? Also 1969 schnuppern sie dann schon mal erste Höhenluft im Wettersteingebirge, ja. Das ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo ist das Wettersteingebirge? Muss ich nachliefern. Okay. Show Notes irgendwo. Das ist jetzt peinlich, dass ich nicht weiß, wo das Wettersteingebirge ist. Ich google das mal. Habt ihr es auch noch nie gehört? Du hast es noch nie gehört? Nein. Es ist in den Ostalpen. Also wir sind schon in den Alpen tatsächlich. Es ist in Tirol in den Ostalpen. Das war zu abzusehen. Garmisch-Partenkirchen in der Nähe. Okay, alles klar. Und er steigt da eine Route mit seinen Freunden, die heißt Fahrradlkante, weil irgendein Spaßvogel irgendwann mal in so einem Quergang an einem dieser Kletterhaken ein Fahrrad befestigt hat. Und die Schwierigkeit ist eigentlich ein Klacks. Ich glaube, es ist eine Vier oder so. Also eigentlich was, was er locker kann. Aber du musst auf dem Fahrrad fahren. Das ist Teil der Challenge. Das Fahrrad macht es deutlich schwerer. Nee, das Gebirge macht es natürlich schwerer. Also ein Schwierigkeitsgrad an einer vielleicht 10 Meter hohen Wand irgendwo in der Fränkischen, wo unten ein Waldboden ist und du irgendwie Bäume siehst direkt vor dir. Das ist nochmal anders zu bewerten, als wenn du irgendwo auf, keine Ahnung, 1500 Meter stehst und in einer Schlucht guckst, die irgendwie 100 Meter tief ist. Und wo irgendwie der Wind dir ums Ohr pfeift und wo nochmal ganz andere Herausforderungen sind. Und Krähen jeden Tag deine Leber rauspicken. Kurt klettert jetzt fast täglich. Und wenn er mal nicht ins Frankenjura fährt, dann kraxelt er am Schmausenbuck. Da kann ich euch sagen, wo er ist. Der ist nämlich beim Nürnberger Tiergarten. Und auch im Burggraben schaffen sie sich Möglichkeiten zum Klettern, was dann eher Bouldern ist. Ich wollte sagen, der ist ja nicht so hoch. Naja, also es nennt damals noch keiner Bouldern. Aber du würdest eher weicher fallen, weil ja unten recht viel Wiese ist. Naja, aber du kannst so auf 12 Meter klettern. Auf 12 Meter? Ja, wenn du unten quasi zur Burgenmauer hoch bist. Also da, wo der Eppelein über die Mauer gehüft ist, in Klammern wir berichteten. Moment, da kannst du klettern? Hat denn da keiner auf die Nase, dass du da an dem Ding rumkraxelst? Naja, derzeit auf jeden Fall nicht. Schick euch mal das passende Bild dazu. Das seht ihr jetzt nicht kurz, sondern Flipper. Freund aller Kinder. Freund aller Kinder, so sieht das aus. Und es ist schon tatsächlich wirklich so, sie klettern quasi teilweise barfuß an der Burgmauer hoch. Ach, richtig an der Burgmauer? Eine fast glatte Wand, ja, und von unten da hoch. Ohne Seil, ohne alles. Heute würde man sagen, das ist Buildering. Ja, das ist nochmal so eine Abart. Buildering? So wie Building. Also wie Bouldern oder Building? Es ist quasi so eine Spielart, so wie Crossgolf. Es verhält sich wie Crossgolf zu Golf, verhält sich Buildering zu Bouldern. So ein bisschen vielleicht. Also du nimmst es quasi aus der eigentlichen Umgebung raus in die Stadt, gehst an Gebäude, an Brücken, es gibt sogar Buildering, Kletterführer extra für bestimmte Städte, wo du halt Gebäude findest, an denen du irgendwie potenziell hochkraxeln kannst. Ach krass. Und also, dass das ziemlich gefährlich ist, muss ich wahrscheinlich jetzt nicht extra betonen. Wir haben zwölf Meter Höhe und in Kurz-Touren-Tagebuch, also der führt tatsächlich über seine Kletterabenteuer schon sehr, sehr früh, sehr penibel Buch. Und da lernen wir, dass er da auch schon mal so vier Meter stürzt und sich ein Zeh bricht und so hier im Burggraben. Also es ist nicht ohne, was wir da machen. Aber ihr seht jetzt hier den Flipper und der ist in der Disziplin in der Zeit wahrscheinlich der beste weit und breit. Ich meine, es gibt nicht viele, die überhaupt bouldern. Und er ist aber ein super kreativer Typ. Er trainiert wie ein Besessener. Er macht sich zu Hause, macht da Klimmzüge am Türstock und da klebt er dann so nach und nach Papier über Papier, sodass der Türstock immer schmäler wird. Also der verbleibende Platz auf dem Türstock immer schmäler für seine Finger. Versteht ihr das? Ja, ja, doch. Und am Ende hat er noch vier Millimeter Platz für seine Finger und dann macht er dann irgendwie mal zweihändig, aber meistens auch einhändig dann irgendwie Klimmzüge. Er zwingt sich quasi richtig gut zu greifen. Als Training für genauso Klettereinheiten. Ja, ja. Kurt auf der anderen Seite, der beginnt mit dem Turnen, um seine Beweglichkeit am Fels zu verbessern. Und er macht auch so mal morgens 200 Klimmzüge, klettert dann den ganzen Tag und dann macht er abends halt nochmal 200 Klimmzüge. Also er macht sich auch schon richtig fit für den Sport. Also Sport, man kann eigentlich noch gar nicht von Sport sprechen. Was die Leute alles machen mussten, als es noch kein Internet gab, die Armen. Das ist schlimm. Und auf diesem Weg entwickelt sich der junge Kurt Albert von der achten Klasse und dem Spitznamen China oder China, weil er so klein und zerbrechlich ist, bis zur 10. Klasse und zum Spitznamen Embry von Embryo, weil er zwar immer noch klein ist, aber ganz kompakt und mit Muskeln ausgestattet. Was für ein multinationales Spitznamen hier in Franken. Und also er kann auch dann irgendwann Klimmzüge an zwei Fingern mit einer Hand, überhaupt kein Problem für ihn. Achso, hier, Badesat lässt grüßen, mit den kleinen Fingern am Fünfer, bis der Bartmeister einen runterpfeift. Das kenne ich jetzt gerade nicht. Ja, da unterhalten sich einfach so zwei Buddybilder und eine meinte, der muss unbedingt am kleinen Finger dann am Fünfer hängen bleiben, bis ihn der Bartmeister runterpfeift. Ja, und was ist, wenn die Freibärter 1. Mai aufmachen und überhaupt bleiben länger hängen? Ja, okay, das klingt sehr nach Badesat. Ja, ja, und vor allem Witze nacherzählen im Podcast ist einfach totaler Schrott. Ja, wenn man dann noch die Pointe erklärt, dann wird es aber wieder. Ja, das ist witzig, weil? Kurt ist immer noch gut in der Schule, vor allem in Mathe, aber ihn interessiert es einfach nicht so. Also Noten sind ihm einfach nicht wichtig. Ja, Klettern, Klettern ist sein Ein und Alles. Aber er kommt gut zurande. Er kommt gut zurande. Er ist nicht, er ist nicht, ja doch, er ist auf den Kopf gefallen, aber er ist nicht auf den Kopf gefallen, wenn ihr versteht, was ich meine. Als sich mit Rainer Egerer, der Erste aus der Gruppe, einen Führerschein und ein Auto gönnt, hält die Knaben nichts mehr. Im Juli 1970 machen sie sich zu viert auf zum Königssee und obwohl sie da noch von Locals, also von Eingeborenen quasi, gewarnt werden, weil am Watzmann irgendwie noch viel zu viel Schnee liegt, stehen sie da Minuten später schon am Einstieg von so einer 1800 Meter Wand. Ja, und das ist gar nicht ohne. Also in dieser Wand sind schon 100 Bergsteiger vorher in den Tod gestürzt. Jetzt nicht an dem Tag, sondern über die Zeit. Aber das kümmert die Jungs. Und dann den Aufprall, wenn was passiert. Er fällt mir ein bisschen weicher. Genau, aber Tendenzsee gehen wir jetzt dann schon Richtung Bayern, so in Richtung Alpen, Berchtesgadener Land etc. Genau, also Königssee, da war ich tatsächlich kürzlich, da kann ich dir grob sagen, wo er liegt. Nürnberg ist halt nicht ganz so hochalpin. Nürnberg ist nicht ganz so hochalpin, ja. Aber sie haben quasi keine Bergerfahrung und dementsprechend auch wenig Respekt oder wenig Angst davor und steigen ein. Sie wissen, dass der Schwierigkeitsgrad bei 3 liegt, was jetzt super einfach eigentlich ist. Was sie aber nicht wissen ist, dass die Route A sehr schwer zu finden ist und B auch unterwegs es sehr schwer ist, ihr zu folgen. Aha, und ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt sowas wie das Hinweisschild, wo 3 drauf steht und die schauen es an, lachen und gehen weiter. Dann weht der Wind und du siehst, dass so Blätter eine Null, die dahinter steht noch. 30. Das Verflächen ist 30. Ne, es ist tatsächlich vom Klettern her an sich ist es für die Jungs keine Herausforderung, aber wie gesagt, das kannst du im Gebirge, kannst du mit so Wertungen relativ wenig anfangen, weil da kommt es auf ganz andere Dinge an. Ja, aber also du hast ja vorhin gesagt, du gehst nachher auf die Schwierigkeitsgrade ein und ich finde es gerade ein bisschen unbefriedigend, weil ich glaube, es ist so eine gewisse Einschätzung oder dass du ganz kurz mal auf den Scope dieser Einwertung, Einbewertung Machen wir gleich, aber ich sage ja, 3 ist Kaxelgelände, habe ich vorhin gesagt, also das ist was, das kommst du problemlos, das kommst du problemlos hoch. Aber ist es bis 10 oder ist es bis 100? Das ist, das werde ich später noch, da muss ich wirklich ein bisschen mehr erklären, das kommt gleich. Gut. Nur an der Stelle, 3 ist sehr, sehr einfach. Also 2 ist im Grunde eine, ich würde sagen, 2 ist, 2 gibt es eigentlich beim Klettern nicht, das ist ein Waldweg, der einen Anstieg hat, so ungefähr, ja. Und 1 ist vielleicht eine geteerte Straße, die bergauf führt, so. So leicht übertrieben, aber so ungefähr kannst du es vorstellen. 3 ist wirklich, das schaffst du, das schafft deine Tochter, das ist, glaube ich, für kaum jemanden. Und die Norm 0 ist einfach ein Aldi? Den du kennst, dein Problem. Die Norm 0 ist, glaube ich, die Couch zu Hause. Ah, okay. Ja, wobei die manchmal wieder hochzukommen, ist gar nicht so leicht. Wenn man da mal runterfällt. Ja, das hat aber andere Gründe. Also, sie mühen sich jetzt da Stück für Stück hoch und es ist wirklich eine Mühe. Also, sie brauchen auch ziemlich lange und sie sind aber irgendwann zwei Drittel diese Wand oben und kommen an eine Biwak-Stelle und da schlägt dann das Wetter um. Und Biwakieren heißt, ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff schon mal gehört habt. Also, gehört schon, aber ich kann das jetzt nicht definieren. Also, Biwakieren heißt im Grunde einfach nur im Biwak schlafen. Was ist denn ein Biwak? Genau, das ist tatsächlich die größere Frage, was die genaue Definition von einem Biwak ist. Das ist tatsächlich eine gute Frage, das wüsste ich auch gern. Beim Klettern, es ist im Grunde, schlägst du einfach Lager auf. Bei dem Fall, in dem Fall ist es jetzt so, dass es ein, also oft sind es einfach irgendwelche Felsabsätze, wo du dann irgendwie so ein kleines Zelt irgendwie hinstellen kannst. In der Regel hast du dann auch in großen Wänden, da werden wir später auch noch zu kommen, hast du so Portal-Ledges heißt das. Also, du hängst quasi in einen Haken in der glatten Wand, da ist wirklich dann nichts. Und du hängst aber in der Wand so ein, sieht aus wie ein kleines Feldbett mit oben Zelt drauf. Und da kannst du dann schlafen in der Wand. Also, da brauchst du noch nicht mal irgendwie eine Stelle, an der du wirklich nächtigen kannst. Das ist wie so eine Art Hängesack. Die schaffst du dir einfach selber quasi. Ja, es ist kein Sack, es ist schon quasi ein stabiler, es ist eine stabile Liegefläche. So mehr oder weniger wie beim Feldbett eigentlich, mit so einem Stoffgespann und irgendwie einem Rahmen. Und oben drüber hast du dann irgendwie ein Zelt. Aber so ein All-in-One-Ding. Das ist so, ja, das ist halt so ein Ding, das du in die Wand einfach hängen kannst. Es geht halt darum, dass du es an eine Befestigung in einer Wand anbringen kannst und dann schlafen kannst, egal wie die Wand oder der Untergrund oder irgendwas beschaffen ist. Also hier jetzt am Watzmann ist es so, dass sie halt quasi an eine Stelle kommen, wo kein Klettergelände mehr ist, sondern wo halt eine Ebene ist, auf der man ruhen kann. Und es ist schon bei schönem Wetter ist es eigentlich ein großer Spaß, sowas zu machen, irgendwie unter freiem Himmel irgendwie auf so einem Berg zu schlafen. Haha, witzig, schön. Aber da ist es halt schlimmstes Regenwetter jetzt erstmal. Und sie sind innerhalb von Minuten auf die Knochen durchnässt. Und sie haben auch kein Zelt dabei. Und der eine lässt dann sogar noch seinen Daunenschlafsack extra im Rucksack, weil der neu ist. Und er hat Angst, dass er bei dem schlechten Wetter kaputt gehen könnte. Und jetzt hocken sie dann da bei Donner und Blitz und schicken Stoßgebete in den Himmel und hoffen, dass sie irgendwie die Nacht überstehen. Wir müssen ja auch immer noch dann denken. Und ich komme da jetzt so ein bisschen drauf wegen des letzten Bildes, das du auch gepostet hast, von Flipper, der da hochklettert. Weil das schaut für mich einfach aus, jetzt auf den ersten Blick, als würde er einfach in einem, wie nennt man das, ein Leibchen anhaben obenrum. Und unten, als hätte er einfach nur Unterhose an. Weil wir sind aber noch nicht in der Zeit von krasser Funktionskleidung, wie wir sie heute kennen, mit super leicht und alles möglichem. Sondern hier schön, wenn es da drauf regnet, dann saugt sich das alles schön voll. Genau, also Funktionskleidung ist ein gutes Stichwort, wird man dann auch später noch ein, zweimal haben, ist nicht. Es hat vor allen Dingen dann irgendwie gefühlt 10 Kilo mehr. Es ist nicht so, dass du nass bist, sondern es hat ja einen enormen Kilo-Wert. Das wäre dann halt wie so ein Friesenerz, der dann halt so richtig schwer ist und dich abhält davon, irgendwie mobil zu sein, der dann wirklich regendicht ist. Aber ja, das passt ja beim Klettern nicht so besonders gut dazu. Also 26 Stunden nach dem Einstieg erreichen Kurt und seine Freunde dennoch gegen Mittag den Gipfel. Also 26 Stunden, nachdem sie unten quasi an der Wand, so inklusive Übernachtung, inklusive Kletter, sind sie dann oben. Wie lange braucht man denn normal, wenn das eher so gut läuft? Boah, das kann ich dir an der Stelle jetzt nicht genug sagen. Nicht so genau sagen, aber ein guter Kletterer, Bergsteiger, der weiß, was er tut, schafft so eine Wand schon an einem Tag locker. Also das würde ich jetzt bei der Strecke mal sagen. Ja gut, aber was ist denn ein typischer Arbeitstag für einen Kletterer? Habe ich Arbeitstag gesagt? Nein, nein, aber wenn du sagst, sie schafft es an einem Tag. Aber ich meine, was ist denn ein Tag für einen Kletterer? Du, das kann je nach Vorhaben. Das kann anfangen, bevor die Sonne aufgeht und weit bis nachdem sie untergeht. Also das, was der Körper halt hergibt unter Umständen. Das hängt schon ein bisschen von den Gegebenheiten ab. Es gibt Wände, in denen hängst du so exponiert gegen Süden, dass du mittags eigentlich da nicht klettern kannst, weil es viel zu heiß ist. Und dann klettern die halt teilweise mit Kopfflanken nachts und bivakieren halt tagsüber irgendwie und machen tagsüber Rast. Das ist ein Beispiel, was da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, wie das so die Hitze mit dir macht. Ganz stark. Ja, es kann auch ganz andersrum sein. Es kann auch eine Nordwand sein, wo halt nie auch nur ein Funkenstrahl in Sonne hinkommt, wo du halt einfach überall immer frierst wie Sau. Also das hängt ganz stark von den Gegebenheiten ab und von was du vorhast. Und ob das jetzt, keine Ahnung, eine Eintagestour ist oder eine 14-Tagestour. So gibt es ja auch. Du kannst auch über zwei Wochen in so einer Tour verbringen. Also sehr, sehr unterschiedlich. Seine Kumpels beschreiben Kurt als zielstrebig und entschlossen, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Und er ist auch jetzt vermutlich einer schon der vielseitigsten und nervenstärksten Kletterer seiner Generation. Und es ist ihm aber nie wichtig, wohin er und seine Freunde am Wochenende fahren. Wichtig ist ihm nur, dass sie am Wochenende irgendwo hinfahren. War das schon damals so ein großes Ding, das Klettern an sich? Also sehr populär oder? Und dass er bei Abfahrt noch eine warme Leberkesemmel bekommt. Das ist ihm auch noch wichtig. Mei, mein Kumpel. Nee, es war eben noch kein so großes Ding. Also es war ein Ding, aber es war nicht Klettern ein Ding, sondern eher Bergsteigen. Also Bergsteigen hat man ja schon mal. Das geht ja schon lange, lange vorher los. Und so Klettern in Gebieten, wo eigentlich keine hohen Berge sind, das hat man mal gemacht. Aber eigentlich war es, wenn dann nur, um halt mal irgendwie so ein bisschen in Form zu kommen für die großen Abenteuer. Aber es ist definitiv kein Breitensport, wie er heute ist. Es ist auch jetzt noch kein eigenständiger Sport eigentlich, so in der Form. Aber wir müssen tatsächlich... Die Entwicklung, kleiner Spoiler, die Entwicklung, die machen wir jetzt ja mit quasi in dieser Geschichte. So viel soll ich schon mal verraten. Für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal vielleicht zuhören und die Geschichte von Ach und Jürgen nicht so ganz verfolgt haben. Aber ich kann es nicht glauben, dass der Herr Kraus tatsächlich es geschafft hat, nicht nur einen Kletterer hier reinzubringen, sondern einen fränkischen Kletterer. Und das ist ja jetzt quasi so, du hast jetzt gerade ein wirkliches Idol für dich. So Klettern ist ja ein großer Teil deines Lebens. Und du erfüllst jetzt quasi da einen Hobbytraum gerade. Ja, oder der findet jemanden ganz schlimm hin für ihn, weil er auch aus der Region kommt und ganz schlimme Dinge noch tut. Nein, über Tode nur Gutes. Außer sie sind Arschlöcher dann nicht. Aber, also ich bin jetzt ja kein so ein Personentyp, der Leute so anhimmelt. Aber im Großen und Ganzen hast du vollkommen recht. Das ist schon einer der Leute, die einem in diesem Sport begegnen und die man respektvoll benickt und sagt so, wow. Cool. Aber warum und mit welchem Ausmaß, das können wir dann uns am Ende dieser Folge nochmal unterhalten. Er hat nämlich den erfolgreichsten YouTube-Kanal aller Zeiten gefunden. Und er ist gerade noch nicht tot. Surprise! Er steht hinter mir. Nein. Nein, es ist, es bin ich. Mit anderen Namen. Ich, 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 ich. Mit seinen DAV-Lehrmeistern erobert Kurt das Hochgebirge. Also sie arbeiten sich jetzt quasi immer höher, immer höher die Berge. Und er lernt auch gleich bei seinem ersten Ausflug in richtig hohe Berge eine wichtige Lektion. Und zwar, wer sich nicht einschmiert, bekommt einen schlimmen Gletscherbrand. So, ich weiß nicht, ob ihr, seid ihr Skifahrer? Auch nicht, ne? Doch. Doch. Also jetzt nicht mehr, aber früher, also anders. Ich bin erst auf meinem, auf dem Rücken meines Vaters gefahren und dann ziemlich schnell selber. Also das war so ein, einmal im Jahr mindestens Skifahren gehen in der Jugend und Kindheit war schon so ein Ding. Aber dann kennst du den, den Effekt, den schönes Wetter und eine geschlossene Schneedecke so haben. Ja, aber hallo. Zwar war Gletscherfahren eher was Seltenes bei uns. Ich will gerade, das hat man, glaube ich, tatsächlich nur einmal. Aber ordentlich an dem Berg zu sein und du hast das Gefühl, naja, ist doch eigentlich schön warm gerade draußen. Ja, du kannst dir ganz, ganz schnell den Sonnenbrand da oben holen. Genau. Und ich glaube, Gletscher ist an der Stelle dann auch gar nicht mehr so, gar nicht mehr, gar nicht mehr das wichtige Kriterium, sondern es ist halt viel Sonne, dann auch noch gespiegelt durch den Schnee und du bist halt schnell verbrannt. Und auf der anderen Seite, es ist ja trotzdem kalt. Also du hast nicht so das Gefühl, oh, ich schwind voll. Du spürst es nicht, du wirst immer super gekühlt, genau. Genau, genau. Es ist nicht wie am Stand, wo du das Gefühl hast, boah, ist das heiß, oh, ich muss mal raus aus der Sonne oder ähnliches und ich muss mich auch einschmieren, weil ich spüre das. Nee, das hast du ja gar nicht. Aber der Kurt ist hart im Nehmen und er riskiert sein Leben auf vielfältige Weise. Zum Beispiel bei einer sechstägigen Skitour durch die Dolomiten trägt er lediglich Jeans und eine dünne Windjacke. Also auch sowas, wo man sich denkt, okay, vielleicht hatten sie noch keine Funktionsklamotten, aber das ist doch trotzdem ein bisschen wahnsinnig eigentlich. In welchem Jahr sind wir gerade? Naja, er dürfte jetzt so noch nicht ganz 20 sein. So 18 vielleicht. 17, 18. Ein andermal ist er in der Eiger-Nordwand, die man ja auch als Nicht-Bergsteiger, Nicht-Kletterer schon mal gehört hat. Und da kampiert er dann auch nur, also eigentlich wollten sie quasi ihr Lager aufschlagen. Es gibt ja immer so ausgewiesene Biwak-Stellen dann in so Mehrtagestouren, also Stellen, die sich halt besonders gut eignen. Und sie entscheiden sich aber spontan, ihr Lager doch ein bisschen weiter zu verlegen. Und in der Nacht werden sie dann geweckt von einem herabstürzenden Eisbalkon, der halt genau auf diese Biwak-Stelle trifft. Also auch da hatten sie einfach wahnsinniges Schwein. So wenn sie da, ich meine, sie sind nicht wahnsinnig erfahren und es war, glaube ich, keine bewusste Entscheidung wegen dieser Gefahr, das Lager zu verlegen. Das hätte sie genauso gut treffen können. Aber ein Eisbalkon ist quasi so eine überstehende Eisplatte. Genau, also irgendwas, was halt raussteht. Und je nach Wetterlage, wenn da den ganzen Tag die Sonne drauf scheint, kann der halt irgendwann einfach runterkommen. Und du siehst das von außen im Grunde nicht. Außer du hast halt sehr, sehr viel Erfahrung vielleicht mit Eis. Und ich meine, Eisklettern ist ja auch nochmal eine ganz eigene Disziplin. Kurzbruder Horst ist manchmal mit von der Partie. Der ist insgesamt aber nicht ganz so verbissen wie Kurt. Statt mit ihm ins Gebirge zu fahren, paddelt er schon auch mal lieber mit seinem Faltboot von Passau nach... Australien? Wien. Ah. Genau, Wien. Falsche Folge. Kurt gehört zu den jungen Wilden in seiner DRV-Sektion. Also wir sind in den 70ern und der deutsche Herbst ist noch einige Jahre entfernt. Und die Jugendgeneration ist insgesamt eigentlich relativ unbeschwert. Sie wachsen halbwegs unbeschwert auf. Sie sind so ein bisschen Rebellen, aber eigentlich harmlose. Also sie protestieren schon mal, zum Beispiel gegen die Einzäunung des Wildparks Hunshaupten. Und, aber sie machen eigentlich keine, also es gibt keine krassen Protestaktionen, sondern sie, ja, halbherzige Unmutsäußerungen, würde ich sagen, sind es vielleicht. Ist übrigens ein sehr schönes Eckchen und ein sehr empfehlenswerter Ausflug. Stell ich mir auch super vor, wenn man Kinder hat. Ich war da schon mit Kindern, kann ich empfehlen, ja. Und Grüße raus an Mulana alias Lisa. Die macht nämlich gerade Illustrationen für diese. Ah, schön. Viel aufmüffiger sind die Jungs dann in den Hütten ihrer Alpenverein-Sektion. Also jede Sektion im Alpenverein unterhält irgendwelche Hütten irgendwo in den Bergen, wo sich dann die Mitglieder von derjenigen Sektion oder dann zu anderen Bedingungen auch andere Mitglieder im Verein dann halt einmieten können quasi, wenn sie irgendwelche Touren von da aus machen. Sind die irgendwie bewirtschaftet oder ist das wirklich so, hier ist ein Schlüssel, da oben ist halt einfach so ein Raum, du musst, was du brauchst selber mitbringen. Also ich glaube, dass das tatsächlich beim DRV eher das zweite Konzept ist. Die bewirtschafteten Hütten, die sind, glaube ich, eher unabhängig, aber da bin ich jetzt auch nicht der Experte. Also ich bin in der Anspracher Sektion und war da schon in der Hütte und das ist wirklich so, du holst dir halt, bevor du losfährst, den Schlüssel und dann bist du halt da und dann sagen dir die, okay, bist du da alleine oder da sind welche oder keine Ahnung, da gibt es halt einen großen Schlafraum und eine Küche und fertig. Mir wurde zugeprostet. Prost. Ich trinke jetzt zum ersten Mal das Dosenbier von der Norma. Es ist schon so weit gekommen mit dir, Dominik. Ein Mann mit Stil. Aber ich mache mir erst Sorgen, wenn du es aus der Schraubplastikflasche von der Norma trinkst. Boah, das riecht auf jeden Fall schon mal komisch. Viel aufmüpfiger sind die Jungs in den Hütten ihrer Alpenverein-Sektion. Da wird schon mal alkoholmäßig über die Stränge geschlagen, da werden Autos von anderen Mitgliedern erst begangen oder überquert. Da wird mal nachts um eins auch gegen sich beschweren. Der Hüttengäste wird ein Feuerlöscher irgendwie gezückt und da werden die Leute eingeschäumt und solche Sachen halt, was man halt so macht, wenn man jung ist. Kurt muss dann auch irgendwann die Sektion wechseln. Aus Gründen, die damit nichts zu tun haben. Die damit nichts zu tun haben. Ich habe euch ja vorhin schon kurz erklärt, wie Klettern damals aussah. Also mit ganz viel Material. Und heute klettert man anders. Also die Vorläufer des Kletterns heute findet man eigentlich gar nicht in der Fränkischen, sondern die lernt Kurt dann bei einem Besuch in der Sächsischen Schweiz kennen. Den er zwischen 1973 und 1974, also zwischen seinem 2.0er Abi und seinem Wehrdienst, schiebt er einen Besuch in der Sächsischen Schweiz ein. Also um Dresden herum auch eine sehr schöne Gegend. Auch eine sehr schöne Gegend. Elbstrandsteingebirge soll super schön sein. Ich war selber leider noch nicht da wieder, aber unbedingt mal hin. Ich sammle nur noch mal den Mut, weil da zu klettern ist noch mal eine ganz andere Liga. Weil? Schwierigkeiten höher? Kommen wir jetzt auch gleich dazu. Also man klettert dort schon seit sehr viel längerer Zeit frei. Oder by fair means, sagt man manchmal auch. Das bedeutet, dass du deine Hilfsmittel, dein Seil, deine Haken, dein Zeug eigentlich nur benutzt, um dich für den Fall eines Sturzes abzusichern. Dass du zum Klettern aber nichts weiter benutzt, als das, was die Natur der Wand oder dir zur Verfügung stellt. Also du fasst nicht an irgendwelche Haken und ziehst dich hoch. Du hast keine Leitern dabei, sondern du nimmst quasi nur deine Finger, deine Hände und die Strukturen der Wände, um da irgendwie hochzukommen. Heißt das aber, da sind Haken drin, um dich selber zu sichern oder musst du die auch noch selber anbringen? Genau, da sind Haken und die sind auch Teil, also es gibt sowas wie festgeschriebene sächsische Kletterregeln und die schreiben tatsächlich vor, es muss mindestens drei Meter Abstand zwischen diesen Haken sein, was okay ist vom Abstand her. In der Regel in der sächsischen sind die aber deutlich weit auseinander. Was halt, also je weiter auseinander, desto höher das Risiko, ja, desto höher kannst du im Fall eines Sturzes quasi. Aber warum ist denn das vorgeschrieben, dass du möglichst viel Risiko haben musst? Na, das ist ein bisschen so ein Bergsteiger-Ethik-Mentalität. Ja, okay, weil wir es können. Genau. Und wenn du es nicht kannst, hast du hier nichts zu suchen. Ja, das ist so. Und sie verbieten auch den Einsatz von Magnesium, also das ist auch in manchen Klettergebieten erlaubt, in manchen verboten, dass die, naja, das ist dann eher so ein optisches Ding. Ja, ja, ja. Also diese Elbsandsteintürme, die sind halt ein Wahnsinnsgebiet auch für Wanderer und sonst was und die wollen halt nicht, dass das irgendwie komplett verschandelt ist. Du darfst auch als Zwischensicherung nur Knotenschlingen nehmen. Also, jetzt weiß ich nicht, wie weit ihr mit dem Klettern wirklich vertraut seid, ne? Aber man hat in der Regel... Einfach gar nicht. Man hat in der Regel... Ja, gar nicht. Okay, dann fange ich mal bei Adam und ich fahren. Sehr gut. Also, in der Regel, wenn du an so eine Wand kommst, ja, dann ist die, wenn du oder ich da hinkommen, dann ist die schon erschlossen. Das heißt, da gibt es schon irgendwie Haken drin. In der Regel hast du ganz oben einen Haken, das ist der Umlenker, das ist so das Ziel, ja. Wenn du den erreicht hast, dann Umlenker, dann lenkst du da um und gehst wieder runter. Du hast aber in der Regel zwischendrin auch Haken. Und wenn du da jetzt ankommst, hast du da ja noch kein Seil oben. Also, in der Kletterhalle hat man manchmal das Seil schon von oben drin. Das heißt, man kann einfach klettern und auf der anderen Seite vom Seil zieht einer immer nach. Und man kann nie weiter stürzen als die Dehnung vom Seil, ja. Weil man ja immer, immer straff gehalten wird. Wenn du aber jetzt draußen oder auch im Vorstiegskletter, nennt man das dann, mit so Haken in der Wand kletterst, dann kletterst du quasi, hast du dein Seil an deinem Gurt und kletterst quasi hoch und nimmst es mit. Und dann bist du am ersten Haken und dann hängst du mit einem, mit so zwei Karabinern, die mit so einer Schlinge verbunden sind, hängst du in diesen Haken und am anderen Ende dein Seil. So, das heißt, du bist mit diesem Haken verbunden. Und ab jetzt kannst du nur den Weg stürzen, der zwischen dir und diesem Haken ist. Also, du bist erstmal für einen Moment sicher. Jetzt kletterst du weiter zum nächsten Haken. Je weiter du dich von diesem Haken entfernst, desto länger wird die Strecke zwischen dir und Haken, was wiederum die Strecke ist, die du dann fällst. Aber nicht nur einmal, sondern zweimal. Weil einmal nach oben raus und einmal nach unten. Weil du fällst jetzt sozusagen auf dem Weg nach unten einmal am Haken vorbei und dann hast du noch genau die Strecke übrig. Genau. Aber du solltest vielleicht auch mal betonen, dass halt irgendwie, man denkt ja gemeinhin, dass es tödliche Gefahr ist, die man hat beim Klettern. Aber im Normalfall, wenn du dich an die Regeln hältst. Darf eigentlich nichts passieren. So, wenn du dich dran hältst, was die offiziellen Regeln sind, dann stürzt du eigentlich nicht zu Tode. Richtig? Das kann man jetzt schwer pauschal so sagen. Jetzt erkläre ich mal kurz das mit dem Haken fertig und dann können wir da nochmal drüber reden. Okay. Also, wenn du zwischen zwei Haken hast, du immer den Weg mal zwei zwischen dir und dem Haken. Plus natürlich noch das Seil, das dir quasi der, der sichert, vielleicht noch zusätzlich gibt, damit du ein bisschen Bewegungsfreiheit hast. Ja, also den Seilweg, den der unten noch so als Schlappseil hat, der kommt auch noch dazu. Aber ich wollte gerade sagen, wie kommt eigentlich der Seil aus dem unteren Haken wieder raus? Naja, da hängt ein anderer Typ dran am anderen Ende. Und der hat quasi so ein, heute ein Sicherungsgerät, früher war es einfach ein Knoten, wo man das Seil quasi immer aus der einen Seite nachziehen kann, aber wo im Fall eines Sturzes blockiert. Also, im Sturz macht der zu, dann kommt kein Seil mehr weiter und du kannst nur den Weg fallen, den das Seil schon in der Wand frei zur Verfügung hat. Und genau, also so in dem Fall nicht, wenn jetzt einer keinen Scheiß macht oder so, kannst du nur diese Strecke fallen. Das heißt aber, je weiter... Was aber trotzdem heißt, wenn du sagst, über drei Meter, heißt es sechs Meter Fall. Ja, im Idealfall. Ja, also sechs Meter Fall. Du musst noch rechnen, du brauchst dann immer noch ein bisschen Seil, einmal für den sicherer, habe ich gerade gesagt, einmal aber auch an deinem Ende, um quasi das hochzuziehen und in diese Schlinge zu stecken und so. Also da hast du auch immer noch so ein bisschen Seil. Je nachdem, wie du zu diesem Haken stehst, ja, kann das mal, musst du das über Kopf ziehen, dann ist es relativ viel. Mal ziehst du es nur auf Pfifthöhe, dann ist es relativ wenig. Also das kommt auch noch dazu. Und so kannst du auf einer drei Meter Strecke, würde ich mal sagen, ganz schnell auch so einen Zehnmeter Sturz hinlegen. Ja, also drei Meter, sechs Meter, dann kommt noch ein bisschen Seildehnung dazu. Hier ein bisschen Schlappseil, da ein bisschen Seil. Also zehn Meter, es gibt Wände, die sind nicht mal so hoch. So viel zu den Gefahren auch an der Stelle. Auch wenn du nicht stirbst, möchtest du keine zehn Meter fallen. Nein, also du guckst schon, also heutzutage bohrt man sowieso viel sicherer. Also heutzutage ist der Weg zwischen zwei Haken. In Kletterhallen ist er vielleicht bei ein Meter zwanzig oder so, also sehr, sehr eng beieinander. Draußen ist es schon oft ein bisschen weiter. Aber bei schwierigen Routen macht man heutzutage auch tendenziell mehr so Haken. Also dass man nicht so viel Weg zwischen den Haken hat, weil das ist die Gefahr. Dass du zwischen zwei Haken stürzt und da so ungünstig Seil zusammenkommt, dass du halt irgendwo entweder auf eine Felskante triffst oder auf den Boden. Und je weiter du hochkommst, desto sicherer wird es. Ja, das ist auch klar. Du kannst auch so mit modernem Material, kannst du locker auch 20 Meter stürzen, wenn da frei ist. So, das macht die Seitdehnung, das nimmt so viel Schwung da raus, dass du relativ weich fällst. Da passiert hier in der Regel nichts. 20 Meter stürzen, das stelle ich mir gerade vor, das ist ja echt ein Albtraum so. Also wir können uns mal YouTube-Videos angucken von Leuten, die echt weit stürzen. Aber ich muss kurz sagen, wie stelle ich mir denn überhaupt so einen Sturz damals und wie stelle ich ihn mir heute vor? Wenn ich, also ich fange an zu fallen, dann mache ich, komm mal an dem Haken vorbei, mach weiter und dann, was passiert dann? Macht es dann einmal und ich stürze und ich breche mal alle Rippen oder federe das in Bungee-Seile oder irgendwas dazwischen. Was passiert da und was kann ich da tun? Gehen wir mal vor dem Fall heutzutage aus, weil das ist jetzt halt die gängige Standardpraxis, ist, dass du A, also dass der Sichere unten blockiert, das heißt, an der Stelle kommt kein Seil mehr. Was der Sichere aber macht, wenn er gut ist, er geht so ein bisschen mit. Also er macht zwar zu, aber er nimmt quasi noch ein bisschen Schwung raus, indem er der Wand entgegen geht. Dadurch bremst er schon mal auch so ein bisschen den Fall. Also er sorgt dafür, dass das nicht rapide so zack, bumm, sondern dass der halt noch ein bisschen mit dem Körper Federung rausnimmt. Ja? Ja. Das ist mal das eine. Das andere ist die Seildehnung. Also ein modernes Kletterseil ist so dehnbar, ist jetzt nicht Bungee-Seil dehnbar, aber es ist so dehnbar, dass du da nicht unbedingt weich, also du fällst schon auch mitunter mal hart rein, aber es ist nicht so hart, dass du dir das Kreuz brichst. Wenn du zum Beispiel bei einem Klettersteig, da kann es dir passieren, dass du, da ist zwar ein Bannfalldämpfer und alles mögliche, aber da kann es dir passieren, dass du sehr, sehr hart reinfällst, weil das Seil an sich dann nicht mehr nachgibt. Da gibt einmal dieser Dämpfer auf, aber du kannst trotzdem relativ hart stürzen, gerade wenn du so ein bisschen Weg noch zurücklegst. Also Klettersteig ist an sich viel gefährlicher als Sportklettern, weil du da mit der ganzen Sicherungstechnik und mit den Dingen, die du halt lernst, damit es halbwegs sicher wird und dem Material dann doch so weich fällst, dass dir bei einem Sturz auch in der Regel nichts passiert. Außer du hast eine sehr, sehr ungünstige Kombination aus Hakenabstand zu weit, der sicherer pennt, du hast was falsch gemacht. So, wenn da alles zusammenkommt, kannst du durchaus... Da ist schon vier Shave gelaufen, dann quasi... Es gab auch schon in der Halle tödliche Stürze, weil jemand seinen Knoten nicht zugebunden hat. Das kann immer passieren, aber rein vom Material her ist es schon darauf ausgelegt, dass es ein relativ sicherer Sport mittlerweile ist. Okay, und schwingt man dann nicht eigentlich Richtung Wand noch oder von der Wand weg und dann wieder zur Wand hin? Das kommt ein bisschen darauf an. In der Regel schon, weil du fällst ja dann einmal so von der Wand weg und pendelst und wieder dagegen. Das federst du normalerweise mit deinen Füßen ab. So, ich meine, das kann natürlich passieren, je steiler die Wand wird, dass du auch mal dann dich drehst und mit dem Kopf irgendwie vorausfällst, aber in der Regel fällst du mit den Füßen runter und bremst das dann mit den Füßen ab. Also so eine Sprunggelenksverletzung oder so, das kann dir tatsächlich schon mal auch passieren. Bei einem relativ harten Sturz gegen die Wand, wenn du wirklich mal 20 Meter fällst und dann gegen die Wand donnerst, wenn du das nicht geübt bist, wenn du da nicht irgendwie darauf vorbereitet bist, dann kann dir das schon ein bisschen wehtun, aber du überlebst es. Bist du mal in sowas reingefallen? An so einer Strecke nicht. Also ich bin schon auch gestürzt, also auch draußen. Ich meine, jemand wie ich, also der jetzt wirklich nur hobbymäßig und auf einem ganz anderen Limit klettert, der klettert mit sehr viel Angst und der klettert eigentlich selten an der Sturzgrenze. Also du kletterst eigentlich in der Regel Schwierigkeiten, wo du weißt, das kann ich theoretisch klettern und bevor du an den Punkt kommst, wo du volles Risiko gehst, dass du stürzen könntest, gibst du eigentlich eher auf und sagst, ja okay, da kletter ich jetzt gar nicht weiter, weil da traue ich mir nicht zu. In dem Moment, wo du gesagt hast, dass du mit sehr viel Angst kletterst, habe ich wirklich so Splinter-Asia-Style in meinem Kopf dir raten wollen, so Angst dein größter Feind ist, die Angst du ignorieren musst. Nee, 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 nee. Also Angst ist, und das sagt ja auch jeder Kletterer, Angst ist das, was dich am Leben hält. Okay. Jemand, der angstfrei klettert, der ist dem Tode geweiht. Du musst damit umgehen können. Und ich kann nicht super gut mit meiner Angst umgehen. Aber ich habe auch keinen Anspruch. Irgendwann mal Routen zu klettern, die noch nie jemand vor mir geklettert ist. Den Anspruch habe ich nicht. Von daher bin ich da relativ safe. Aber ohne Angst klettert eigentlich kaum jemand. Also ich habe noch keinen getroffen. Gut. So, wie komme ich jetzt wieder zurück? Wo war ich? Ach, ich war noch bei der sächsischen Kletterethik. Genau, was ich noch dazu sagen wollte, was man üblicherweise machen kann, wenn Haken, also manchmal gibt es die Wand nicht her, manchmal gibt es die Kletterethik nicht her, dass man auf kurzer Strecke mehrere Sicherungspunkte setzt. Also manchmal wird der Weg zwischen zwei Haken sehr, sehr lang. Und was man dann macht, ist, man versucht zwischendrin sich behelfsmäßige vorübergehende Hakenersätze zu schaffen. Ja, also es kann sein, dass du dir eine Bandschlinge um ein Fels, also wenn so ein Loch im Fels ist, kannst du da eine Bandschlinge durchstecken und da kannst du dann deinen Karabiner hinhängen. Das ist dann wie ein Haken. Ja, oder du kannst, es gibt so kleine, heute gibt es so kleine Metallkeile, ja, so Klemmkeile. Die kannst du dann in so einen Spalt einfach reinklemmen und, also wenn du die von oben so richtig reinklemmst und die verjüngeln sich quasi so nach unten, dann klemmen die, keilen die sich da so richtig rein. Und das hält in der Regel auch sehr, sehr viel aus. Also es hält nicht immer und manchmal bricht auch der Fels aus, aber du kannst damit schon mal einen vorübergehenden Sicherungspunkt schaffen, der, ja, in vielen Fällen schon hält. Und dann gibt es noch kompliziertere, also welche mit so Knöpfen, die dann so auf und zu gehen, wo man dann auch wirklich noch andere Arten von Spalten, aber so weit wollte ich jetzt gar nicht gehen. Das ist in der Sächsischen alles nicht erlaubt. Also ich meine, Klemmkeile gibt es da schon, diese komplizierten Apparate gibt es noch nicht. In der Sächsischen ist nur erlaubt, dass du Knotenschlingen legst. Also das heißt, du nimmst ein Stück Seil, machst einen Knoten rein und schaust, dass du den irgendwie in so einen Felsspalt klemmst. Dass einfach der Knoten von dem Seil sich so verklemmt, dass du da deinem Leben dran vertrauen kannst. Okay. Ist diese Ethik bis heute noch in dem Gebiet eine Sache? In weiten Teilen, ja. Und deswegen ist die Sächsische auch nach wie vor halt wirklich ein abenteuerliches Gebiet, wo Profikletterer aus der ganzen Welt manchmal mit dem Kopf schütteln. Das ist schon noch so. Also da gibt es sicherlich auch modernere… Die hören da gerade mit Stolz garantiert rein, so… Da gibt es sicherlich mittlerweile auch modernere Routen, die besser abgesichert sind, weil das einfach so der modernen Art des Sportkletterns wird zum Breitensport, ja. Das ist einfach der modernen Art geschuldet. Aber so die Klassiker und so, das ist ziemlich schäbig gesichert. Auch da habe ich ein Bild, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber da sieht man mal, wie man so eine Schlinge durch so eine Sanduhr, nennt man das, wenn so ein Loch im Fels ist, wo man dann so eine Schlinge durchstecken kann. Und da kann man dann sich sichern oder da kann man so einen Stand bauen und von da aus dann weiterklettern. Genau. Also ihr habt jetzt schon gelernt, die Sachsen sind klettermäßig ein extrem eigensinniges Volk. Und auf viele Auswärtige wirkt es, als wäre es ein Haufen Lebensmüder. Und die machen sich auch einen Spaß draus, dass jetzt da ein paar Franken kommen und schicken die natürlich ein paar extra grusige Routen, die eigentlich vom Schwierigkeitsgrad her einfach wären, aber die halt einfach durch die Höhe und durch die Hakenabstände und durch andere Dinge sich wahnsinnig gefährlich anfühlen. Und tatsächlich macht es im ersten Moment den Besuchern auch gar nicht so viel Spaß. Es ist ziemliche Arbeit, sich da hoch zu schinden. Aber am letzten Tag seines Aufenthalts wagt sich Kurt noch eine ziemlich schwere und sehr, sehr schlecht absicherbare Route in einem ziemlich hohen Schwierigkeitsgrad, die er dann aber durchsteigt. Und in dem Moment leckt er Blut. Also in dem Moment steht er fest, hey, eigentlich ist genau das meine Art von Abenteuer. Aber eigentlich ist ganz schön assig jemanden, wo du denkst, ah, die können das noch nicht so gut. Höhöh, wir schicken sie genau, in Anführungszeichen, in den Tod. Ja, ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dir das heute immer noch ähnlich passieren kann, wenn du da hinkommst und an die Falschen gerätst. Also ich würde nicht sagen, dass es zwangsläufig so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass so diese Kletterethik, das ist so tief verwurzelt, ja. Und dann kommt auch so ein Wir und die Auswärtigen dazu, ja. Also das ist schon auch viel mit Ego alles zu tun. Also nach der Rückkehr muss Kurt zum Wehrdienst, was ein heftiger Einschnitt ins Leben von so einem Freigeist ist, ja. Und schon nach sieben Tagen beim Bund muss er seinen ersten Strafaufsatz schreiben, weil er seinen Spind offen stehen hat lassen. Immerhin aber ist er in der Sichtnähe des Wilden Kaisers stationiert und kann jetzt noch viel öfter eigentlich ins Gebirge fahren zum Klettern. Einmal holt er sich dabei einen Schädelbruch, schon beim Zustieg, was so ein bisschen gefährlich ist. Also da ist ein Steinschlag schon auf dem Weg zum Klettern und sie müssen dann umkehren. Und in der Hütte kriegt er dann irgendwie so einen behelfsmäßigen Verband und dann müssen sie wirklich noch weiter absteigen und dann per Anhalter ins nächste Krankenhaus fahren. Also ist auch das schon so ein bisschen... Große Freude. Es hätte auch schlimmer ausgehen können, ja. Davon abgesehen verläuft sein Wehrdienst relativ ereignislos und er freut sich sichtlich dann, als er nach 270 Tagen in sein Kletterbuch schreiben kann, aus ist's. Also er hat auch da so ein bisschen, es war nicht nur ein Kletterbuch, es war auch so ein bisschen Tagebuch für ihn. Seit er aber in Sachsen war, grübelte er auf diesem Thema Kletterethik herum, ja. Er hat das Gefühl, dass das Klettern in der Fränkischen Schweiz sich in so eine Sackgasse entwickelt und dass dieses, also man nennt das technisches Klettern, dieses Klettern mit ganz viel Behelfsmaterial, dass das einfach keine Zukunft hat. Und umso geiler findet er das eigentlich in Sachsen, wo die Leute, er beschreibt es so ja, dass die Leute da den Berg noch eine Chance lassen, ja. Und dass das nicht das Ziel das Ziel ist, sondern auch der Weg das Ziel. Und die ganzen Regeln, die es quasi gibt, das ist ja kein Problem in der Fränkischen Feen, so quasi, da ist ja keine Herausforderung mit dabei. Das ist so die Richtung, in die es jetzt geht, oder? Oder würdest du Green Climbing machen, oder? Nein, also es ist alles so ein bisschen richtig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es gar keine Herausforderung ist, aber ich glaube, er fühlt, dass das nicht für ihn, dass da irgendwann ein Limit erreicht ist, ja. Was man damit machen kann. Dass es irgendwann einfach nicht mehr weitergeht, weil einfach das zu leicht wird dadurch. So, es entwickelt sich das Material weiter, die Klettertechnik entwickelt sich weiter, die Jungen trainieren so. Also irgendwann kommst du vielleicht mit diesen Klettertechniken dann überall hoch und dann ist es nicht mehr spannend. So, das ist ein bisschen seine Sorge. Das ist noch nicht so, aber das ist so ein bisschen die Sorge. Okay. Und er fährt dann auch mindestens einmal im Jahr nach Sachsen zurück, oft zusammen mit Flipper, für eine Woche, wie er es nennt, Gammelleben, wo sie dann wirklich auch direkt am Fels wohnen und nebenbei auch ein bisschen klettern. Aber jetzt mal einmal im Jahr nach Sachsen ist jetzt eigentlich auch nicht so krass, wenn du überlegst, Nürnberg-Dresden ist jetzt nicht so die Hammer-Distanz. Das ist fast ein bisschen wenig, so für mich. Könnte er sich ja öfter mal gönnen. Könnte er sich öfter gönnen. Wenn er dann dort ist, arbeitet er sich durch die sächsischen Klassiker, wo dann auch mal die ein oder andere so richtig hammerschwere, 50 Meter lange Route dabei ist, die nur zwei Sicherungsringe hat und so. Und man muss auch sagen, tatsächlich gilt eigentlich die fränkische schon als relativ schlecht abgesichert. Ich finde es irgendwie ein bisschen absurd, dass die Schwierigkeit und das Sich-Beweisen darin liegt, wie selten man gesichert wird. Wenn ich jetzt überlege, als Skifahrer gibt es ja diese, naja, drei Abstufungen, die man üblicherweise sagt, naja, eine blaue Piste, die so, naja, die ist halt minimal Steigung, sodass du gerade noch Skifahren kannst, nichts im Weg. Eine rote, da sind dann vielleicht mal ein bisschen Buckel drin und sowas. Und eine schwarze, die ist dann in der Regel ordentlich steil. Und schon auch dann anspruchsvoll. Aber das ist doch irgendwie eher der Spaß sozusagen, dass du sagst, oh, ich komme mit dieser technischen Sache zurecht. Oder ich habe einfach generell auf diesem Ding jetzt Spaß an sich. Und nicht irgendwie dieses, oh, das birgt weniger Verletzungs- oder Absturzgefahr. Ja, du denkst schon in die richtige Richtung. Weil das ist genau die Entwicklung, die das ganze Thema jetzt durchmacht. Bisher musst du dir das vorstellen, du darfst gar nicht an Klettern denken bisher, sondern an Bergsteigen. Und beim Bergsteigen geht es darum, oben zu stehen. So, koste es, was es wolle. Auf welchem Weg auch immer. Du musst irgendwie am Leben bleiben und hochkommen. So. Und darum geht es. Und jetzt sind wir schon ein ganzes Stück auf der Entwicklung. So, hm, ja, vielleicht ist das gar nicht das Einzige. Vielleicht ist da ja auch wirklich so ein sportlicher Gedanke drin. Vielleicht gibt es noch mehr. Vielleicht kann man das Thema auch anders angehen. Also nicht bloß oben stehen, sondern cool hochkommen ist doch vielleicht noch eine Sache. Genau, das sind wir jetzt genau, genau mit ihm drin. Also wir sehen das Ende noch nicht. Aber das ist schon der richtige Gedanke, den du hast. Kurt schreibt später über die Jahre in der sächsischen Schweiz. Und voll drauf. Und er ist sogar so beeindruckt, dass er sich einiges von dieser Mentalität dann mit nach Hause bringt und in der Fränkischen anfängt, die bestehenden Kletterrouten frei zu klettern. Also die bestehenden fränkischen Routen nicht nach den bisherigen fränkischen Maßstäben zu klettern, sondern eigentlich mehr oder weniger nach den sächsischen Maßstäben zu klettern. Also Sachsen-Style. Sachsen-Style. Okay. Wop, wop, woppa Sachsen-Style. Also da, wo andere nur mit Haken und Leitern nach oben kommen, benutzt er nichts weiter als Hände, Füße und natürliche Wandstrukturen. Das ist natürlich viel, viel härter. Und viel, viel gefährlicher. Nein, er sichert sich schon. Also sichern ist schon erlaubt. Ja, aber nicht. Er macht es sich einfach bewusst schwerer. Nicht damit, also nicht irgendwie den Haken, wo du dein Seil reinhängst, auch noch deinen Finger reinhängen und dran ziehen. So, das ist nicht erlaubt. Aber dein Leben sicher gestalten, dass du im Falle eines Sturzes trotzdem nicht bis auf den Boden knallst. Das ist auf jeden Fall drin. Aber, also er macht wirklich, er sucht sich quasi eine Herausforderung, wo andere sagen, er ist komplett bescheuert. Weil sie klettern da hoch und sind oben. Und also geschafft, kein Problem. Und er macht es sich aber absichtlich schwer. Und das versteht erst mal keiner. Also sozusagen, wo die anderen sagen, ja klar schlage ich mir meine Sachen in die Wand, damit ich den Weg nach oben kriege, weil ich will ja nur hoch. Sagt er, nein, es geht darum, den Berg zu lesen, wo ich da wie hoch kann, weil ich es für mich können will, ohne dass ich sozusagen den Berg bearbeite. Ja, auch das, also auch das Berg bearbeiten, das ist jetzt nicht der wichtigste Aspekt. Also ich meine, trotzdem muss man ja dann erst mal so ein Loch in so eine Wand irgendwie kriegen und dann einen Haken reinstecken und so. Das ist schon auch, das ist jetzt nicht so der wichtige Aspekt. Aber es ist tatsächlich weg von dem Gedanken, so platt wie es klingt. Es ist nicht das Ziel, das Ziel, sondern der Weg. Das klingt total abgedroschen und platt, aber so kann man sich das an der Stelle gut vorstellen. Aber damals gibt es nichts in der Art. Also es geht ja schon in die Richtung, dass er das jetzt quasi dann etablieren wird. Also es gibt es punktuell, zum Beispiel in Sachsen macht man das, aber er bringt es jetzt in eine Gegend, wo keiner das kennt und keiner das versteht. Und sie sind halt auch so krass unterwegs, dass sie quasi jeden Tag draußen am Klettern sind. Damit machen die das Thema auch präsent und damit schüren die auch diese Kontroverse so ein bisschen an. Also sie klettern sich quer durch die Fränkische. Es gibt Tage, wo er mit Flipper klettert, wo sie sich dann zwischendrin nicht mal ausbinden. Also sie bleiben am Seil verbunden und klettern dann quasi durch die Beifahrertür ins Auto und fahren zur nächsten Wand. Wo sie halt so viel klettern, dass sie noch nicht mal die Zeit fürs Ausbinden sich nehmen. Und es bittet sich auch so eine ganze Gruppe. Also ich hoffe, dass dann das Seil links beim Fahrrad zum Fenster rausging, übers Auto drüber und auf der anderen Seite wieder rein und nicht im Auto war. Na, das ist ja, wenn sie dann von unterschiedlichen Seiten einsteigen. Ja, genau. Genau, sie steigen ja von der gleichen ein, damit genau das nicht passiert. Aber das Bild wäre schöner. Kurt war ja schon immer so ein bisschen in der Gruppe unterwegs und hatte da auch schon viele Freunde. Und die ganze Gruppe um Kurt findet das Thema auch spannend. Also sie schließen sich da so ein bisschen an und gemeinsam befreien sie jetzt Route um Route. Also alle Routen, die da schon mal... Was heißt das Befreien? Naja, es heißt Freiklettern. Das nennen die so, okay. Aber sie nennen es Befreien. Naja, ja. Ja, 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 ja. Das hast du gerade gesagt. Ja, ja. Ich überlege jetzt gerade, ob das der gängige Bergsportbegriff ist oder ob die das so verwenden. Also sie klettern eine Route frei und dadurch befreien sie die. Ich glaube, das würde man auch so sagen im Klettersprech. Und also alles, was bisher nur mit Blech und Geklimper irgendwie ging, machen die jetzt einfach sportlich. Und an vielen Stellen gehen sie dann sogar nach kurzer Zeit noch einen Schritt weiter und klopfen nach einer gelungenen Begehung sogar die unnütz gewordenen Hakenstifte und künstlichen Kletterhilfen aus der Wand. So dass nur noch die... Ist auch irgendwie arschig, wenn Leute nämlich was anderes machen wollen. Das ist ein ganz wunder Punkt, auch heute noch im Klettern. Ja, sie verbauen quasi den anderen damit den Weg, das so zu gehen, wie sie es immer gegangen sind. Aber nur, wenn sie auch wirklich den Beweis angetreten sind, dass es auch geht, so wie sie es... Ja gut, aber es gibt ja auch Menschen, die nicht auf ihrem Niveau sind und das vielleicht trotzdem nicht haben wollen. Also trotzdem, so oder so, assig so. Du hast vollkommen recht. Also es ist quasi die Rebellion, die da die junge Generation vorzieht. Sie setzen ein Zeichen für den Wandel. Und das hat viel mit auch besserer Ausrüstung zu tun, habe ich gerade schon angedeutet. Gerade die Schuhe, ja, neue Arten von Schuhen machen da einen Riesenunterschied. Was du vor einigen Jahren halt noch nicht klettern konntest, kannst du plötzlich klettern, weil du viel mehr Grip hast an den Füßen und solche Dinge. Und in den Jahren werden auch die Vorläufer moderner Sicherungsgeräte entwickelt von Salewa und Fritz Sticht. Es werden die ersten dynamischen Kletterseile... Fritz Sticht? Okay, ja. Es werden die ersten dynamischen Kletterseile, also die, die auch wirklich nachgeben, entwickelt von Edelritt und Heinrich Opitz. Es werden von Oskar Bühler rostfreie, zementierbare Haken entwickelt. Bühler-Haken kennt eigentlich auch jeder, der draußen klettert, den Begriff. Das sind so diese... Das sieht einfach aus wie so ein Zeh, das so in die Wand zeigt. Und das ist aber quasi mit den Stiften in Löchern in die Wand gesteckt und dann einzementiert. Und das ist so auch heute so der Standard. Aber es heißt einzementiert? Einzementiert. Mit so Schnellzement. Wird dann da irgendwie mit reingeschmiert und dann ist der da eingeklebt mehr oder weniger und kommt nicht mehr raus und hält es bombenfest. Okay. Aber deine Kletterkumpanen, die schneitzen jetzt gerade mit der Zunge. Das sind jetzt lauter etablierte Standards, die jetzt in dieser Zeit quasi entstehen. Also Sicherungsgeräte, genau, das ist das, was ich meinte. Das ist das, was man heute benutzt. Ja, da gibt es natürlich viel fortgeschrittene Geräte schon. Aber die ersten werden genau in der Zeit entwickelt. Dynamisches Kletterseil ist Standard im Sportklettern, damit du eben dich nicht dein Kreuz brichst beim Sturz, sondern dass du möglichst weich fällst. Diese Haken machen es halt so viel sicherer. Vorher hat man halt irgendwelche Keile in den Fels geklopft oder irgendwas in irgendwelche Löcher gesteckt, was halt windig und wackelig war. Und gerade auch, dass die rostfrei sind und halt dadurch viel, viel länger halten. Das ist auch so ein Ding. Also du hast sonst immer das Problem, das hast du auch heute das Problem, dass du auch, wenn du draußen bist, du weißt ja nie, wer wann diesen Haken irgendwo reingebohrt hat. Und du bist immer so ein bisschen auch auf deine Einschätzung, auf deine eigene Einschätzung der Situation angewiesen. Und gerade wenn du in Kroatien zum Beispiel am Meer kletterst, da ist so die Korrosion durch die Seeluft, die saltige Seeluft und so, wenn du das nicht weißt oder nicht kennst oder so, dann tust du dich da auch sauschwer einzuschätzen. Ey, hält das jetzt mein Leben aus, wenn ich da mit etwas Dampf in diesen Haken stürze oder bricht der einfach aus der Wand. Und das sind aber schon Dinge, die man halt da auch lernen muss, um sicher unterwegs zu sein. Also Philipp, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, aber ich denke mir da jedes Mal so, ey, ich hätte da sowas von keinem Bock. Ja, ja, bin ich bei dir. Also da bin ich wirklich so ein Schisser, was sowas angeht. Naja, der Witz ist ja, dass diese ganze Entwicklung, also dieses Klettern, ich bin fest davon überzeugt, das ist ein menschlicher Urtrieb. Und alles, was wir jetzt hier aber durchmachen an Entwicklung, ist ja eigentlich nicht, um das Klettern zu verbessern, auch ein bisschen, ja. Aber das meiste davon ist einfach, um dein Leben sicherer zu machen. Also es ist einfach nur der Wunsch nach Sicherheit und Klettern massentauglicher zu machen. Ja gut, aber in unserer modernen Gesellschaft müssen wir ja nicht mehr klettern. Also ich muss ja kaum mehr eine Treppe hochgehen. Also nicht, aber der Trieb ist ja offensichtlich durch die ganze Menschheitsgeschichte schon immer da gewesen. Ja, da hatten wir auch schon mehrere Folgen mit der Besteigung von Bergen, hatten wir immer schon, dass das so ein Ding war, gar keine Frage. Und ich verstehe schon auch, dass da die Sicherungsmaßnahmen immer besser werden, aber wo ich Dominik schon verstehe, ist dieses Argument gerade mit dem, was du gerade gebracht hast, mit diesem, ja und da hast du einen Haken, auf den muss ich mich verlassen, sonst falle ich und bin tot. Ja, kann man keinen Bock drauf haben, verstehe ich. Aber ich meine, du gehst bei jedem Risiko, bei jedem Sport, gehst du ein gewisses Risiko ein. Nicht bloß beim Sport. Beim Mountainbiken musst du auch einschätzen, kann ich mich jetzt da runterstürzen, wird es vielleicht gefährlicher, wenn ich versuche da langsam runterzufahren oder breche ich mir da den Hals? Das mag ich auch nicht. Naja, gut, aber ich glaube, dann dürftest du halt nicht mal Auto fahren oder zur Tür rausgehen. Ich sage jetzt nicht, dass jeder das macht. Naja, nee, ich verstehe schon, was du sagst. Es gibt viele Sportarten und wenn man eben Bock auf den einen oder anderen Sport hat, dann muss man sich mit den Risiken gut auseinandersetzen. Und dahingehend ist Klettern ein sehr sicherer Sport, weil du dich sehr, sehr bewusst mit den Risiken auseinandersetzt. Zum Beispiel Fahrradfahren ist, glaube ich, kein so ein Sport, wo du dich wahnsinnig lange mit Risiken auseinandersetzt. Fahrradfahren, ja, kann ich, jetzt stürze ich mich da halt runter. Vielleicht verpeile ich das jetzt auch, vielleicht ist das gar nicht so. Aber es gibt Sport, es gibt zugänglichere Sportarten, wo das Risiko nicht ganz so offensichtlich ist, wo du dich vielleicht gar nicht so damit beschäftigst. Beim Klettern wirst du gezwungen, mehr oder weniger erstmal, dass dir einer erklärt, wie das geht. Und damit kriegst du das Thema Sicherheit schon von Anfang an mit eingebläut. Ja, guck, da liegt es halt in der Natur der Sache. Wenn du runterguckst, dann sagt dir deine innerste Angst schon, da würde ich nicht runterfallen, dann bin ich tot. Wenn du mit einem Fahrrad auf einer Straße entlang fährst, fühlst du dich nicht mit dem Leben sofort bedroht, wenn dir nicht im Kopf klar ist, dass du jetzt gleich ein 15 Tonner um die Ecke donnern kannst oder ein Sportauto dich von hinten erwischen oder ähnliches. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch das ganz böse Trügerische am Autofahren und insbesondere wenn Leute auch besoffen Autofahren, weil du fühlst dich ja mega sicher in diesem Stahlkäfig, in dem du rumdonnerst. Klar hat er auch sehr viele Sicherheitsfeatures und Co., aber du siehst halt auch immer wieder, wie sich Leute einfach durch dieses Ding sogar genau dem entgegen fühlen, was Jürgen mit dem Klettern erzählt. Und zwar so richtig unverwundbar und dann völlig über Risiken und ja einfach physikalisch mögliche Dinge drüber gehen und dann halt Unfälle bauen. Also das Klettern hat ja auch irgendwie den Vorteil, dass dir sofort klar ist, okay, das ist gefährlich. Wenn ich jetzt hier auf 10 Meter hoch kletter, das ist gefährlich. Was jetzt schwieriger zum Beispiel ist, ist Klettersteigen, weil das ist viel, viel zugänglicher. Ein Klettersteig sieht oft erstmal harmlos aus. Und da sind Leute, ja okay, dann hänge ich mich da halt ein. Ganz kurz, lehre uns doch mal den genauen Unterschied zu einem Klettersteig. Also es gibt sicherlich Bereiche, wo die Themen so ein bisschen verschwimmen, Kletter, Klettersteig. Aber ein Klettersteig ist in der Regel, was das wurde ursprünglich mal eingerichtet, um halt einfach den Berg zu überwinden. Also da ging es nicht darum, hochzukommen oder irgendwie den Sport zu genießen, sondern halt von A nach B zu kommen, weil hinter dem Berg irgendwas anders lag. Also haben die Leute halt angefangen, da Stahlstifte in die Wand zu schlagen und ein Drahtseil irgendwie entlang, wie so ein Handlauf. Ja, zu machen, dass du dich halt da irgendwie an diesem Handlauf mit einem Karabiner und einer Schlinge irgendwie einhängen kannst und dann halt relativ sicher über diesen Berg kommst. Also das, was du noch siehst, wenn du irgendwo siehst, die 15 verrücktesten und gefährlichsten Schulwege, die Leute immer noch zurückkehren in, keine Ahnung, extrem ländlichen Bolivien oder wie auch immer. Ja, die sind aber in der Regel ungesichert. Ja, ja, ja. Aber das Ganze in der Sportvariante mit Sicherung. Und Klettersteig gehen hat einen ziemlichen Boom gemacht in den letzten Jahren. Gefühl, das ist schon wieder ein bisschen am Abflauen, aber es gab vor so zehn Jahren so einen Klettersteig-Boom, wo ganz viele auch neu eingerichtet wurden und jeder plötzlich so einen Klettersteig machen wollte. Und das Problem ist, die Leute haben sich einfach ein Klettersteig-Set gekauft und haben gedacht, okay, damit hänge ich mich da ein und fertig und dann kann mir nichts mehr passieren. Und dass die Kräfte, die bei einem Sturz am Klettersteig wirken, viel, viel brutaler sind unter Umständen als beim Klettern, das machen die Leute sich gar nicht bewusst. Warum sind die brutaler? Weil du viel, also dieses Klettersteig-Set, das ist deine Lebensversicherung. Also in der Regel, wenn du das richtig benutzt, überlebst du. Es ist aber jetzt nicht per se so designt, dass du dir nichts brichst oder dass du möglichst angenehm fällst, weil ein Sturz ist anders als beim Klettern, ist ein Sturz nicht vorgesehen. Also du versuchst nicht zu stürzen. Beim Klettern gehört Stürzen mit dazu. Und deswegen sind da die Sicherungsmechanismen so ausgetüftelt mittlerweile, dass das Stürzen als ungefährlicher Teil der Sportart quasi mit dazu gehört. Beim Klettersteig ist deine Lebensversicherung. Das heißt, du kannst schon mal, wenn es an so einem Drahtseil hängt und zwischen zwei so Stiften halt auch einige Meter platt sind, kannst du diesen ganzen Weg runterrauschen. Dann fällst du da erstmal in dein Klettersteig-Set. Da geht so ein Bandfalldämpfer auf, also das ist so eine zusammengeschoppte Bandschlinge, die vernäht ist und die reißt dann die Naht so nach und nach auf, dass du so plopp, 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 dass du so ein bisschen gedämpft wirst. Sonst würdest du vielleicht in der Mitte auseinanderbrechen im Extremfall. Also das ist tatsächlich, das hält dich unter Umständen am Leben, aber es kann dir passieren, dass du dir dabei das Kreuz brichst oder dass du dir einen Arm oder ein Bein oder irgendwas. Also Klettersteig ist unter Umständen gefährlicher als Sportklettern und das machen sich aber wenige bewusst, weil das halt viel zugänglicher wirkt. Und deswegen halte ich das für viel, viel gefährlicher, weil man sich da nicht so mit den Risiken auseinandersetzt. Und könnte man nicht da auch einfach die gleichen Sachen verwenden wie beim normalen Klettern oder ist genau dieses, dann müsstest du aber auch mehr lernen und dann ist es wieder nicht so zugänglich. Und wenn du das dann schon machst, dann willst du auch gleich normal klettern klettern. Also man könnte es sicherlich auch verbessern, da gibt es sicherlich Möglichkeiten, man müsste dann auch die Leute besser schulen. Aber es ist nochmal was anderes, ob du halt einen teils auch nicht nur vertikalen, sondern auch horizontalen Weg zurücklegst, als wenn du einfach irgendwie von unten nach oben irgendwo hochkletterst. So, das ist nochmal irgendwie anders halt in der Art, wie du dich sicherst und wie du dich da irgendwie sicher bewegst. Also kann ich dir jetzt nicht wirklich kompetent beantworten, glaube ich. Könnte man wahrscheinlich schon irgendwie auch sicherer machen, aber... Aber wir müssen ja davon ausgehen, dass unsere Hörerinnen und Hörer, genauso wie der Philipp und ich, nur sehr rudimentäres Wissen haben. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig, da ein bisschen so die Breite ein bisschen mitzugeben. Also ich würde für beide Sportarten auf jeden Fall rausgeben, nehmt entweder einen, dem ihr wirklich, wirklich gut vertraut, der euch da mitnimmt und das wirklich euch mal auch anständig erklärt und dem ihr wirklich auch euer Leben anvertrauen würdet oder macht einen Kurs, was noch viel, viel besser ist. Genau, aber das ist jetzt der Moment, wo der Jürgen auch kurz mal zu verstehen gibt, dass er auch ab kommendem Jahr dann als Kletterlehrer quasi zur Verfügung steht. Habe ich tatsächlich schon überlegt, ja, aber du musst halt auch erst wieder so eine Ausbildung machen und ich weiß nicht, ob ich da wirklich... Ja, das ist nämlich das eins der T-Shirt-Vorschläge, die wir vorne angekündigt haben, ist, ich bin mit Jürgen Kraus klettern gewesen. Ach, wie war das schön. Ach, ja, schön reingeschummelt hier noch. Das ach. Also, ich wollte euch gerade noch davon vorschwärmen, wie toll dieser Herr Bühler ist. Der hat nämlich Zeit seines Lebens dann mit den selbst erfundenen Haken des Frankenjura im Grunde beglückt. Also, der ist rumgewandert und hat sich in diese ganzen Routen eingehängt, hat alte Haken rausgemacht und hat seine viel, viel sicheren neuen Haken da selber eigenmächtig einzementiert. Ey, stell dir halt mal vor und dann halten die nett. Wirst du doch seines Lebens nicht mehr froh. Dann hätten wir ja heute über Oskar Bühler geredet wahrscheinlich. Oh ja. Aber der hat 2500 von diesen Haken übers ganze Frankenjura verteilt und bis ins hohe Alter war er da in einem selber genähten Klettergurt aus einem alten Feuerwehrschlauch in der Wand gehangen und hat irgendwie Haken gesetzt. Also, super. Der Wahnsinn. Aber der kam nicht zufällig aus Nürnberg, oder? Ich weiß nicht genau, wo der herkommt. Ich weiß auch nicht, ob der nicht noch... Naja, wahrscheinlich lebt er nicht mehr. Das weiß ich jetzt gar nicht genau, wo der her war. Aber ich denke, der war schon auch hier aus der Gegend, weil sonst hätte er nicht jetzt hier so sein... Es gibt auch andere Klettergebiete in Deutschland quasi. Also nicht nur das Frankenjura. Weil eine Firma, die in weniger als Wurfweite hier entfernt sich befindet, heißt Bühler. Deswegen. Also, ich schaue gerade nach. Tatsächlich ist er aus Nürnberg. Ah, und sein Spitzname war auch Ossi. Also, offensichtlich ist Ossi auch die Kurzform von Oskar oder vielleicht auch nur die Kurzform von Oskar. Also, er wurde 1911 in Nürnberg geboren und ist 2001 gestorben. Habe ich jetzt gerade nachgeguckt. Kann sein, dass das die Nachkommen... Also, der hat eine Firma gegründet mit diesen Haken, glaube ich. Also, das kann schon durchaus sein, dass das daraus irgendwie entstanden ist. Das kann ich jetzt... Sehr lustig. Ich kenne die Firma nicht. Kurt fängt nun außerdem an, mehr oder weniger erstmalig systematisch fürs Klettern zu trainieren. Also, nicht nur mal ein paar Klimazüge zu machen, sondern wirklich fokussiert auf... Darauf ausgerichtet, seine Leistung beim Klettern zu verbessern. Hä? Aber die Differenzierung habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Weil du hast uns ja vorhin schon ziemlich deutlich gemacht, dass er schon... Dadurch, dass er halt irgendwie die Fingerfertigkeit trainiert, dass er da schon sehr clever... Jetzt passt er auch noch auf. Nein, aber also, wo ist jetzt der genau Unterschied? Also, es ist... Ja, es ist nicht so weit hergeholt, dass er... Also, er hat früher auch Sport gemacht. Darf ich vermuten, wo der Unterschied herkommt? Na, top. Weil tatsächlich, wenn du mir was empfiehlst, es ist ja eine heilige Pflicht, es zu gucken oder zu hören oder zu lesen. Für andere Leute, aber nicht für dich. Und eine der unzähligen Dinge, die ich diesbezüglich konsumiert habe... Wie sich es einfach jedes Mal steigert. Ist ja der... Ähm, dieser Extremkletterer, der den, ähm, diese, diese Wand hochgegangen ist im Yosemite. Alex, no big deal, Honnold. Genau, so. Und, ähm, diese Wand ist ja jetzt, ähm, nur dessen geschuldet, dass mir gerade nicht einfällt, wie es heißt, aber... Ich glaube, den El Capitan. Den El Capitan, der quasi der, ähm, Mac OS X Hintergrund einmal war. Und, ähm, das ist ja im Prinzip, ist es ja eine 90 Grad Steigung, einfach einen gefühlten Kilometer nach oben. Mehr als ein Kilometer. Was der... Ach, es ist wirklich mehr als ein Kilometer. Alter. Okay, also, stellt euch einfach, einfach mal eine komplett flache Ebene nach oben vor, mehr als ein Kilometer hoch. So. Unvorstellbar. Also, diese, ähm, diese Dokumentation, ähm, ist extrem sehenswert, auch unvorstellbar, wie sie das gedreht haben, weil es mussten ja Menschen mitklettern mit ihm. Und dann halt mit Drohnen noch filmen und dergleichen, ja, also das ist Wahnsinn. Und der Typ selber ist auch, äh, jemand, über den, ähm, Jürgen und ich uns des Öfteren schon beümmelt haben, ähm, und, äh, begeistert haben, weil der halt auch absolut charismatisch ist, mit einem ganz, ganz trockenen Humor, hat auch ganz viele Talks gehalten in der Vergangenheit. Fantastischer Vortragsredner, also, da wirst du kaum einen besseren, äh, authentischeren finden als ihn, finde ich. Genau, aber, äh... Außer Jürgen Kraus jetzt. Außer Jürgen Kraus. Um den, ähm, quasi hier das abzuschließen, weshalb ich das jetzt erwähne. Bei dem, der ist ja körperlich austrainiert. Also, dieser Mensch ist ein einziger Muskel. Ähm, und, nein, aber, also, körperlich wäre dieser El Capitan nie das Problem gewesen. So, ohne jetzt zu viel zu verraten, weil tatsächlich das genaue, wie es passiert ist, ist ja interessant. Aber der hat im Prinzip, hat der Jahre drauf, ähm, verbracht, dass er quasi im Kopf und in echt vorgeklettert ist. So, dass als der Tag kam, als er den El Capitan dann komplett hoch ist, hat er im Prinzip... Du musst jetzt noch, du musst jetzt noch, die, die wichtige Randinfo ist, er ist das ohne Sicherung hoch. So, das, das ist der wichtige Punkt, den du jetzt noch nicht, ähm, zumindest nicht ausreichend betonen hast. Ach so, ja. Okay, ja, das ist richtig. Er ist, er ist wirklich ohne Sicherung, also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es ist unvorstellbar. Also, es ist wirklich so eine der Dinge, wo ihr euch denkt, so, das ist unvorstellbar, für was, was Menschen zu leisten entstande sind. Das ist eines der ersten Beispiele, was mir einfallen würde. Also, es ist, ihr könnt es euch nicht krass genug vorstellen, wenn ihr es nicht vor Augen habt. Und wisst ihr, was er oben noch gemacht hat? Abitur. Ja, du hast jetzt den heiligen Moment absolut versaut. Vielen Dank dafür. So, aber, ähm, was ich, was ich sagen will, ähm, er lässt dann auch in dieser Dokumentation so darstellen, dass die eigentliche Arbeit ist ja die Jahre davor, dass er diesen Weg quasi sich erarbeitet hat. Dass er genau wusste, ähm, dieses Teilstück da werde ich auf das und das achten müssen. Dieses Teilstück da ist die und die Schwierigkeit. So, und die Schwierigkeit ist halt in 500 Meter Höhe einfach mal einen Meter zu springen nach links so. Und dann sich an einem 5 Millimeter ab, oder, naja, Zentimeter, sag ich jetzt mal realistisch, ähm, ähm, Griffmulde anzuhängen. Aber es gibt so einen, so einen Karate-Move, ja, in ziemlich hoher Höhe, den er irgendwie auch echt monatelang trainieren musste, wo er, äh, ja, es ist ein dynamischer, dynamischer Sprung. Aufs Klettern. Also, ja, was ich sagen will, es wird systematischer. Ich meine, er hat natürlich vorher auch schon irgendwie Klimmzüge gemacht, aber es ist jetzt schon so, dass er das wirklich verinnerlicht, als, das ist jetzt mal eine Vorbereitung, um in neue Schwierigkeitsgrade vorzustoßen, ja. Um jetzt wirklich an, an Einfingerlöchern, äh, zu klettern, muss ich halt genau diesen Einfinger trainieren, ja. Um jetzt genau diese Route mit so einem dynamischen irgendwas, äh, zu, zu lernen, muss ich genau diese Bewegung trainieren. So wie du es eigentlich gerade, ich kann es eigentlich gar nicht besser zusammenfassen als du, ähm, er macht genau das. Er fokussiert sich auf die Aufgabe, die er sich selber stellt und trainiert dann daraufhin. Ja. Okay, cool. Ja. Und so schafft er es zwischen 74 und 82, ähm, sein Kletterniveau von einer 6 plus in der Route Sarg, ähm, auf Sarg, auf einen neuen in der Route Magnet zu steigern. Und das sagt euch jetzt nichts, ja, aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich euch die Schwierigkeitsgrade nochmal versuche, irgendwie näher zu bringen. Sarg klingt eigentlich so, als müsste das die neuen sein. Ja, tatsächlich. Eine 6 plus bin ich tatsächlich auch schon draußen freigeklettert, ja. Das ist so das Maximum für mich ungefähr, ja. Der nächste Grad ist eine 7 minus, das habe ich außen auch schon zweimal gemacht, aber einmal habe ich mich da wirklich auch, ähm, naja, ein Jahr lang darauf vorbereitet, ne. Ich war einmal dort und habe es nicht geschafft, habe dann ein bisschen trainiert in dem Jahr und bin dann nochmal hingefahren und habe es dann gemacht. Und beim zweiten Mal habe ich einfach nur den Schwierigkeitsgrad im Kletterführer falsch gelesen. Also da, da war es mir nicht so groß, dass es so schwer ist. Ich habe ihn verkehrt rumgehalten, es war eine 9 statt der 6. Und also 7 minus, ja, draußen in der Halle sieht es nochmal anders aus. Eine 9 ist für mich, egal wo, zu Lebzeiten nicht mehr erreichbar, ja. Also das ist mit meiner körperlichen Statur und dem, was Gott mir gegeben hat, für mich in dem Alter nicht mehr erreichbar. Ja, in der Halle unter perfekten Bedingungen bin ich auch mal nach langem, langem Üben in immer wieder der gleichen Route auch mal eine 8 frei kletternd hochgekommen. Aber in der Halle ist es auch nochmal deutlich einfacher als draußen, weil du viele Risikofaktoren draußen und viel Grusel durch Hakenabstände und so weiter einfach ausschließen kannst, ja. Also da ist immer Schluss gewesen. Ja, und blöd gesagt, in der Halle ist doch auch eher, dass du immer sagst, naja, wenn ich runterfalle, dann knalle ich auf die Matte und nun gut ist. Nee, in den Kletterhallen, wo du diese Höhen kletterst und mit Seilen, so, da hast du keine Matten. So, da bist du dann aber auch in Nürnberg, hast du eine Kletterhalle, da kommst du auch auf fast 20 Meter, also das ist dann schon hoch. Jetzt habe ich kurz den, ja genau, also 1977 ist es noch so, dass die Bewertungsskala bei einer 6 plus begrenzt ist. So, es gibt nichts Schwierigeres, was natürlich bescheuert ist, weil es bedeutet, dass jetzt, wo die Kletterer immer besser werden, müssen die alten Routen immer wieder nach unten korrigiert werden vom Schwierigkeiten. Ah, okay, ja, ja. Also es wird dann immer neu verhandelt, was eigentlich komplett bescheuert ist, ja. Und es war aber so definiert, dass eine 6 plus bedeutet, dass in der Zeit ein Kletterer in Topform an einem perfekten Tag an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit gerade so durchkommt. So, das war die, also das war die, die, das... Das ist ja eine interessante Einordnung, so. Das war das ultimativste, was sie sich vorstellen konnten, ja, und das war damit quasi das Ende der Skala. Und klar ist jetzt gerade in dieser Entwicklung, in der Zeit, die wir durchmachen, die Grenze wird ganz schnell immer weiter verschoben. Und deswegen wird am Ende der 70er Jahre auch die Skala geöffnet. Und Kurt ist jetzt einer, der, der, die ganz vorne dabei sind, diesen siebten Grad, der jetzt neu dazugekommen ist, irgendwie auszuloten. Aber ganz kurz, hat das heute eine, das hat dann aber schon relativ eine Verbindlichkeit, oder? Denn wenn ich mir überlege, beim Skifahren, was in einem Gebiet eine blaue Piste ist, ist in einem anderen eine rote. Und eine schwarze in einem anderen Gebiet ist dann wieder mal eine rote in einem anderen, so vom Schwierigkeitsgrad her. Plus, bei einer Piste variiert es ja immer noch ganz stark davon, wie die Wetterbedingungen sind. Denn wenn du eine einigermaßen steile rote hast und dann ist da nicht so toll viel Schnee drauf, dann scheint normal die Sonne drauf und du hast so richtige Eisplatten, dann wird hier echt, echt hart. Und andererseits, wenn du eine schwarze hast, die perfekt präpariert ist, es ist wenig los und sie ist an sich auch ein bisschen breiter, dann fühlt die sich ganz schnell an wie eine rote. Also, da steckt viel drin, was schon auch beim Kledern eine Rolle spielt. Du hast noch andere Faktoren, die teils den Schwierigkeitsgrad beeinflussen, sich aber nicht unbedingt in der Skala niederschlagen. Ich glaube aber, um das noch reinzuschmeißen, ich glaube beim Skifahren ist es aber halt auch noch, dass du in einem Skigebiet sicherlich sagst, oh, wir wollen auf jeden Fall eine blaue und wir wollen auf jeden Fall eine rote und wir wollen auf jeden Fall eine schwarze drin haben, damit die ganze Familie dahin kann und jeder seinen Spaß haben kann. Ja, also in zwei Absätzen erkläre ich dir, wie es beim Klettern zu einer Schwierigkeitsgradbewertung kommt. Jetzt mal noch ganz kurz, Kurt ist jetzt der Erste, der den siebten Grad irgendwie mit auslotet. Ich meine, da gibt es ganz viele, die das noch schaffen irgendwie mittlerweile. Aber er ist der Erste, der tatsächlich eine Route im achten Grad bewertet. Also der, der zum ersten Mal als erster Mensch auf der Welt in diesem neuen Grad acht eine Route begeht. Das ist wie so eine neue Karate-Technik oder, oh, ich kombiniere jetzt zwei Stile, es gibt jetzt eine Acht. Und das ist auch dann so, ich meine, die kriegen alle Namen, das habt ihr jetzt schon gehört, da komme ich auch gleich noch dazu. Das ist die Route Exorzist an der Kastelwand im Altmühltal. Exorzist. Oh, dem Pauli. Klingt schon schwierig. Ja, wir sind jetzt tatsächlich, nein, das sage ich auch gleich. Wenn du Exorzist geklettert bist, was kommt dann noch? Fällst du ab, oder? Kurt Albert verschiebt in den frühen Achtzigern das Extrem. Die von ihm erschlossenen Routen gelten lange als die härtesten in Deutschland. Und heute gibt es natürlich schwierigere auf der ganzen Welt, aber heute blickt man da ehrfürchtig zurück und sagt, das sind Extremklassiker. Ja, sagt man so. Aber in Deutschland oder weltweit? Weil das immer wieder bei dem, ob die Fränkische Schweiz weltweit bekannt ist oder nicht. So, das würde mich tatsächlich jetzt auch interessieren, wie da die globale Einordnung ist so. Genau, ich meine, das ist jetzt eine Entwicklung, die sich auf der ganzen Welt vollzieht. Er ist der Erste, der diese neuen Grade aufmacht und das ist tatsächlich in Deutschland und die gelten dann natürlich für kurze Zeit weltweit. Und es ist schon auch so, dass jetzt einiges von diesen Extremklassikern und so, die gibt es natürlich auch woanders auf der Welt, wo andere Leute schwere Rute aufmachen, die dann auch berühmt werden. Und es ist schon immer so ein Spiel, wer ist jetzt der Erste, was wird jetzt irgendwie berühmter und das spielen die Leute langsam auf der ganzen Welt, wo jetzt halt auch andere so an dieser Art des Sports Freude finden. Ja, das ist jetzt auch noch nicht so arg lange so und das entwickelt sich jetzt eben gerade. Aber es ist tatsächlich so, dass Klettern, das Frankenjura ist bei jedem, der länger klettert, auf der ganzen Welt, glaube ich, bekannt als Begriff. Also da gibt es zu viele, da gibt es zu viele eben von diesen klassischen Routen, die man kennt, da gibt es zu viele berühmte Bilder von Leuten in Routen. Da gibt es irgendwie heute mit YouTube gibt es tausende Begehungen von krassen Dingen und da ist das Frankenjura wirklich sehr, sehr verbreitet. Okay, das war mir zum Beispiel auch überhaupt nicht bewusst, dass das wirklich weltweit bekannt ist. Also ich dachte halt, das wäre maximal vielleicht deutschlandweit bekannt so. Wir kommen gleich auch noch drauf, warum das so ist. Also Exorzist im Altmetall und er ist auch quasi jetzt einer, der im neunten Grad, da gibt es jetzt gar nicht so, das weiß ich jetzt gar nicht genau, wer da jetzt der Erste war. Da ist er natürlich auch unterwegs und er versucht sich dann auch als einer der Ersten am zehnten Grad. Also er versucht eine Route zu finden, wo man wirklich sagen kann, das ist jetzt der zehnte Grad und das ist schon was, wo er dann sich eingestehen muss, das ist zu krass, das kann er einfach mit seinen, das kriegt er nicht hin, das ist zu krass für seine Finger, die Belastung, das hält er nicht durch. Er schafft dann zwar mit Ach und Krach mal noch Wiederholungen, also wo er nicht der Erste ist in dieser Route, da schafft er mal noch irgendwie die eine oder andere, aber auch das ist wirklich hart, hart an der Leistungsgrenze. Aber die anderen, machen die jetzt auch seinen neuen Technikstil oder klettern die weiter mit den Hilfsmitteln? Also wir sind jetzt schon dabei, wir sind jetzt im Sportklettern, wir sind jetzt nicht mehr bei diesen, wo es noch diese alten Bergsteiger gibt und die Diskussion ist im Grunde mehr oder weniger durch. Also diese neue Kletterform, die hat sich jetzt zwar noch nicht komplett vollends durchgesetzt, aber das wird jetzt in den nächsten Monaten und Jahren, wird sich das komplett auf der ganzen Welt ausrollen. Und da hat Kurt auch eine große, eine große entscheidende Rolle, sind wir gleich. Jetzt noch kurz, wie die Schwierigkeitsgrade in diese Routen kommen. Also heute zum Vergleich, die anerkannt schwierigsten Routen liegen im Grad 12, ja, da sind wir heute. Und das funktioniert so, der Erstbegeher hat es Recht, der Route einen Namen zu geben und den Schwierigkeitsgrad vorzuschlagen. Also wenn einer eine Route schafft, egal wo, das ist auch egal, ob das jetzt zwölfer Grad ist oder irgendwo an der Wand, wo vorher noch nie jemand geklettert hat und es ist nur der siebte Grad, Wer definiert denn schon mal, wer definiert denn, ob das schon mal geklettert wurde? Wo ist denn das offizielle Buch? Wer führt denn da Buch? Der Jürgen. Das ist meine erste Frage schon mal. Das ist auch eine interessante Frage. Also ich denke, das UIAA, diese Organisation, die auch quasi für diese Wertung verantwortlich ist, hat da sicherlich irgendwie den Hut drauf und den Daumen drauf. Bei den leichten Routen ist es auch eigentlich völlig egal, da steht es halt in irgendwelchen Kletterführern. Aber da interessiert sich jetzt kaum jemand dafür. Und bei den schweren Routen ist es so, das sind so wenige, das ist quasi der ganzen Kletterwelt klar. Wenn da einer eine neue Route begeht, dann wird das dokumentiert und dann wird das in die Kletterwelt hinausgeblasen und dann weiß das jeder. Das kommt ja wahrscheinlich heute. Das ist eben genau der Punkt. Also bei Grad 12, da sind wir bei vielleicht fünf Leuten auf der ganzen Welt, die da noch überhaupt eine Chance haben. Es ist ja gemeinhin alles erschlossen so. Nein. Nicht? Nein. Aber kommen wir auch noch dazu. Oh Gott, wir haben noch so viel vor, Leute. Also der Erstbegeher hat das Recht, der Routen den Namen zu geben und den Schwierigkeitsgrad festzulegen. Also können wir den Klaus und Klaus nennen? Katsu oder Klaas, Andreas, wie du willst. Und der Nächste, der die Route klettert, der kann dann sagen, ja, okay, passt. Oder er kann dann auf oder abwerten. Also der kann dann sagen, nee, ich habe einen anderen Vorschlag. Und so geht es dann weiter halt. Bis dann die Kletterwelt sich einigt. Okay, es ist dieser Schwierigkeitsgrad. Also es muss quasi wiederholt werden, um wirklich dann eine bestätigte Wertung zu kriegen. Und bei kleineren Graden, da ändert sich sowieso nichts mehr. Das hat sich über die Jahre eingependelt. So jetzt, wo die Skala quasi offen ist, müssen die nicht mehr neu kalkuliert werden. Außer es bricht mal irgendwo ein Stück aus der Wand. So dann kann das mal passieren. Aber das interessiert dann eigentlich in der Regel auch keinen. Bei einer Fünferroute, ob das jetzt Fünf oder Vier oder Sechs ist, interessiert eigentlich kein Schwein. Und bei härteren Routen ist es aber schon immer wieder so, dass der, der als Zweites geht, den Ersten korrigiert. Das hat auch ganz viel mit Ego zu tun. Ja, ja, klar. Also wenn jetzt einer sagt, boah, das ist die schwerste Route der Welt und der Zweite klettert die locker weg, dann sagt der natürlich, pff, war jetzt nicht so schwer. Weil vielleicht hat der woanders eine schwere Route, die er nur noch nicht geschafft hat, die er aber dann als die schwerste der Welt propagieren will. Also hat schon viel mit Ego zu tun. Und wie gesagt, im zwölften Grad haben wir fünf Leute vielleicht, ja, oder lass es zehn sein. Da ist ein Adam Ondra dabei, den kennt man vielleicht, ein Chris Sharma hat man vielleicht schon mal gehört. Oder Alexander Megos könntet ihr vielleicht kennen, der ist aus Erlangen. Das ist so die deutsche Kletter-Nachwuchshoffnung auch für Olympia. Das ist einer, der auf jeden Fall ganz, ganz vorne in der Weltspitze an der Stelle mitklettert. Und jetzt hier in der Live-Schalte? Das wäre cool, das wäre echt cool. Aber da, sowas verbummel ich immer, da bin ich noch zu spät dran. Bei Neutouren wartet man mit der offiziellen Bewertung dann immer auf den Zweitbegeher und dessen Bestätigung dann mehr oder weniger. Und also bei den ganz schweren Routen ist es so, die kennt man, ja. Also die schwersten Routen der Welt sind aktuell eine Zwölf, die heißt Silence von Adam Ondra in Norwegen und eine glatte Zwölf, die heißt Bibliografie in Frankreich von Alex Megos. Und das sind zwei Routen, die jeweils nur diese beiden Leute geklettert sind, die noch keiner nach ihnen geschafft hat. Also die hat keiner bestätigt? Die hat keiner bestätigt, die warten auf Bestätigung. Aber das erinnert mich jetzt ein bisschen an, es gibt doch Mario Maker, Super Mario Maker. Ja, ey. Nein, aber ich habe das nie gespielt, aber ich finde das System, finde ich mega geil. Weil, also das ist ja quasi ein Baukasten, wo du dir einen eigenen Mario-Level zusammenbauen kannst, aus basierend auf den Grundfesten sämtlicher Mario-Spiele, die davor waren. Also sämtlicher Jump'n'Run-Standardspiele. Genau, die 2D, genau. Also nicht die 3D, wie jetzt irgendwie Super Mario, ähm, das fehlt mir gar nicht, 64, ja, keine Ahnung. Oder Sunshine oder Galaxy, aber halt hier, keine Ahnung, alles, was von links nach rechts läuft. Ich muss meinen inneren Nerd unbedingt korrigieren. Ich glaube tatsächlich Super, eines der Super Mario 3, war das? Es gibt nämlich irgendein Super Mario 3D, das gar nicht 3D ist, sondern eigentlich nur so aussieht. Deswegen, egal, also die Klassiker eigentlich, die man so vor Augen hat, die kannst du damit selber bauen. Aber wie so oft in Nerd-Kreisen ist es halt so, dass da die abgefucktesten Level aller Zeiten dann gebaut wurden. Und die Regel ist, dass du selber, der Erzeuger dieses Levels, das mindestens einmal schaffen musst. Und zwar vom Checkpoint, wenn du einen einbaust, und auch vom Start, ohne den Checkpoint zu benutzen. Genau, und du musst halt einmal das Level durchspielen, ohne dass du stirbst. Deswegen gibt's natürlich Trolle, die bauen dann einfach irgendwo geheime Türen ein, die sie benutzen, um einfach ins Ziel direkt reinzukommen. Und dann ist das absurd schwer. Aber natürlich ist es jetzt so, und das finde ich aber das Geile wieder, dass dann die Leute, die das häufig spielen, dann irgendwann auch wissen so, ja, alles klar, ich gehe mal ganz nach links, spring mal nach oben. Oh, ein versteckter Block, noch einer, noch einer, noch einer, eine Tür. Ach, wer hätte es? Geht da? Ach, ich glaube aber, das ist eigentlich fast wie so eine Art Sport geworden. Und ich gucke auch ganz ehrlich zurzeit so nebenher Leute, die da absurd schwere Level einfach so durchbuttern. Das finde ich total beruhigend. Ich schaue das total gerne nebenher. Genau, weil was du jetzt irgendwie aus meiner Sicht den Anschein erweckt hast, dass jetzt irgendwie diese Level alle nur zu schaffen sind durch Geheimtüren. Und das möchte ich, äh, also eben, genau, das ist eben nicht so, sondern durch unglaublichen Skill und unglaubliche Präzision kannst du also diese abgefuckten Level halt dann tatsächlich schaffen. Aber halt, ähm, es gibt, glaube ich, ein, es gibt dann wirklich Level, die haben außer dem Erzeuger halt dann wirklich vielleicht eine weitere Person auf dem ganzen Planeten jemals geschafft. Weil du musst dann ähnlich wie du halt irgendwie so eine, eine Nordwand irgendwie dann schaffst, ähm, halt dann wirklich gefühlte Wochen drauf investieren, dass du diese Level schaffst. Also wirklich da auch mal YouTube und Twitch anschmeißen ist extrem sehenswert, aber komplett Bananas, ja. Ihr habt schon recht, ja. Also Klettern, Klettern auf Welt-Elite-Niveau ist, äh, das gleiche wie im Super-Mario-Level. Das finde ich, finde ich einen sehr charmanten Vergleich. Ähm, ja, also ihr habt ja jetzt gehört, es gibt große geschichtsträchtige Routen und, ähm, das, das muss nicht immer nur die erste Schwere sein. Das kann auch mal irgendwas besonders Wagemutiges sein oder was, was halt irgendwie aus anderen Gründen einmalig ist. Und die meisten Kletterer kennen unzählige solche Routen, vor allem auch aus Gebieten, wo sie noch nie waren, ja. Also man kennt dann Routen in, keine Ahnung, ähm, Yosemite zum Beispiel, hat man ja gerade vorhin schon in Kanada oder sonst wo. Auch wenn man da selber noch nie, äh, geklettert ist, ähm, das werde ich jetzt nicht weiter kommentieren. Nein, ich hoffe nicht. Der Wandel in der Kletterwelt wird 1975 auch visuell deutlich, weil, äh, Kurt malt jetzt nach, äh, einer freien Begehung am Einstieg des Adolf-Rott-Gedächtniswegs einen roten Punkt an die Felswand. Andere behaupten zwar, es wäre die Sackwand gewesen, aber das ist jetzt mal egal. Also er, ähm, malt einfach mit Farbe einen roten Punkt an die Wand. Und er macht dann in der Folge auch an alle anderen Routen, die er auf seine Art klettert und befreit, auch einen roten Punkt an die Wand. Und es ist für ihn einfach nur ein wenig so eine Art, ähm, Symbol, ja, ja, es geht, ja, bestätigt, abgehakt. Er ahnt auch nicht, was das noch für weitreichende Konsequenzen haben wird. Es ist nämlich so, dass, dass er, also dieser rote Punkt wird wirklich zum Symbol. Und jetzt aber nicht für eine Idee, die Kurt einfach mal spontan hatte, sondern für eben genau diese Entwicklung, die wir jetzt die ganze Zeit schon thematisieren, die gerade diese ganze Kletterwelt durchmacht, ja. Im Moment ist es ein pragmatisches Zeichen, dass er hier war und die Rute geschafft hat, ähm, ohne Hilfsmittel. Und das sogar noch, noch härter als das sächsische, also auch ohne zwischendrin eine Pause zu machen. Also man, die Sachsen erlauben, dass du an dem Haken dich mal in deine Sicherungsmaterialien setzt. Und dann aber wieder von dort aus weiterkletterst. Also selbst das verbietet quasi, ähm, Kurt, kurzig. Und, ähm, der rote Punkt zeigt einfach nur, okay, es geht, ja. Und das ist jetzt natürlich auch was, wo, wo, und da kommen wir jetzt zu diesem Punkt, machen da jetzt alle irgendwie nur noch das, ne, oder nicht. Aber das ist jetzt der Punkt, wo die Arbeit von ihm dann auch natürlich irgendwie visuell sichtbar wird. Und wo so diese jungen Wilden jetzt auch mit den alten, äh, alten Bergsteigern so ein bisschen aneinander geraten. Es gibt da so eine AG Teufelskralle. Das ist so ein Elite-Bergsteigerbund von alten Männern, ja. Das klingt aber uncool, wenn ich das mal sagen darf. Die drei Fragezeichen und das Geheimnis der Teufelskralle jetzt auf MC. Und das sind die, die vor allem halt das Entfernen der Haken nicht gut heißen, ja. Wo sollen die dann denn jetzt ihre Leitern hinhängen? Was soll denn das? Und nicht selten kommt es am Feld erst mal zu Wortgefechten und dann aber auch zu Handgreiflichkeiten. Und also beim roten Punkt sehen viele rot, könnte man sagen. Und die Fraktion um Kurt wird bald auch als IG-Rotpunkt bekannt. Ja, und die lässt sich aber von diesem Gegenwind der alten Kletterhasen nicht einschüchtern. Die klettert jetzt Punkt um Punkt durchs Frankenjura. Und bald haben sie schon von dem Kletterladen gesponsert blaue Pullover mit dem großen roten Punkt vorne drauf. Zwei Jahre lang macht Kurt das mit der Farbe und der Spraydose. Dann hat er so ziemlich irgendwie alles Wesentliche im Frankenjura durch, ja. Also nicht nur er, sondern auch seine Gruppe, die dann damit macht. Er ist sicherlich der, der halt die schwierigsten Routen klettert. Aber es ist jetzt nicht so, dass er deswegen eingebildet wäre. Er klettert auch nicht besonders elegant oder schön, aber halt entschlossen und kraftvoll. Er klettert um des Kletters Willens, um des Kletterns Willens. Und deswegen wundert es fast ein bisschen, dass jetzt diese Idee mit dem roten Punkt ganz schnell überall Anhänger findet und sich über die ganze Welt verbreitet. Und Kurt jetzt plötzlich irgendwie im Zentrum einer ganz neuen Sportkletterbewegung steht. Also der Rotpunkt, das ist euch sicherlich nicht bewusst, das kann ich gar nicht genug betonen. Rotpunkt Klettern ist heute der Goldstandard im Klettersport. Wenn du heute einen Kletterkurs machst, bringen die Leute dir das Rotpunkt Klettern bei. So, das ist das, wie man heute Sport klettert. So, und er ist derjenige, der das quasi auf den Punkt gebracht hat. Aha, I see what you did there. Kurt ist es fast egal, ja. Er schreibt schon mal einen wütenden Brief an den Journalisten, wenn der den Begriff falsch benutzt, ja. Aber in erster Linie geht es ihm eigentlich nur um sich und seinen Anspruch an sich selbst. So, er schreibt in seinem Kletterbuch immer schön seine Routen mit und hält jetzt dann auch immer neben jeder Tour den Begehungsstil mit fest, ja. Ja, also ob es Rotpunkt geklettert ist oder anders. Und er fängt jetzt sogar an, seine Definition noch weiter auszufeilen. Also für den Roten Punkt muss man in einem Zug durchklettern. Ja, wenn du dann irgendwann mal stürzt oder pausierst, musst du eigentlich immer wieder von unten anfangen. Beim Rotkreis darfst du quasi nach einem Sturz in der Wand bleiben und dann vom letzten Sicherungspunkt wieder weiterklettern. So, dann ist es nicht Rotpunkt, aber Rotkreis. Und das nennt man auch Jojoing, ja. Oder man sagt auch hinaufstürzen, weil man quasi Sturz für Sturz höher kommt. Großartig. Dann prägt er noch den Begriff Rotkreuz, was jetzt nicht heißt, dass du dich verletzt und der Sanker kommt. Das heißt nur, dass du frei ohne Pause kletterst, aber dein Seil von oben kommt, also Toprope. Dass du aber ansonsten die Rotpunkt, also ohne Pause in einem Zug machst. Und um es ganz verwirrend zu machen, gibt es dann auch noch den Pinkpoint. Der hat sich aber nie so richtig als relevanter Stil durchgesetzt. So, beim Pinkpoint bleibt im Grunde alles bis aufs Seil in der Wand. Also ich habe da vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, du hast so Haken an der Wand, aber um dein Seil da festzumachen, brauchst du immer noch eine Express-Schlinge, kurz Echse, die du da einhängst und an der hängst du dann dein Seil fest. Und die nimmst du eigentlich immer mit hoch, hängst sie da hin und wenn du später dich ablässt, nimmst du dein ganzes Zeug wieder mit, sodass du es wieder mit heimschleppen kannst. Und bei Rotpunkt ist es streng genommen so, dass du all dieses Zeug an deinem Klettergurt haben musst und von unten das mit hochnehmen. Beim Pinkpunkt ist es so, dass du es quasi in der Wand lassen darfst und eigentlich dann nochmal von unten nur mit dem Seil die ganze Strecke kletterst, aber der Rest in der Wand bleibt. Oder auch wenn du irgendwo einen Keil, so eine Zwischensicherung legst, das lässt du dann in der Wand, dann gilt es als Pinkpoint. Und ist das sozusagen, wie du eine Strecke jetzt geschafft hast? Oder sagst du vorher, oh, ich versuche heute diese Wand so und so zu schaffen? Oder sind dann die Wände darauf ausgelegt oder zertifiziert, so geklettert zu werden? Also mit den Wänden hat es erstmal nichts zu tun. Das ist rein dein Anspruch an dich selbst. Alles klar. Du kannst auch heute noch mit Leitern klettern, wenn du das möchtest. Das ist dein Anspruch an dich selbst. Und in der Regel ist es aber schon so, dass du eigentlich Rotpunkt klettern willst, weil dir das so beigebracht wird, weil das die Krönung des Ganzen ist. Aber dass du oft mal das nicht schaffst oder im ersten Anlauf nicht schaffst und dann magst du irgendwie eine Variante, magst meinetwegen das hinaufstürzen oder sonst was oder kletterst das im Toprope. Und dann kann es aber sein, wenn dir die Rute gefällt oder wenn du besonderen Anspruch an dich hast, dass du dann irgendwann wiederkommst, um es dann noch wirklich abzuschließen und dann wirklich Rotpunkt abzuschließen. Und wie du diese jetzt nacheinander genannt hast, sind die auch so ein Stück weit einzusortieren mit so einer Art Ranking vom Rohpunkt, was halt das Schwierigste von denen ist? Das schon, ja. Also es gibt jetzt keine Punkteskala oder irgendwas dahinter. Aber der Anspruch ist schon sortiert. Rotpunkt ist der höchste Anspruch. Das ist so. Und wie gesagt, das Pinkpoint, das vermischt sich so ein bisschen mit dem Rotpunkt. Das wird heute nämlich nicht mehr so ernst gesehen. Also eigentlich müsstest du bei Rotpunkt alles wieder mit hinaufschleppen. Aber es ist schon so, dass wenn heute die Leute zwölfer Routen klettern, dann haben die das Material in der Regel auch schon in der Wand, weil die da monatelang schon dran rumtüfteln und da auch nicht bei jedem Versuch, das wieder mit runter und mit rauf nehmen. Also Pinkpoint hat im Grunde keine Relevanz und wird eigentlich mit dem Rotpunkt in den meisten Fällen gleichgesetzt oder integriert. So, das sieht das tatsächlich, komischerweise sieht heute keiner so ernst. Okay. Von den internationalen Anhängern von diesem System kommen bald noch weitere Begriffe dazu, wie Flash und On-Site. Also Flash heißt, wenn du eine Route im ersten Versuch schaffst quasi, also nicht irgendwo stürzt oder sondern rangehst an die Wand, kletterst, in einem Versuch durchziehst. Also das ist wie die YouTube-Kommentare. Erster, Ausrufezeichen. Genau. Nein, nein, nein. Oder First Try. Nein, nein, nein. Ja, genau. Okay. First Try und Second First Try. Das sind die anderen YouTube-Videos. Ja. Erster, das hat damit nichts zu tun, ob du der Erste in der Route bist. Flash heißt nur, ich kenne die Route nicht, ich versuche sie zum ersten Mal, ich schaffe es auf Anhieb. Und On-Site heißt, ist nochmal die Verschärfung davon. Das heißt, ich habe noch nicht mal Vorwissen über die Route. Also ich habe mir noch keine YouTube-Videos angeguckt. Mir hat noch keiner, der die geklettert hat, verraten, dass da oben irgendwie der Seitgriff so versteckt, dass ich den hier mit dem Fuß so, weißt du, also ich habe quasi kein Insider-Wissen. Ja, das ist dann quasi die noch Steigerung von dem Ganzen. Also das Krasseste, was du machen kannst, ist On-Site, Rotpunkt, Flash, Klettern, so. Alles zusammen. Und das On-Site klingt wirklich schrecklich. Ja, aber wie kann man das On-Site denn ernsthaft kontrollieren oder ist das eher so für sich selber, dass man das macht? Das ist für sich selber. Das hat jetzt nicht, das sagt man dann vielleicht in der Berichterstattung dazu, um es nochmal irgendwie krasser zu machen, aber es hat im Grunde keine Relevanz. Also darum geht es nicht. Also da gibt es auch keinen Oh und dann nachher kommt raus, er hatte schon Informationen oder irgendwas. Ja, genau, das kontrolliert keiner und darum geht es auch nicht. Also es geht dann darum, wenn jetzt eine neue Zwölferroute geklettert wird und dann hast du einen Wiederholer und der sagt dann, naja, habe ich geflasht im ersten Versuch, war gar nicht so dramatisch. Du weißt, um das Ganze noch weiter einzuordnen, aber es hat jetzt keine, es macht es nicht krasser oder nicht wahrer oder nicht wertvoller oder irgendwas, sondern das ist nur eine zusätzliche Information. Aber da sind wir wieder bei den Computerspielen, weil auch da gibt es ja diesen Begriff mit den Blind Playthroughs, wenn du keine Ahnung von einem Spiel vorher hast oder das dein erstes Mal ist, dass du es durchspielst. Hä, aber das ist quasi bei Adventures eine Sache oder was? Genau, also Adventure oder auch sowas wie Zelda oder sowas. Also alles, was so eine Komponente hat, wo du einfach Wissen vorher über das Spiel oder wo Wissen über das Spiel für dich vorher nützlich sein kann. Und auch da gibt es gerade natürlich wieder Diskussionen, ob das denn ein inklusiver Begriff ist oder ob das nicht schwierig ist, aber das ist im Moment der gängige Begriff in die Richtung, wenn du von dem Spiel keine Ahnung hast. Ja, das ist tatsächlich relativ nahe an dieser ganzen, äh, dieser ganzen, ja, Einordnung. Naja, gut, ich meine, guck's dir an, das ist ja auch, E-Sport ist ja trotzdem eine Sache, die sich irgendwo an der Wettkampfbegriffen auch anderer Dinge orientiert und auch so dieser eigener Anspruch da in dem Moment dran. Das interessiert ja auch bei sowas in der Regel niemand anderen, ob du das jetzt gerade für dich zum ersten Mal durchspielst. Interessant ist halt, wenn du sagst, oh, zwei Leute, die es mega drauf haben, kriegen beide neue Level vorgesetzt von irgendeinem Spiel oder Modifikationen und haben es beide vorher noch nie gesehen, weil es für dieses Event erstellt worden ist. Dann ist natürlich als Zuschauer noch mal spannender, weil du denkst so, ui, die kennen auch gar nicht die Tricks und irgendwas. Mal schauen, wie sie alles rausfinden. Aber du greifst natürlich jetzt auch noch ein bisschen vor, dass es natürlich, finde das alles dann seinen ultimativen Gipfel im Wettkampf, weil um Wettkampf zu machen, musst du irgendwie Voraussetzungen schaffen und Regeln einziehen so und das ist jetzt alles dieser Nerv, den das trifft, ne? Das sind wir noch nicht, aber das ist klar, dass wir da noch hinkommen. Also wichtig ist auch, Kurt zieht jetzt nicht los und hebt den Zeigefinger und belehrt alle und sagt, hey, ihr müsst das jetzt so machen, das ist die Theorie, sondern er macht's quasi durch seine, er lebt's vor, so er inspiriert andere durch seine Taten, ja. Und in den folgenden Jahren ist er wieder viel mit Rainer unterwegs, auf dem Weg nach Frankreich fahren sie mit dem Käfer von Rainers Vater und nicken beide kurz ein und knallen dann einmal in die Leitplanke und ein großer Schreck, kleiner Blechschaden und viel größer ist der Blechschaden dann, als sie einige Kilometer später das Auto dann in den Graben setzen, irgendwie die Böschung runter und ja, es gibt noch keine Sicherheitsgurte. Sie bleiben glücklicherweise unverletzt, aber der Käfer hat so einiges abbekommen. Sie müssen dann die Beifahrertür zubinden und die Kotflüge abmontieren, aber ich meine, es ist ein Käfer, ja, der läuft und läuft und läuft, also fahren sie weiter und fahren zum Klettern. So, Rainers Papa ist not amused, aber das Wichtige ist an der Stelle, dass sie am Fels ankommen. Hast du gewusst, dass es in Frankreich einen Retro-Stau gibt? Einen was? Es gibt eine berühmte Route in Frankreich, die National Set, also bei uns wäre das sozusagen die A7 oder ja, die schlängelt sich halt durch Frankreich durch, über die gibt es auch Lieder und hast du nicht gesehen und weil das früher so der, oh, wir fahren in den Süden, in den Urlaubroute war, war da halt immer Stau. Aber jetzt gibt es eine echte Autobahn, in Anführungszeichen, die neben der entlang fährt und da bist du natürlich viel schneller unterwegs, das heißt, da ist niemand mehr. Aber es gibt so einmal im Jahr so eine Zeit, wo die Leute, um im Stau zu stehen. Ja, und zwar halt mit lauter uralten Autos fahren da rein und spielen Stau. Oh, geil. Super Stau. Sehr geil. Ja, es ist so, wir müssen Super Stau nachspielen, genau. Sehr geil. 1974 schreibt sich Kurt in der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen für Biologie und Chemie ein. Die V wechselt dann aber kurze Zeit später auf Lehramt, Mathematik und Physik, weil er dafür einfach weniger lernen muss. Kurt und Horst arbeiten nebenher regelmäßig in der Niederlassung von Langnese-Iglo, wo der Herr Papa inzwischen Betriebsleiter ist und mit der Kohle finanzieren sie logischerweise dann ihre Reisen und ihre Abenteuer. Und es kommt nicht selten vor in jenen Tagen, dass man irgendwo am Wanderparkplatz in der Fränkischen einen Langnese-Laster stehen sieht, weil sie halt bei der Auslieferung kurz mal irgendwie rechts rangefahren sind und eine Kletterpause eingelegt haben. Langnese-Laster. Weil es noch keine Funktionsjacken oder irgendwas gibt, tragen sie dann auch oft am Fels ihre Langnese-Pullover, die wir von den Kühlhausarbeitern haben. Und tatsächlich setzt auch das sich so ein bisschen als Trend fest. Und es dauert nicht lange, bis jeder fränkische Kletterer, der was auf sich hält, so einen Langnese-Pulli hat. Was? Ja, das ist auch cool. Das ist absurd. Aber Langnese kommt aus Nürnberg. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, oder? Oder der Schöner kommt aus Nürnberg. Ist Langnese original? Also Langnese und Iglo haben fusioniert da kurz vorher. Das habe ich irgendwie rausgesucht. Aber kommt es aus Nürnberg ursprünglich? Das muss ich... Das schaue ich jetzt mal kurz nach. Aber Schöner war tatsächlich eine der vielen Nürnberger Firmen, die halt früher sehr präsent waren und jetzt nicht mehr da sind. Also Langnese ist eine Marke der Unilever. Und bla bla bla. Und die heißen ja überall anders. Das ist ja auch so ein geiles Ding. Ja, ich glaube, da ist nur ein Betrieb gewesen tatsächlich. Ich glaube, die kommen nicht originär aus Nürnberg. Aber ja, ich habe euch gerade ein Foto von diesem schicken Langnese-Pulli, der jetzt heute wieder, der hätte richtig geilen Retro-Style. Ja, und auf dem Bild drüber seht ihr die Rotpunkt-Pullover. Oh, liebe Leute von Entbehrliches, ich weiß, ihr hört, das macht eine Folge, wie die ganzen Namen von dieser Firma hat. Das ist ja fantastisch. Immer wieder liest und hört Kurt von legendären Kletterabenteuern in den USA. Vor allem Yosemite. Wir haben es ja gerade auch schon gehört. Und da entwickelt sich gerade so eine parallele Subkultur an Freikletterern, die fast schon sowas wie eine sächsische Mentalität pflegen. Die klettern Big Walls, also kilometerhohe Wände über mehrere Tage hinweg und das alles mit selbstgelegtem Sicherungsmaterial. Früher mal tatsächlich haben die auch Haken verwendet, in die Wand bohren. Die haben aber, oder ich glaube, sie haben sie eingeschlagen. Sie haben sie aber nach jeder Tour wieder rausgenommen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie dann irgendwann die Felsen aussahen. Also haben sie irgendwann, hat sich das gewandelt. Schweizer Gäse. Und sie haben dann gesagt, okay, sie legen halt nur noch so temporäre Sicherungsmittel. Was Wahnsinn ist, in so einer Kilometer hohen Ruhe sich komplett selber mit so Dingern abzusichern. Das ist ja immer gruseliger, als wenn da schon ein einzementierter Haken irgendwie in der Wand ist. Also zumindest für jemanden wie mich. 1977 folgen Flipper und Kurt dem Ruf aus den USA und schließen sich dort dem Camp 4 an, über das wir schon ein, zweimal am Rande geredet haben, als wir über das abgestürzte Drogenflugzeug im Yosemite gesprochen haben. Das ist so die Gegend. Und Kurt liebt es hier. Faulenzen, trainieren, feiern, Drogen, klettern, Aussteiger sein, als Dirtbag klettern. Das ist genau sein Ding. Da findet er jetzt auch dann Anschluss an die internationale Kletterszene. Und so ist er zum Beispiel auch mit in der Seilschaft bei den ersten beiden Frauen, die eine El Capitan Big Wall bezwingen. Auch cool. Ich glaube, es war Lynn Hill. Aber El Capitan ist El Capitan? El Capitan ist quasi der Berg. Und da gibt es verschiedene Routen. Also du hast vorhin von, ich glaube von der Nose müsste das sein. Das ist so die Prestige Routen. Königsdisziplin. Aber da gibt es mehrere Routen auch. Die Königsnase. Ein Film mit Thomas Gottschalk. Nachdem ihm 900 Mark gestohlen werden, lebt er zwei Monate lang von nicht mehr als einem Dollar pro Tag. Ja, aber ist doch kein Problem. Was will er denn überhaupt mit Marken in den USA? Ja, ich frage mich auch, warum sie ihm da die Mark geklaut haben. Und er hält sich dann mit Dosen sammeln und sehr spartanischer Lebensweise über Wasser. Flipper ist auch dabei. Der erkundet derweil mit einigen Gleichgesinnten die Columbia Boulder. Also da so Felsblöcke, die halt da rumliegen, die man beklettern kann. Aber wirklich nur, wenn man wirklich komplett absurde Bewegungen aneinander reiht. Ja, also heute sagt man im Boulder, ja klar, ganz normal. Aber damals, musst du dir vorstellen, da ist man halt sehr, sehr vertikal geklettert und hat nicht irgendwelche komischen Verrenkungen und einen Fuß irgendwo eingeklemmt. Zeitliche Sprünge halt im Extremfall halt wirklich. Und da kam, jetzt ist doch auch der Ursprung vom Ketchup-Song und dem Macarena, also wissen die wenigsten. Was? Dem konnte ich nicht folgen, aber ich mache einfach weiter. Also in Deutschland ist die Idee noch völlig absurd, ja, sowas wie Boulder zu machen. Aber hier fängt man schon an, das so als besondere Form von Klettertraining irgendwie auch zu verstehen. Man spricht dabei nicht von Routen, sondern von Problemen. Und die Probleme will man mit möglichst eleganten Bewegungen, Körperbeherrschungen und stabiler Psyche teilweise auch dann natürlich lösen. Stabiler Psyche ist auch schön. Naja, so gar nicht in Panik geraten. Du, wenn dir da oben die Pumpe geht, glaube ich, und du machst keine benötigten Entscheidungen, ist das nicht ungefährlich. Du, es gibt so Highball, nennt man die. Das ist dann eigentlich Dinge, wo man normalerweise gar nicht mehr ungesichert hochklettern würde, die aber Leute noch als Boulder definieren und halt dann auf 12 Meter, 15 Meter Höhe halt noch an so einem Boulder rumkraxeln. Und unten hat man so eine 5 Zentimeter Schaumstoffmatte als einzige Sicherung quasi. Also da gibt es schon was, wo du wirklich Psyche brauchst. Ja, seitdem du bist ein Kind auf einem Spielplatz im 19. Jahrhundert. Ja, dann vielleicht nicht. Ich meine, es ist auch noch ein Unterschied, wenn du daneben auf 1 Kilometer Höhe rumhängst, hier so auf 10 Meter Höhe, ist dann vielleicht das alles ein bisschen lächerlich im Vergleich. Aber ich finde das relativ abenteuerlich. 1986 verschlägt es Flipper und Kurt erstmals nach Fontainebleau. Das ist so das Bouldergebiet in Europa. Und wo liegt das? In der Nähe von Paris. Und da ist es auch tatsächlich, das ist so eine Gegend, wo man das Boulder dann anfängt, nicht mehr nur als Training zu verstehen, sondern auch einfach zum Selbstzweck zu betreiben. So, Boulder um des Boulderns willen. So, das ist auch so ein ganz, ganz traditionsreiches Gebiet, wo auch ganze Familien hinfahren, weil es da wirklich von ganz, ganz leicht bis ganz schwer sauviele Möglichkeiten einfach gibt. Und sie klettern sich jetzt hier durch die Parcours, so nennen sie da so Serien von 20 bis 40 Bouldern, die so, also an jedem Boulder ist dann so ein kleiner Pfeil, wo es zum nächsten geht. Und dann kann man quasi so in einem Parcours, wenn man sehr, sehr gut ist, vielleicht an einem Tag, dann mal so eine ganze Serie von Bouldern durchmachen. Und Flipper, ich überlasse euch jetzt mal zu entscheiden, ob das ein trauriges oder ein gutes Schicksal ist. Flipper ist so ein ganz genialer Typ, der einfach oft aber in anderen Ebenen denkt als andere. Der ist so immer in seiner eigenen Welt, dabei aber sehr analytisch und irgendwie auch logisch, aber auf eine Art und Weise, dass die anderen ihn nicht immer so verstehen. So Scherben-Cooper-mäßig so. Ja, jetzt nicht so komplett genial, aber schon schlau, aber auf eine verkopfte Weise. Der gründet irgendwann das Outdoor-Geschäft Vizophräen, das kennt man vielleicht, das gibt es heute noch. Der hat es aber dann irgendwann verkauft, um seine Alkoholsucht zu frönen. Die ist ja mittlerweile wieder los. Ich bin mir beim Studium der psychedelischen Drogen nicht ganz sicher, wo er da heute steht. Kann ich nicht, will ich ihm jetzt nichts unterstellen, weiß ich nicht. Das kam aber in seinem Leben auch noch vor. Und er hat lange Zeit in seinem Leben dann auch, ist er durchs Frangjur gewandert und hat dort Höhen untersucht und hat dort Münzen gefunden und Werkzeuge und anderen Kram halt aus Höhen gefischt. Das ging so weit, dass die naturhistorische Gesellschaft in Nürnberg ihm sogar einen Job irgendwann angeboten hat und er aber den einfach ausgeschlagen hat, weil er das lieber halt so ungebunden und frei auf eigene Faust machen wollte. Heute hält er sich mit Flaschen und Dosen sammeln über Wasser und er wundert sich, dass Boulder inzwischen eine olympische Disziplin werden soll. Also eigentlich für dieses Jahr geplant, zumindest mal als Gastdisziplin, jetzt dann halt nächstes Jahr. Und er ist so einer der Ersten, der das in Deutschland überhaupt jemals als Sport überhaupt ernst genommen hat. Und er hat so diese ganze Entwicklung verfolgt und sieht jetzt dann, was da jetzt heute für ein Trara dann drum gemacht wird. Und das ist natürlich auch für so einen dann so ein bisschen interessant und witzig. Aber ich meine, das ist ja ein typischer Fall von jemandem, der eigentlich durch Vorträge allein schon leben könnte, wenn er wollte. Aber dazu ist er zu verschroben. Ich schicke euch auch hier mal ein Bild, dann kannst du vielleicht selbst urteilen, wie er auf dich wirkt. Ich glaube, das Problem ist, dass der wahrscheinlich eher ein bisschen ... Der sieht sehr nach Aussteiger aus allem aus, gerade auf dem Bild. Ja, so würde ich es auch beschreiben. Aber, also er lebt noch und er hat auch der Klettergemeinde hierzulande ein großes Geschenk hinterlassen. Er ist quasi nach seiner Zeit in Frankreich, beginnt er dann auch im Frankenjura wirklich nach so Boulder-Problemen zu suchen, die zu putzen. Also beim Bouldern muss man meistens dann irgendwie von so einem Felsklotz auch irgendwie erst mal so das ganze Grünzeug und die ganzen Wurzeln und alles entfernen, bevor man da sinnvoll dran klettern kann. Und dann ultimativ dann halt so Linien zu definieren und die dann auch nach und nach zu lösen. Und da gibt es so eine Gegend im, ich darf nicht genau sagen wo, im Frankenjura. Das nennt sich Fiez-Parcours, wo er zweimal 40 Boulder-Probleme quasi in einem relativ begrenzten Areal so aufgemacht hat. Und das ist tatsächlich so, also es gibt einen offiziellen Boulder-Appell, der ist so selbst auferlegt von der Boulder-Gemeinde. Und Teil des Boulder-Appells ist, dass man eben nicht den Standort irgendwie ins Internet schreibt oder Fotos mit Geolocation irgendwie von diesem Parcours veröffentlicht. Also dass das so ein bisschen nicht dem Massentourismus preisgegeben wird. Aber wenn man jemanden kennt, der das halt weiß, dann wird es schon weitererzählt oder da wird mal einer mitgenommen. Aber man versucht eben... Ein bisschen wie der Fight Club. Ja, nicht ganz so extrem, aber es ist ein bisschen... Es ist weg, aber die Leute, die kommen, die wollen dann auch. Also du kannst mal Challenge mal versuchen. Ich habe es tatsächlich noch nicht selber versucht, mich hat mal einer mitgenommen. Aber du kannst mal Challenge versuchen, ob du rausfindest, wo auf der Karte der Fiez-Parcours ist. So, das ist tatsächlich... Es ist wahrscheinlich lösbar. Sicherlich findest du irgendeinen, der seine Geodaten nicht aus irgendeinem Foto oder einem Video gelöscht hat. Aber offiziell gilt der selbst auferlegte freiwillige Boulder-Appell. Und der hat zum Teil eben auch, dass diese Location nicht verraten wird. Wie schreibt man den? Fiez. F-I-E-T-Z. Und dann Parcours. Wir packen die Adresse in die Shownotes. Oh, wow! Wahrscheinlich ist es voll easy zu lösen und ich bin nur auf eine Ente reingefallen, dass das geheim ist. Wie gesagt, ich habe es noch nie selber versucht rauszufinden. Zurück zu Kurt. Also, während Ende der 70er Jahre dann die RAF und der Deutsche Herbst so die Öffentlichkeit so ein bisschen beschäftigen, zieht Kurt sich auch jetzt ins Frankenjura zurück und eröffnet dort neue Routen, verschiebt Schwierigkeitsgrade, neue Höhen. Von vielen ziemlich unbemerkt und so, als wäre das halt was ganz Alltägliches. 1977 zieht er bei seinem Freund Norbert und dessen Freundin ein und er hat mittlerweile mit Ingrid auch eine feste Freundin und die vier sind auch ein super Quartett, das zusammenklettern geht, eine fantastische Seilschaft. Norbert und Kurt werden 1978 dann zur sowjetischen Meisterschaft im Schnellklettern eingeladen und sind total baff von dem, was sie dort erleben, so schnell klettern. Ja, auf die Idee ist irgendwie in Deutschland auch noch gar keiner gekommen bis dahin. Und sie haben auch überhaupt keine Chance gegen die lokal ansässigen Kletterer, weil sie das auch noch nie versucht haben. Also, das ist nochmal eine ganz eigene Disziplin. Während sich Kurt und Norbert 1978 in Frankreich in die Schlucht von Verdun verlieben, suchen die Freundinnen zu Hause nach einer neuen Bleibe und werden dann in Eckental fündig und unterschreiben dort einen Mitvertrag für eine Doppelaushälfte. Und da war auch schon Theater gespielt, den Eckental. Sie erzählen dann den, ich sag ja, das ist alles sehr in der Nachbarschaft von euch. Ja, ja, das ist echt absurd. Sie erzählen dann den Männern am Telefon, dass sie ein Haus gefunden haben und dass die Wände alle noch ungestrichen sind und daraufhin beschließen die beiden Männer, den Ausflug nach Frankreich noch eine Woche zu verlängern. 19, danke Dominik, danke. 1982 zieht Wolfgang Güllig mit in die Wohngemeinschaft ein und das ist ein Name, den eigentlich auch viele Kletterer hier in der Gegend, oder fast alle Kletterer hier in der Gegend kennen sollten. Von ihm ist das berühmte Zitat, das außen am Café Kraft in riesigen Buchstaben angebracht ist. Genügend Kraft ist ein Buchstand, den es gar nicht gibt. Café Kraft ist auch ein Kletterstudio, das kannst du jetzt auch nicht als Wissen, glaube ich, voraussetzen. Ist eine Boulderhalle, ja. Genau. Aber du hast mir jetzt mein Zitat unterbrochen. Dann sagst du doch bitte nochmal, aber sonst denkt man, das ist ein Café, ja. Ja, ich hätte das schon noch eingeordnet, aber da steht außen in großen Lettern und das ist für ein Café dann vielleicht auch ein bisschen merkwürdig, da steht außen in großen Lettern an der Wand, genügend Kraft ist ein Zustand, den es gar nicht gibt. Das war so sein Lebensmotto und wie er das quasi in den Körper gegossen hat, schicke ich euch auch mal kurz ein Bild, das ist ein sehr, sehr berühmtes Foto von Wolfgang Güllig und Kurt Albert, also Wolfgang Güllig links, Kurt Albert rechts, also zwei Männer mit massiven Oberarmen, die gerade so ein, sich die Hand schütteln. Das schaut einfach echt aus wie dieses Meme-Bild aus, was ist denn das, ist das Predator, wo die zwei Muskelbett packten. Carl Weathers und Arnold Schwarzenegger, die so richtig geil sich die Hand einschlagen. Ja. Also das ist auch relativ krass, weil als so ein Kletterer, da geht es ja auch nicht um Umfang vom Oberarm, du trainierst ja anders, wenn du einen aufgepumpten Bizeps zur Schau stellen willst, als wenn du wirklich mit den Muskeln was anfangen willst. Und Kletterer haben in der Regel sehr funktionale Muskeln, also das siehst du dann schon, das ist schon sehr definiert, aber es ist nicht so aufgepumpt und auf diesem Bild treten da halt einfach schon riesige Muskeln raus und da weißt du, dass die nicht zur Schau so trainiert wurden, sondern um die halt wirklich auch zu benutzen. Ich glaube, ich habe den Ort gefunden. Okay. Ich bin nicht mehr drauf ein. Du kannst mir dann ja mal schicken, ich kann das dann bejahen oder verneinen oder vielleicht muss ich dich auch an die Boulder-Gemeinde verpfeifen und es kommt dann heute noch jemand bei dir vorbei. Das ist so Boulder-Gemeinde, die schmeißen dann so einen Molchdorf-Cocktail durchs Fenster oder so und dann, wenn außen einer vorbeiläuft, steht so einer da und sagt, pscht, du hast nichts gesehen. Ich sehe jetzt einen Ausschnitt, den ich nicht beurteilen kann, Philipp, das ist zu klein. Aber, ja, okay, also Kurt und Wolfgang verstehen sich bombig, ja, sie klettern ähnlich stark und haben ähnliche Ansichten, sie bereisen die Welt zusammen und sie holen die ganze Welt als Gäste in ihre WG. Ja, so das Who is Who der internationalen Kletterszene geht im Hotel Frankenjura, so heißt es dann alsbald ihr Wohnarrangement. Also die gehen da ein und aus, weil auch immer die Gartentür offen steht und eigentlich jeder weiß, wo der Hausschlüssel versteckt ist. Ständig hockt die Bude voll und Kurt ist auch ein guter Gastgeber, der gerne mal sein Auto verleiht oder Kaffee kocht, Brötchen holt. Alles mit dem Geld seiner Freundin, die einen ganz guten Job als Anwendin bei der Army hat und mit dem Geld von Norbert, der mittlerweile in ein ganz gut gehendes Outdoor-Geschäft mit eingestiegen ist. Und natürlich hat das Konfliktpotenzial, ja, also, ja, also wenn zwei Leute das Ganze finanzieren und aber eigentlich andere zwei, die sind, die davon hauptsächlich Nutz niesen, ist da so ein bisschen Konflikt vielleicht vorprogrammiert. Und es kommt dann noch dazu, dass Ingrid sich immer weniger zu Kurt und immer mehr zu Wolfgang hingezogen fühlt, was Kurt irgendwie nicht zu stören scheint. Ja, also es gibt wohl auch eine Zeit, wo das irgendwie so eine Dreierbeziehung ist. Das ist nicht so ganz klar. Und das Hotel expandiert dann auch, als sich nebenan in der anderen Doppelhaushälfte auch zwei Spitzenkletterer niederlassen, die auch regelmäßig die Türen öffnen und alle möglichen Leute da irgendwie einladen. Also da ist Highlife, so die ganze Kletterwelt geht dort ein und aus. Die Kletterbagage. Und da sind wir jetzt dann schon auch wieder bei dem Punkt, ne? Also man kennt das Frankenjura so und man geht da auch hin und man weiß, da sind die Profis, ja. Den Höhepunkt erreicht der Klettertourismus, als eine, oder ich weiß gar nicht, ob es mehrere waren, eine Bergsportzeitschrift anfängt, über dieses Doppelhaus zu berichten. Aber Sekunde, bevor wir da weiter einsteigen, das heißt ja aber auch ein ganzes Stück weit, ist es ja gar nicht unbedingt die Landschaft, die diesen Hype hat, sondern klar, ist es gut, dass diese Berge da sind in der Form. Aber das hätte auch in der Sächsischen passieren können, wenn er sich da niedergelassen hätte und sein Wirken so angebracht hätte und es so angekommen wäre natürlich. Würde ich jetzt weder verneinen noch bejahen. Es hängt schon stark an den Personen, klar, aber die Personen in der Landschaft haben da natürlich auch, also sie hatten die Möglichkeiten, dieses Kletterlevel immer weiter zu pushen. Das hast du vielleicht nicht überall auf der Welt, aber das hättest du sicherlich woanders auch gefunden. Also blöd gesagt, das ist ein bisschen wie bei Woodstock kam halt die Generation zusammen mit den Leuten und den Leuten auf der Bühne und dem politischen Zeitgeist, dass es dann in der Retrospektive so eine große Sache wurde. Genau, also tatsächlich und das war mir auch noch nicht ganz so klar, obwohl ich den Namen kannte und obwohl ich um einiges davon schon wusste, aber mir war nicht klar, wie zentral Kurt Albert für diese ganze Entwicklung des modernen Klettersports gewesen ist eigentlich. So, das ist schon echt krass. Also den Höhepunkt erreicht der Klettertourismus, als in der Bergsportzeitschrift dann über das Doppelhaus berichtet wird und da wird auch geschrieben, dass Kletterer dort umsonst wohnen könnten. What? Und plötzlich sitzen dann auch mal vier Holländer einfach bei einem Bier in der Küche und keiner kennt die. Aber haben die gestimmt oder? Ja, ja, das haben die gestimmt. Also die, ja, grundsätzlich schon. Also die waren sehr offen und sehr freizügig, aber sie hätten es jetzt natürlich, sie kannten ja die Leute, die sie da eingeladen und reingelassen haben in der Regel, ja. Aber wir haben jetzt auch. Welche wildfremden weltweiten Kletterer ankommen, ich glaube, das kann nicht in ihrem Sinne gewesen sein. Also ein bisschen wie bei manchen Podcast-Meetups, die ich kenne, wo sich dann halt Leute gegenseitig einladen, weil man sich kennt. Klar, im Moment auch nicht, ne. Aber die würden auch nicht sagen, ja, das ist irgendwie, ich lade einfach mal, es könnte einfach jeder kommen, völlig beliebig, ohne Grenzen. Das funktioniert ja natürlich nicht. Also sagen wir mal so, Norbert bittet sie dann doch auszutrinken und zum nahen Campingplatz zu gehen, ja, der Eigentümer des Hauses. Es hätten Kurt und Wolfgang hätten das nie gemacht. So, die hätten die niemals rausgeworfen. Und darüber streiten sie sich dann tatsächlich auch. Und der Streit, ja, der weidet sich dann aus. Da geht es dann auch schnell um die 600 Mark Telefonrechnung, ja, weil so Gäste natürlich auch gerne mal nach Hause telefonieren oder sonst wohin. Und sie kriegen sich dann wieder ein und einigen sich, eine Telefonkasse aufzustellen. Aber als da dann so 200 Mark drin sind, wird auch die noch geklaut. Und was jetzt auch irgendwie das Ganze nicht besser macht. Ja, das ist eigentlich immer so dieser arschige Moment, wo du denkst, du brauchst nur einen Arsch. Genau, so geile Community, alles cool und dann wird irgendwo mal was geklaut. Du brauchst nur einen Arsch. Das Wohnenarrangement wird aber dann noch komplizierter, als Wolfgang mit der Nachbarin anbandelt. Ingrid sich daraufhin einen neuen Freund sucht und der dann auch noch mit einzieht. Ja, Fun Times. Gute Berge, schlechte Berge. Dem Bruder Horst fehlt es ein bisschen an Verständnis und der Kontakt zu seinem Bruder Kurt wird dann auch immer seltener. Und ich muss sagen, ich habe dann auch stellenweise nicht mehr so ganz durchgeblickt, wer da jetzt mit wem und was und aber naja. So eine deutsche Telenovela in der fränkischen Schweiz. Man liest dann auch immer mal wieder den Begriff Kommune, wobei sie sich dann da doch auch irgendwie so ein bisschen wehren gegen so einen Begriff. Es sind hauptsächlich eine Ansammlung von Menschen, die sich rein um sich selbst kümmern, die nur Verantwortung für sich selbst übernehmen. Und das vereint sie so ein bisschen. Da steckt kein politisches irgendwas dahinter, sondern da geht es einfach nur darum, die haben jetzt Bock da drauf und darin sind sie sich einig und deswegen finden sie sich da irgendwie so zusammen. Aber wie alt sind die denn in dem Alter? Aber ich meine, die lassen doch körperlich jetzt auch irgendwann nach, oder? Na, wir sind jetzt Ende der 70er Jahre, da geht schon noch was. Ist noch nicht ganz so schlimm. Also das kommt dann schon, dass der Zenit irgendwann naht, aber ganz so schlimm ist es noch nicht. Wenn die jetzt da in ihre kleinen, nennen wir es mal, Kommunen hier hocken, tobt in der Welt der Kletterer und Alpinisten ein grundsätzlicher Streit. Die einen sagen, dass Alpinismus ist so der Inbegriff von Freiheit und den kann man nicht durch ein Regelwerk so zerstören. Und die anderen sagen, dass jede Art von Sport, und da gehört Sportklettern und Bergsteigen auch dazu, dass jede Art von Sport verbindliche Regeln braucht. Sonst kann man ja Leistungen gar nicht vergleichen. Ja, und irgendwie haben beide Seiten recht, finde ich so. Es ist aber vor allem halt auch ein Kampf alt gegen Jung, Establishment gegen Freigeister. Und es sind die Wachstumsschmerzen von der Sportart, die sich halt langsam von einem Freizeitding hin zu einem echten Profisport entwickelt. Denn da steuern wir jetzt unaufhaltsam drauf zu. Und spürbar wird es dann so 1981, als der Sportcheck das erste internationale Klettertreffen in Kronstein abhält. Das ist so eine Leistungsschau der Kletterwelt. Da kommt so alle Welt, schickt die besten Kletterer und es wird einmal abgeglichen, wo so der Klettersport international steht. Da ist dann die Fachpresse logischerweise da, aber sogar der BR sendet da schon irgendwie seine Kultursendung dann vor diesem Kletterfestival. Der Bayerische Rundfunk. Der Bayerische Rundfunk. Es gibt aber auch natürlich Gegenstimmen, Gegner der Veranstaltung, die kippen dann mal so ein Güllefass in eine der Routen, die da halt irgendwie geklettert werden soll, sodass die an dem Tag dann nicht frei geklettert werden kann. Ja, mei. Aber im Großen und Ganzen... Ist das eher so ein, die machen hier die Berge kaputt? Naja, wie gesagt, das ist dieser Streit, so der einen... Also die, die Gülle runterkippen, waren sozusagen gegen, waren die Alten, die gegen das neue System in Anführungszeichen protestiert haben? Oder waren das Bauern in der Region, denen das zu doof war, dass hier so viele herkommen? Also das mit den Bauern in der Region, das wird jetzt tatsächlich heute dann eher zum Problem. Das war damals, glaube ich, noch nicht so dramatisch. Das war schon so, das waren schon so die, ja, die hatten wir in unterschiedlichen Glaubenssätzen. Und es war jetzt nicht so, dass bei den Alten nicht auch einer mit den jungen Glaubenssätzen dabei war und bei den Jungen einer mit den Alten so. Das hat sich dann schon auch... Aber es war schon so grundsätzlich, wenn man es schwarz-weiß anteilen will... Aber alt im Sinne von altes System gegen neues System. Genau. Und jetzt zieht natürlich die Kletterwelt, wenn sie schon mal da ist, einmal quer durchs Frankenjura und Beweis dort, wie können. Und am Ende stellen alle fest, naja, mit, ja, von unseren deutschen Ausnahmetalenten mal irgendwie abgesehen, sind insgesamt so die USA und England eigentlich in ihrer Entwicklung insgesamt schon ein bisschen weiter. So in dieser ganzen sportlichen Entwicklung. Das sind schon auch sehr, sehr gute, jetzt gerade eben können er von diesem ganzen neuen Sportklettern. Ein Jahr später Kurt hat fleißig im internationalen Kletterzirkus mitgemischt. Und er erreicht jetzt dann, und da sind wir jetzt, Dominik, er erreicht seinen Höhepunkt in der vorhin schon erwähnten Route Magnet. Also im neunten Grad. Als Erstbegehr im neunten Grad. Philipp schüttelt den Kopf. Ja, ich finde den Namen Magnet lustig, weil Magnet eigentlich eher klingt wie... Naja, da kann nichts passieren, der klebst an der Wand wie ein Magnet, das ist überhaupt kein Thema. Und die davor klangen einfach viel furchteinflößender. Ja, das mit den Namen, das ist so ein ganz eigenes Ding, ja. Er spürt, dass es von hier ab nur noch eine Richtung gibt. Und er füllt jetzt sein Leben zunehmend auch mit Dingen neben dem Spitzengleitersport. Also er, 1984, absolviert dann nach zehn Jahren Studium die Lehramtsprüfung Mathe-Physik für Realschulen. Und wird dann tatsächlich auch zwei Jahre als Referendar in Forchheim und Kulmbach arbeiten. Und schreibt 1986 in sein Tourenbuch, Stunt an der Schule, habe Gebäude im Piazris geklettert. Piazris muss man vielleicht auch erklären, das ist, wenn quasi eine Gebäudeecke nicht quasi spitz, sondern stumpf. Also, wisst ihr, was ich meine? Wenn zwei Gebäude aneinander stoßen, quasi. Und dann hast du einen 90-Grad-Winkel, der aber quasi invertiert ist. Also nicht so eine Gebäudeecke nach außen, sondern nach innen. Und wenn da so ein Spalt drin ist, dann kann man da so seine Finger reinklemmen und kann die Füße gegen die andere Wand stemmen. Und dann kann man sich so langsam hocharbeiten. Das ist Piazen. Ah. Und so hat er dann quasi das Schulgebäude bezwungen. Und er führt auch gerne mal seine Jonglage-Fertigkeiten vor oder seine Fähigkeiten, den Zauberwürfel zu lösen. Der, das habe ich auch erst gelernt, 1980 gerade mal erst auf der Nürnberger Spielwarenmesse vorgestellt wurde. Also der ist auch noch relativ neu. Du schaffst hier einen ganz anderen Stolz für Nürnberg für mich. Bisher war der erste Nürnberg eigentlich alles, worauf ich stolz war. Das war eine schöne herzhafte Lache. Ja, danke Philipp, es hat sehr gut getan. 1985 wird ihm, oh wir haben echt noch ein bisschen was vor uns, Jungs. 1985 wird ihm Wolfgang Güllig und Sepp Geschwendner vom Bundespräsident Weizsäcker das Silberne Lohrbeblatt für hervorragende sportliche Leistungen verliehen. 1986 schreibt Kurt in Versalien in sein Büchlein Letzter Schultag. Er ist 32, nicht mehr länger Referendar und sieht aus wie ein junger Albert Einstein. Ein Jobangebot an der Realschule Bad Brückenau nimmt er weder an, noch lehnt er es ab. Er schiebt einfach keine Antwort. In den 1980ern hat er dann auch so gegen Ende der 1980er seine ersten Beraterverträge mit Bergsportausrüstern. Also er kriegt zum Beispiel von Salewa ab 1988 jährlich 5000 Mark. Allein dafür, dass er die Produkte trägt und dass er dem Geschäftsführer, der auch, obwohl er der alten Generation angehört, einen Rotpunkt begeisterter ist, dass dem so ein paar Verbesserungsmöglichkeiten einfach quasi zurückspielt. Wenn du überlegst, für wirklich kleines Geld, die das damals gemacht haben, klar war da noch nicht der Riesenmarkt dahinter. Heute, wenn du mit 5000 Mark oder halt selbst 5000 Euro an jemanden dran gehst, die lachen sich ja kaputt. Ja, ich meine, das ist auch nichts, wovon er leben konnte. Aber es war schon mal ein gutes Einkommen, dass er nichts dafür machen musste. Und der Vertrag wird auch tatsächlich bis ein kurzes Lebensende halten. Im selben Jahr fährt er das erste Mal dann also professionell ausgerüstet ins Karakrum-Gebirge nach Pakistan. Und ja, professionell ausgerüstet. Er ist immer sehr bescheiden, was so das Material angeht. Also obwohl Salewa ihm eigentlich alles mitgeben würde, was er braucht, sagt er dann meistens so, ja, nö, das reicht. Das ist so seine Standardantwort auf die Frage, ob er noch irgendwas anderes mitnehmen will. Und er ist insgesamt auch nicht der beste Werbeträger, weil er eigentlich statt immer die neuen Kollektionen anzuziehen, lieber die aus dem Vor-, Vor-, Vorjahr erst noch aufbraucht. Die auch schön eingetragen sind wahrscheinlich. Da weiß er, was er hat, ja. Ja, er steht dann bald auch bei Boreal unter Vertrag. Aber obwohl er spaßam lebt, reicht es auch noch nicht, um über die Runden zu kommen. Also er muss dann auch noch, bei Norbert hat mittlerweile eine Kletterschule auch übernommen. Also er muss dann da Kurse geben, um sich ein bisschen was zu verdienen. Oder als privater Bergführer auch nebenher noch ein gewisses Einkommen zu haben. Er tritt auch in Willi Bogners Fire Ice and Dynamite als Freikletterer auf. Also den hat man sicherlich auch schon mal gesehen und ihn wahrscheinlich nicht wahrgenommen. Und da kriegt er dann auch immerhin mal so 300 Dollar am Drehtag. Also das ist auch schon mal ein ganz gutes Zubrot. Und später kommt als Einnahmequelle auch noch das Routenbauen hinzu. Und da sind wir jetzt dabei, dass Klettern jetzt zum Wettkampfsport wird. Also die ersten Kletterwettkämpfe sind 1990 an der Nürnberger Messe. Da wird der erste Sportkletter-Weltcup abgehalten. Und da ist er und Wolfgang sind so die leitenden Routenbauer. Günther Koch moderiert live. Und Kurt und seine Crew unterschätzen den Aufwand, so eine Wettkampfwand zu schrauben komplett. Also ich meine, die sind auch ziemliche Slacker, muss man auch dazu sagen. Aber sie schätzen das auch völlig falsch ein. Sie müssen also die ganze Nacht schuften, damit dieses Finale stattfinden kann. Und es bleibt noch nicht mal Zeit, zwischenzeitlich mit dem Hubsteiger runterzufahren, um zu pinkeln. Und deswegen muss er oben, pinkelt er, also Kurt, in so eine Cola-Flasche. Und die steht dann während des gesamten Wettkampfs direkt neben der Wand, sodass Publikum, Presse, TV-Kameras das immer schön gut in der Sicht haben. Das ist eine ganz schöne Anekdote aus der Zeit. Schön! Kurt war ernährungstechnisch immer so der Typ, Schäuferler wird essen und drei Liter Kaffee pro Tag. Jetzt verstehe ich, warum hier die Vorbildfunktion so groß wird und das Idol. Güllich hingegen, der fängt an, dann das Thema systematisches Training, dann auch da Ernährung mit reinzubringen und das alles insgesamt auf ein neues Level zu hieven. Er erfindet das Campus Board, das heute für viele Kletterer Standard-Trainingsinstrument ist. Das ist so ein Brett mit so Löchern, wo man halt seine Finger nur so ein ganz kleines Stück weit reinkriegt, wo man halt das so ein bisschen simuliert, wie er die Klimmzüge am Türstock gemacht hat. Und mit dieser Lebensart hat Wolfgang Güllich dann auch ziemlichen Erfolg. Also 1991 erschließt er Action Direkt. Das ist die wahrscheinlich berühmteste Route der Fränkischen Schweiz. Das ist damals die weltweit erste Route im 11. Grad, sind wir da schon, 1991. Und es ist wahrscheinlich sogar die berühmteste Kletterroute der Welt. Also lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Die hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag und schaut euch unbedingt auch mal die Videos im Internet dazu an von den Leuten, die diese Route klettern. Also da gibt es so einen ganz krassen Dino, also einen dynamischen Kletterzug, wo man von einem Einfingerloch springend in ein Zweifingerloch greifen muss. Das ist vollkommen absurd. Und das in dem 45-Grad-Überhang. Also es ist absurd. Es ist wirklich absurd. Kurt lässt das alles kalt. Er macht einfach, wo nach ihm ist. Also systematisches Training, Ernährung, da scheißt er drauf. Das interessiert ihn nicht. 1986 ist ihm dann beispielsweise danach die 8-Plus-Route Fight Gravity, ohne Seid durchzusteigen. Also da sind wir jetzt beim Free Solo, was wir vorhin haben. Fight Gravity ist auch offen sehr malerische. Ja, ein bisschen platt, aber irgendwie doch auch kunstvoll. Und das Problem bei Free Solo ist, das wird oft so ein bisschen missverstanden. Ich meine, das ist natürlich, ist das ultra gefährlich und sehr waghalsig. Aber Dominik hat es vorhin schon sehr schön ausgeführt. Sowas ist keine spontane Schnapsidee. Auf sowas bereitet man sich Monate, wenn nicht jahrelang vor. 8-Plus, wie gesagt, das ist was, das ich unter besten Optimalbedingungen, wenn ich jetzt zwei Jahre trainieren würde, in der Halle vielleicht schaffen könnte. Aber sowas draußen und ohne Seid zu klettern, ist sowas von jenseits meiner Fähigkeiten. Und das mal wirklich ungesichert draußen ist schon interessant. Das ist eine ganz eigene Spielart von Klettern. Und Alex, no big deal, Honnold hat damit ein ganz neues Level aufgemacht. Ich meine, damals kennt es noch keiner. Heute hat man das dann eben durch Honnold schon ein oder zwei Mal gesehen. Wenn euch das interessiert, habe ich auch ein Bild davon, wie er da in dieser Route hängt. In einem doch auch, wie ich finde, sehr abenteuerlichen Zug. Aber er weiß genau, was er da tut. Auf die Frage nach dem Warum schreibt er in seinem Gleichnamen Buch, das auch Fight Gravity heißt. Ein Solo-Kletterer braucht keine Zuschauer und keine Öffentlichkeit. Deshalb sind meine Worte eigentlich überflüssig. Also das heißt, er will es noch nicht mal begründen, warum. Sondern das ist einfach ein Ding, das man mit sich und der Wand irgendwie ausmachen muss. Was ich auch sehr spannend finde, in der Zeit entdecken Kurt und sein Kumpel Tony den C64 für sich. Sie gründen sogar eine Firma, Kate, und programmieren ein einfaches Knobelspiel, das aber so gestaltet ist, dass der Computer immer gewinnt. Also das ist auch ziemlich fies. Das ist mir jetzt noch nicht unbedingt eine Anekdote wert, aber bei dieser Arbeit entdeckt Kurt dann Parallelen zwischen Programmierung und dem Free-Solo-Klettern. In beiden Fällen geht es darum, dass man vorher einstudierte Routinen fehlerfrei abspult. Und da findet er eigentlich einen ganz schönen Vergleich, finde ich. Er schreibt dann konsequenterweise ein Programm, das die Solo-Begehung von Fight Gravity zeitidentisch wiedergibt. Also zeitgleich quasi, also in Echtzeit. In Echtzeit, würde man vielleicht sagen. Ich lasse euch mal den Programmcode in den Dings. Philipp wird es lieben, dachte ich mir. Das ist ja mega weird. Ja, das habe ich auch nicht kommen sehen. So plötzlich, oh, C64, cool. Bisschen Basic-Code hier. So wie er dem Frankenjurer den roten Punkt geschenkt hat, nimmt Kurt den Punkt jetzt dann in den vorigen Jahren mit ins Gebirge. So, da habe ich ja vorhin schon gesagt, Klettern ist da viel abenteuerlicher. Oft hängt das Leben von ihm und seinem Kletterpartner nur an drei rostigen alten Haken, von denen bei einem Sturz manchmal auch einfach ein, zwei ausbrechen. So, das gehört da dazu. So, das muss man da abkönnen. Für eine erneute Reise nach Pakistan schleusen der DAV Kurt und Wolfgang sogar einen alten Kumpel heimlich aus der DDR, weil sie hier revolutionär Neues vorhaben. Also sie wollen jetzt alpines Sportklettern im Himalaya versuchen. So, es ist eine absolute Neuheit. Keiner weiß, ob das überhaupt geht. Ich würde jetzt nicht sagen Schnapsidee so, aber man weiß einfach nicht, ob es geht. So, geht es mit dem Fels? Kann man das in der Höhe? Gibt es die Fitness her? Ist das, macht das überhaupt Sinn? Macht das Spaß? Ja, da sind ganz viele essentielle Fragen darum, aber sie wollen es einfach mal ausprobieren. Aber haben die da mit den Locals quasi da eine Kooperation oder wie ist das? Naja, es ist schon eine große organisierte Reise halt über den DAV, wo dann auch wirklich irgendwie das dann auch ordentlich Geld kostet, wo viel Material bewegt werden muss und wo die dann auch vor Ort Träger haben. Unser Maurice, der im Mount Everest damals sehr erklommen ist, der hat ja Sherpas vor Ort gehabt und dergleichen. Und meine Frage ist, ob die quasi der lokale Hilfe annehmen oder ob die da auch? Ja, ja, das haben die schon auch. Das erkläre ich jetzt gleich noch ein bisschen detaillierter, weil ja, ihnen geht es jetzt nicht darum, den Berg von Anfang bis Ende irgendwie zu bezwingen, sondern ihnen geht es darum, in diesem Gebirge bestimmte einzelne Wände quasi zu bezwingen. Ja, also der Weg dahin ist jetzt nicht das Ausschlaggebende, da haben sie Träger und witzigerweise, also sie kommen da an und haben dann irgendwie eine große Mannschaft, viel Ausrüstung und die ganzen Sherpas packen sich halt die Buckel voll und schleppen halt so 25 Kilo Rucksäcke dann irgendwie los über mehrere Tage bis dahin, wo sie halt klettern wollen. Und die Deutschen kommen da an, haben erstmal Magen-Darm ordentlich, leiden unter der Höhe und sind aber sehr beeindruckt von diesen Sherpas, die halt diese schweren Stücke in dieser Höhe problemlos tragen. Und Kurt versucht dann auch einmal einen Tag lang so ein 25 Kilo Gepäckstück über das Gelände zu tragen und er bricht im Grunde am Ende völlig erschöpft zusammen. Er kann seine Beine kaum mehr durchdrücken. Also er hat dann am Ende großen Respekt für die Leistung dieser Sherpas. Und sie richten dann auf 4000 Meter ihr Basislager ein und da gibt es dann so einzelne Türme in der Nähe, die Trango-Türme und das ist das erklärte Ziel. Da gibt es so einen, das nennt sich Norweger Pfeiler, also das ist ein Weg, den Great Trango Tower hinauf von den knapp über 4000 Meter bis ungefähr 6000 Meter zu klettern und das über 55 Seillängen hinweg. Seillängen muss ich vielleicht auch noch kurz erklären. Wenn du bei uns in der Halle kletterst, so, da kletterst du eine Seillänge. Also einmal von unten hoch, oben in den Umlenker, dann seite ich wieder ab, wieder runter, das war eine Seillänge. Wenn du aber wirklich im Gebirge unterwegs bist und die Wände länger werden, dann reicht ja, dann kannst du nicht ein Seil mitnehmen, das einen Kilometer Länge hat. Das wäre viel zu schwer, viel zu unhandlich, damit kannst du nicht arbeiten. Also machst du das, arbeitest du dich quasi Stück für Stück vor. Du suchst dir dann eine Stelle, wo du in der Regel dann einen Stand einrichtest, also eine besonders sichere Stelle, wo du mehrere Haken dann auch in die Wand setzt, dass du dich da quasi festmachst, deinen zweiten Kletterer von unten nachholst, die ganze Ausrüstung nachholst und von da aus dann weiterkletterst. Und das machst du dann so Stück für Stück. Und 55 Seillängen, so hintereinander wegzuklettern, das ist schon auch eine ganz schöne Strecke, da ist man ganz schön beschäftigt. Und gerade in so einem Gebiet, Hochgebirge, ausgesetzt, kalt, ist das schon eine Wahnsinnsherausforderung. Und um es ein bisschen abzukürzen, sie scheitern an der Herausforderung. Also im Jahr vor ihnen haben es irgendwie ein paar Bergsteiger, ein paar Norweger erst begangen, seitdem hat es keiner wiederholt. Die sind auch gestorben dann beim Absteigen und sie müssen aber unterwegs abbrechen, so nach zwei Dritteln. Sie schaffen es einfach nicht, das ist krass. Sie finden dann aber da oben in dem Gebiet, als sie sich erholen, da ist eine zweite Gruppe an einem anderen Gipfel, die den dann in der Zwischenzeit bezwungen haben. Und sie versuchen sich dann an dem und dort kommen sie dann zumindest an dem mit ihrer Rotpunktvariante zum Ziel. Also sie haben erfolgreich bewiesen, dass man auch im Himalaya-Sport klettern kann und nach den gleichen Rotpunktregeln klettern kann, wie zu Hause im Frankenjura. Beim Abstieg läuft es nicht so glatt. Bernd, den Typ, den sie aus der DDR eingeschleust haben, der stürzt in eine Gletscherspalte. Und sie müssen ihn wirklich in einer übel krassen Nachtbergungsaktion aus dieser Spalte bergen. Und es ist auch nicht klar, ob er durchkommen wird. So, sie sind bis 5 Uhr morgens, sind sie beschäftigt, ihn aus dieser Spalte zu holen und ins Lager zu schaffen. Sie haben sogar einen Arzt dabei, aber selbst das ist trotzdem hart an der Grenze. So, Bernd ist am ganzen Körper geschwollen, er hat Blut im Urin. Er kriegt laufende Invursionen, aber er sieht wirklich hundealient aus. Und es dauert dann noch zwei Tage, bis der Helikopter eintrifft. Zwei Tage? Zwei Tage. Sechs Tage nach dem Sturz erreicht Bernd das Klinikum rechts der Isar. Also sie bringen ihn dann über so ein kleines lokales Krankenhaus, wo sie ihm eigentlich nicht wirklich helfen können, dann wirklich zurück nach Deutschland. Also er ist sechs Tage, nachdem er in dieser Gletscherspalte gestürzt ist. Ist er in München im Klinikum und es ist ein Wunder, dass er noch lebt. Er hat einen Beckenbruch, einen Schambeinbruch, angebrochene Wirbel, Nierenversagen, einen Blasenriss, Rippenbruch mitsamt Knochen, der sich in die Lunge bohrt. Also mehr tot als lebendig. Und ja, es dauert zwei Monate und dann ist er halbwegs wiederhergestellt und kann in die DDR zurückkehren. Und interessanterweise bleibt seine Flucht sogar ohne Folgen. Aber ich meine, das ist die Zeit, wo die DDR sowieso schon fast vorbei ist. Also Bernd wird dann im Folgejahr noch viele Kletterreisen mit Kurt unternehmen. Und noch haben wir keinen Toten, ne? Ja, Zeit wird. Noch keinen Toten. In der Bergsportöffentlichkeit, äh gleich, kommt einer. In der Bergsportöffentlichkeit entspricht sich nun derselbe Streit um Begehungsstile wie im Alpinengelände wie vorher im Sportkletterbereich. Also jetzt redet Reinhard Messner zum Beispiel mit, ja, und viele andere diskutieren öffentlich über so Sachen wie, was ist so die Herausforderung, was für ein Begehungsstil, was bedeutet Fair Means, was machen wir mit Flaschensauerstoff und so weiter und so weiter. Ich meine, ihr wisst, Bergsport ist in den 80ern ein sehr, sehr, ähm, ja, verbreitetes Thema, auch in den Massenmedien. Und es ist ein Umbruch. Also seit Messner 1986 als Erster alle 14 Achttausender bestiegen hat, gibt es auch insgesamt immer weniger Herausforderungen. Also es ist ja, ich meine, vor der Zeit ging es ja immer noch darum, ja, hier ist noch ein Berg, da war noch keiner oben. Das ist hier der krasseste Berg. Okay, hat jetzt einer geschafft, aber wir haben jetzt hier insgesamt 14 Achttausender, ähm, die können wir ja mal noch alle besteigen. Und so mit jedem, mit jedem, der irgendwie eine so eine, so eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, so eine Herausforderung abgehakt hat, gibt es auch weniger insgesamt zu erreichen. Aber ist es nicht eine Sache mit diesem mit oder ohne Sauerstoff? Das ist eben genau der Punkt. Und genau da befindet sich jetzt auch der, der Alpinismus im Wandel, ja. Es geht jetzt dann in Zukunft immer weniger um diese, um diese eigentliche Herausforderung, das habe ich geschafft, ja. Ich war auf dem Mount Everest, sondern es geht dann immer mehr um das Wie. So, das Wie wird jetzt auch im Alpinismus immer, immer mehr und immer wichtiger. Und ich würde es nicht sagen, dass das, dass das allein Kurt Albert zu verdanken ist, aber, ähm, der hat quasi im Sportklettern diese, diesen, diese Diskussion angestoßen und irgendwie auch vorangetrieben. Und das, ähm, jetzt haben wir das, genau das Gleiche eigentlich im, im, im höheren Gelände auch. 1989 stehen sie nochmal vor diesem Trankoturm, ähm, diesmal mit einem größeren, äh, Expeditionsteam. Und mittlerweile sind sie eigentlich auch schon ziemlich berühmt, ja, sodass es gar nicht so schwer ist, äh, Sponsorengelder zusammenzutragen für so eine Reise und andere Topkletter zu motivieren, da mitzukommen. Und auch das will ich jetzt gar nicht so lange ausbreiten. Also, ähm, Wolfgang Gülig steht dann mit einem Innenbandriss in der Wand und, ähm, sichert noch und klettert teilweise sogar noch und, äh, also auch das ist Hanebüchen. Aber diesmal schaffen sie es, ähm, auf einem, auf einem anderen Weg zwar und sie kommen zum, zum Gipfel, aber sie schaffen nicht ihre, ihr Rotpunktvorhaben. Also sie, sie klettern alle Seillängen und schaffen aber eine Seillänge nicht frei zu klettern. Versteht ihr das Problem? Ihr schlaft ja schon? Nee. Also, ich seh euch nicht mehr. An sich, an sich ist es ein bisschen spezifisch, finde ich jetzt ehrlich gesagt. Also ich hab ein bisschen die Angst, dass du jetzt Leute langsam verlierst, weil es zu spezifisch wird, klettertechnisch. Ich hab Angst, dass ich euch verliere. Ja, also, wenn du uns schon verlierst, verlierst du vielleicht auch Menschen da draußen, ja. Nee, ich hab mir einfach nicht ganz verstanden, was sie jetzt da nicht schaffen, äh, geschafft haben. Also, das ist eben, warum ich da so drauf rumreite, das ist eben, weil es genau diese, diese Umweltentwicklung jetzt gerade ist, ne. Also es geht jetzt nicht mehr darum, auf dem Gipfel zu stehen, das schaffen sie, aber sie schaffen es eben nicht nach ihren selbst auferlegten Regeln. So, sie können weite Strecken mit ihren Rotpunktmethoden klettern, also wirklich nur in der Wand klettern, aber sie schaffen es in einem kleinen Teilstück der Wand, schaffen sie es nicht. Ah, okay. Da müssen sie sich behelfen. Und es ist nicht ein bewusster Verzicht auf Hilfsmittel. Genau. Das ist ja darum, wo es geht. Und das ist eben der Witz daran und deswegen ist mir das schon wichtig, dass man das jetzt an der Stelle mir auch folgen kann. Ja, ja, aber wussten sie nicht vorher, dass sie das an der Stelle nicht schaffen werden? Nee, nee, nee. Okay. Das Vorhaben war das schon, das durchzuziehen, aber sie scheitern, obwohl sie auf dem Gipfel stehen. Und das ist genau der Punkt. Es geht nicht mehr darum, auf dem Gipfel zu stehen, sondern es geht darum, quasi das Vorhaben, das man sich selber vorgenommen hat, so zu schaffen, wie man es schaffen will. Genau, also ich formuliere es jetzt ganz leicht, wenn quasi der Wifi, 14, wie viele 8000er waren das, was der Reinhold Messner ohne Sauerstoff war? 14, wenn er quasi 13,5 geschafft hätte und auf dem letzten Meter des 14. noch einen Schnaufer Sauerstoff genommen hätte, wäre er gescheitert. Genau. So, darum geht es. Er wäre trotzdem oben gewesen, aber nicht nach seinen eigenen Regeln. Genau, er hätte eine unglaubliche Leistung geschafft, aber genau, wäre letztendlich gescheitert, weil er einfach sich selber so eingeschränkt hat. Genau. Genau. Und es wird 20 Jahre dauern, bis die Huber-Burm dann tatsächlich genau diese Route, genau so, wie es Güllich und Kurt, Albert vorhatten, dann vollenden werden. Aber ich finde es ja fast interessant, dass sie trotzdem diese Werkzeuge dabei hatten, ne? Ähm, naja gut, vieles brauchst du eh. Also viel von dem Sicherungskram, weil du musst ja diese Route oft erst mal anlegen. Also du musst irgendwie einmal diese Wand durchsteigen und diese ganzen Haken da hinmachen und dazu brauchst du schon ganz viel Werkzeug, ganz viel Material, kannst du auch mit der Leiter hoch und dann fängst du an, das Stück für Stück quasi frei zu klettern. Also in der Regel bist du schon mal oben am Gipfel vorher, weil du einfach diese Route einrichtest und dann fängst du an, die über Tage und Wochen hinweg nach und nach zu befreien. Ja, ja. So ist das Vorgehen. So, als nächstes geht es nach China und jetzt ist so die Zeit, wo langsam die Sportfotografie auch so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Ja, sie haben jetzt erst mal so richtig einen Fotografen dabei, der mit Wolfgang und Kurt und Ingrid nach China fährt, wo sie dann auch viele Felsen, viele Boulder aufmachen, wo sie sehr, sehr viele aufgeschlossene Chinesen finden, die sich beömmen, weil die Touristen sehr lustig angezogen sind, aber die dann auch sehr beeindruckt sind, was sie da an den Felsen und an den Bouldern machen. So, sie klettern auch an der chinesischen Mauer irgendwie und an den Wänden unterhalb der Mauer und da gibt es natürlich viele, viele Schaulustige. Und also das mit der Fotografie ist ein wichtiges Thema, weil also bisher war, war Bergsport oder Berge, war, war eigentlich der Berg an sich das Fotomotiv in der Riege. Auch auf Bildbänden, sonst wo, hat man immer die Berge angeguckt und die Berge sind jetzt eigentlich nur noch Hintergrund. So, sie sind jetzt Schmuckmaterial und man fokussiert sich ganz stark auf den Menschen in den Bergen und die Bergsteiger. Und es kommt so eine ganze Riege an jungen Kletterern, die jetzt mit Kameras und Zeug irgendwie an Seilen in den Wänden hängen und sich gegenseitig fotografieren und dann halt festhalten, wie so jemand wie Kurt und Wolfgang Verbissen auch den Kampf Wand gegen Wand führen. Und das bedeutet auch nochmal so einen enormen Auftrieb für diesen ganzen Sport, ja, weil es gibt Klettermagazine, der Nachwuchs ist heiß auf das Thema. Sie bringen teilweise aus diesem, aus ihrer WG heraus sogar ein Klettermagazin mit Namen Boulder heraus. Irgendwie eher wie so ein Zin. Wie so ein Zin? Ja. Wie diese selbstgemachten Subkulturmagazine, die halt einfach auf den Fotografierer und zusammen Tackern bestanden sind. Nee, das ist schon ein richtiges Magazin. Ich glaube, es gibt vier Ausgaben oder so. Ich habe euch gerade das Titelbild der ersten Ausgabe geschickt. Das ist Kurt in quasi einer klassischen fränkischen Route. Und das ist auch nochmal sowas, wo die fränkische auch nochmal halt besonders gut wegkommt und in große Aufmerksamkeit findet. Und was eigentlich das Witzige ist, also das Magazin an sich ist nicht der Rede wert, aber es gibt ein Bild, das im Rahmen dieses Magazins geschossen wird, das wirklich auch durch die Kletterwelt komplett geht und das auch sehr, sehr viele international schon mal gesehen haben. Das schicke ich euch jetzt noch. Das ist Kurt Albert, wie er in einer halbwegs moderatschweren Route an einer Hand in Lederhosen hängt, mit Sonnenbrille und einem Hut auf, oben ohne und in der anderen Hand einen Bierkrug halten. Ungesichert. Einen gefüllten Bierkrug, muss man dazu sagen. Genau. Also das ist auch ein völlig absurdes Spaßbild, weil das ist ein völlig unnötiges, absurdes Risiko, sich in so eine Route, also sie mussten ihn tatsächlich abseilen darunter und ihn dann in so einem Eimer den Marskrug runterlassen, damit sie irgendwie so ein beknacktes Spaßbild schießen können. Also vollkommen absurd. Aber eins der bekanntesten Kletterfotos, die es wahrscheinlich gibt. Ah ja. Und genau, das ist wichtig. Also so bekommt auch wirklich Frankenjura nochmal international eine ganz, ganz neue Aufmerksamkeit und es kommen dann wieder die damaligen Spitzenkletterer nach Franken, mieten sich teilweise bei Wolfgang und Kurt im Hotel ein. Jetzt nicht mehr kostenlos? Ja, ist schon kostenlos, aber also zur Untermiete quasi. Sie lassen sich da monatelang mitunter. Also Jerry Moffat wohnt da, glaube ich, für mehrere Monate. Das ist so ein englischer Spitzenkletterer und die ziehen dann hier durch und knipsen wirklich Route für Route ab und pushen den Schwierigkeitsgrad nochmal. Sie fahren auch nochmal ins Yosemite, wo sie dann auch nochmal irgendwie den Kapitan auf eine besondere Art bezwingen wollen, wo sie dann scheitern. Und das ist mit dem Kapitan, also das ist tatsächlich diese Nose, diese geschichtenberechtige Route. Was ich vorhin erzählt habe, diese ganz, ganz krasse. Genau, und das ist eine der wenigen Routen, die mir bekannt sind, die tatsächlich von einer Frau erst begangen wurde. Oh, okay, das ist ja interessant. Die erste erfolgreiche Begehung war von Lynn Hill. Cool. Und kurz vorher sind Wolfgang und Kurt eben gescheitert und Lynn Hill kommt dann eben runter und sagt noch süffisant zu ihnen, it goes boys. So, das wird auch so was. Oh, yes. So lässt sich ihm weggehen. Genau, wie so ein geflügeltes Wort in der Kletterszene dann so. Kann ich jetzt noch nicht, aber zumindest in der Zeit scheint es so gewesen zu sein. Und also, dass eine Frau eine Route erst begeht in so einer Schwierigkeit, das finde ich, das kann man gar nicht oft genug betonen. Das ist wirklich eine Seltenheit in der sehr von Männern dominierten Sportart bis dahin. Jerry wird später dann in England die erste Kletterhalle eröffnen und er wird auch zehn Jahre nach dem Tod von Kurt noch im Geiste seinem Kletterbruder zuprosten, wenn man immer er ein Weißbier trinkt. So, das ist auch noch so eine überlieferte Anekdote. Es gibt jetzt noch wahnsinnig viele weitere coole Geschichten und ich will es jetzt auch gar nicht alles in die Länge ziehen. Es gibt aber schon noch so ein, zwei Sachen, die ich noch kurz ansprechen will. So, Kurt verdient viel nebenher als Führer, als Lehrer, als Vortragsredner. Er ist ein Showkasper, er kann wahnsinnig witzige Klettervorträge halten. Er ist ein Scherzbold, wenn auch ein Tiefgründiger und es kann schon mal vorkommen, dass er irgendwo in einem Basislager, irgendwo auf der Welt eine Expeditionspause macht und sich wirklich mit mathematischen Paradoxons auseinandersetzt oder mal eben die 84 Möglichkeiten, das Haus des Nikolaus zu zeichnen, in sein Buchsgrippet oder so. Also er ist genau diese Art von Akribie, die ihm dann auch hilft bei der Planung von solchen Ja, ja auch. Also er ist fokussiert, wenn es um was geht, wenn ihn was nicht interessiert, ist es ihm schlicht einfach egal. Tiefschichtig, aber doch schlicht, chaotisch, aber doch fokussiert, charismatisch und doch unauffällig und auch, es ist ein echter Spaßbold. Er klebt schon mal ein Fünfmarkstück auf den Boden und zieht dann aus dem Versteck zu, wie jemand versucht, es aufzuheben. Oder er stoppt sich in der Disco Semmelkügelchen in die Ohren, die später von der Ärztin wieder entfernt werden müssen. Semmel, was? Naja, weil die Musik so laut ist, stopft er sich irgendwie Stücke von seiner Semmel in die Ohren und dann versucht er... Aber so tief, dass er es selber nicht mehr rauskriegt. Ja, er kriegt es nicht mehr raus und versucht es dann in der Badewanne aufzulösen, was aber den gegenteiligen Effekt hat. Und dann am Ende muss er ins Krankenhaus und es entfernen lassen. Oh Mann, was zum... Und er bohrt einfach mal Löcher in den Unterboden von seinem Auto, weil es oben nicht dicht ist und reinregnet, dass das Wasser wieder ablaufen kann. Oder er wettet mal fünf Dollar mit einem Fremden, dass er dem ein Bier in die Hose schütten kann, ohne dass die nass wird. Ja, der Klassiker. Der Klassiker. Das kenne ich nicht. Wie geht das? Naja, du schützt ihn einfach rein und gibst ihm fünf Dollar. Es hätte jetzt viel besseren Effekt, wenn wir es mit ihr hätten machen können, aber ja. Aber quasi, er verliert die Wette und absichtlich. Genau, der Gag ist es keine Wette, die man gewinnen will. Ah, okay, alles klar. Das ist ja gemein. Stimmt. Noch nie irgendwo gesehen, dass das ihn jetzt mal wirklich macht. Ja, da wäre ich aber auch, da wäre ich auch ein bisschen sauer. Ja, aber er hat so eine charmante Art, dass er dann wirklich auch deeskalieren kann. Also, dass ihm dann keiner aufs Maul haut, deswegen. Also, der hat schon wirklich so eine ganz besondere Art. Er reist auch mal mit dem Kletterseil um den Bauch im Flieger, weil er dadurch irgendwie 18 Mark an Gepäckgebühren sparen kann. Auf der anderen Seite kauft er in Südamerika aber 40 Flaschen Whisky und 100 Tafeln Schokolade für vier Wochen Expedition mit seinen Freunden. Für Ressertin. Ja, das ist so die Art von Dinge, die ihm so passiert, die er so macht, die ihn ausmachen und diese Mischung ist irgendwie einzigartig. Er reist nach Südafrika, Venezuela, Indien, Mittelfranken, China, Nordamerika, Pakistan, Grönland und immer wieder Patagonien. Ja, vor allem, dass du jetzt nochmal Mittelfranken erwähnst, das klingt ja total exotisch in der Aufzählung. Stimmt, zwischendurch muss er auch mal wieder zurück. So, ich habe jetzt mal noch ein Bild, wie er dann so in der Zeit gerade aussieht, wo er in Patagonien hockt. Es gibt noch einen Hardcore-Trip durch Kanada, den ich kurz noch ansprechen muss, also wo sie mit Paddelbooten wirklich durch die Wildnis Kanadas zu einem Felsensystem fahren, wo sich andere nur per Heli einfliegen lassen. Und das ist wirklich, also sie unterschätzen das einmal komplett, dieses Vorhaben überhaupt zu paddeln. Also sie üben zwar ganz viel auf der Wiesent, wo sie dann auch, sie geraten dann mal so mit Anglern aneinander und Kurt macht dann, also die Angler beschweren sich, dass der halt vor ihrer Nase rumpaddelt und er macht dann so eine halbe Eskimo-Rolle. Er bleibt relativ lange unter Wasser und kommt dann mit einer Forelle zwischen den Zähnen wieder hoch. The fuck? Und die Angler sind so baff, dass sie überhaupt nicht bemerken, dass es ein gefrorener Fisch ist, den er vorher in seiner Schwimmweste hatte. Das ist so ein typischer Spaß-Vogel-Joke, den du vorhin erwähnt hast. Okay, alles klar. Und ich meine, das Sifteam, jetzt in Kanada wenig, aber sie üben wirklich auch das Paddel, aber sie unterschätzen das trotzdem komplett. Es ist wirklich eine Knochen-Tour und unter Stress hat er dann auch manchmal so eine Rechts-Links-Schwäche, was beim Paddeln auch echt noch ein Problem werden kann. Und ich habe in dem Buch über ihn dann auch den Vergleich mit Fitzcarraldo gelesen. Das ist gar nicht so unangebracht. Und so nennen sie dann auch tatsächlich am Ende eine ihrer erstbegangenen Routen dort. Fitzcarraldo? Fitzcarraldo. Ah, okay. Und der Trip, warum der wichtig ist, ist, weil es nochmal so einen Wendepunkt in seinem Leben markiert, so einen kleinen zumindest. Er hatte ja Sportkletter- und Bergsteigermäßig schon einiges durch. Und jetzt kommt dieses Expeditionsklettern dazu, aber nicht einfach nur irgendwo hin und dann hoch, nur weil es exotisch und weit weg ist, sondern dieser By-Fair-Means-Gedanke. Also aus eigener Kraft auch wirklich zu dem Ziel hinzukommen. So, das ist was, wofür er sich jetzt so nachhaltig motivieren kann. Und das, obwohl er jetzt schon 41 Jahre alt ist. 1992 verunglückt Wolfgang Güllig auf der Heimreise von einem Vortrag am Steuer seines BMW. Er ist vermutlich eingeschlafen. Kurt ist damals in der USA in der Zeit und obwohl eigentlich wieder geschlossen die Kletterelite nach Obertrubach kommt zur Beerdigung, reist Kurt nicht nach Hause. Also er telefoniert nach Hause, sagt, das hilft ihm jetzt auch nichts mehr, wenn ich da zur Beerdigung komme. Und das ist so ein bisschen, also A ist es so ein bisschen seine Art mit Trauer umzugehen, das nicht zu sehr an sich ranzulassen, sondern lieber einen Spaß zu machen. Aber es könnte auch sein, dass die beiden sich gar nicht so nahe standen, wie man es meinen möchte. Und man erkennt den Unterschied eigentlich an einer Person. Also sie haben sich kurz vor Wolfgangs Tod noch mit Stefan Glovac angefreundet. Der ist auch relativ bekannt in der Kletterszene und der ist so repräsentativ für die neue Riege Sportkletterer. Also die Jungen, die jetzt kommen, die sind ambitioniert, professionell, die wollen Wettkampf klettern. Die sind absolut keine Lotter Dirtbags. Also die sind wirklich, ja, so ist der moderne Sportkletterer. Der weiß, wo er hin will. Der hat Wettkampf vor Augen. Wolfgang, da ist noch dieses ganze Leben drumherum für nie ganz anders. Und für Kurt ist das vollkommen okay, weil er ist da komplett offen und tolerant. Wolfgang sieht dadurch aber so seine Art oder seine Definition von lässigem Kletterer bedroht. Ja, also er fühlt sich so ein bisschen dadurch bedrängt. Und das ist jetzt witzigerweise wieder so ein Kampf alt gegen Jung. Aber diesmal stehen sie auf der anderen Seite. Klar. Du, ich kann mir auch vorstellen, dass sowas bei fast jeder Sportart immer wieder kommt, bei dem sich Dinge erneuern. Denn auch sowas wie, also ich weiß jetzt nicht, ob das beim Surfen so ist, aber da könnte ich es mir auch total vorstellen, dass Surfen am Anfang so ein Hängersport war und dann einfach irgendwann so die Leute, die das dann auf einer professionellen neuen Ebene machen, total diesem, ich sag jetzt mal Hänger und irgendwie Community-Gedanken, der nicht entsprochen haben, aber irgendwie auf ganz neue Arten sich den Sport erschlossen haben. Vielleicht sogar auch Skateboarden, könnte ich mir auch vorstellen, dass da jetzt auch neue, eine neue Ära mit Wettkampfboardern gibt, die ganz anders an das Thema rangeht. Aber das hat, das ist ja auch nichts, was auf Sport sich reduziert. Nee, gar nicht so. Musik so, das ist ja mit allem sowas. History repeating, würde ich sagen. Nach Wolfgangs Tod ist Kurt viel mit Stefan, also dem ich gerade hier angeführt habe, und einen Typ namens Holger Heuber unterwegs. Und Stefan kehrt dann auch irgendwann dem Wettkampfklettern den Rücken und sucht dann, wie Kurt auch, Befriedigung in so abgefahrenen Expeditionen. Und die drei sind dann zusammen viel unterwegs, wobei Kurt immer so der erfahrene Kletter-Wand-Experte ist, der Holger sich dann immer um den Byfair-Means-Weg dahin kümmert. Und Stefan, der ist, der die Expedition vermarktet und die Kohle ranschafft. Und die fahren jetzt auch nochmal nach Grönland, nach Kanada, Baffin Island, also wirklich die unbewohntesten und wildesten und wahrscheinlich auch schönsten Ecken der Welt. Sie trotzen Flüssen und Meer in dem Wetter. Es gibt echt einige Anekdoten mit hungrigen Eisbären, die auch hart an der Grenze sind, wo sie immer mit so einer Mischung aus kindlicher Naivität viel Glück und wahnsinnig viel Abenteuerlust halt rangehen. Und was man sich manchmal auch bewusst machen muss, so alles, also diese ganzen unmenschlichen Qualen einfach nur für ein paar schöne, neue, unberührte Klettermeter. Das ist so, das ist so schon irgendwie ziemlich, ziemlich abgefahren eigentlich. Halt Menschen, die sich einfach dem verschrieben haben mit ihrem ganzen Leben, so. Ja. Und wenn du, wenn du, ja, wenn du runterbrichst, worum es eigentlich geht, es geht nur darum, irgendwo mal hochzukommen, wo vorher noch keiner hochgekommen ist, so. Das ist schon ziemlich abgefahren. Kurt, mittlerweile wohnt er in Streitberg, ganz, ganz nahe bei Kumpel Holger, wo sie dann auch oft paddeln oder Inland bladen oder eben auch in Forchheim in der Kletterhalle zum Klettern gehen. Mittlerweile ist Kurt auch bekannt wie ein bunter Hund, weil er halt auch wahnsinnig auffällig und unkonventionell ist. In der Kletterhalle schmeißt er schon mal seine Tasche mit allen Kletter-Undensilien aus dem ersten Stock ins Erdgeschoss der Kletterhalle. Oder er sichert seinen Kumpel nicht vom Wandfuß, wo man normalerweise steht zum Sichern, sondern einmal sei quer durch die Halle gespannt vom anderen Ende der Halle aus, weil er dann nicht so steil nach oben gucken muss. So, und um seinen Kumpel abzulassen, normalerweise, wie gesagt, steht man am Wandfuß und öffnet dann so die Sicherung, dass man den ganz dosiert langsam runterkommen lässt. Aber er lässt die Sicherung einfach zu und lässt sich am Hosenboden quer durch die Halle ziehen, um den anderen abzulassen. Also, ja, er wird dann auch vom Hallenbetreiber auf seine Vorbildfunktion angesprochen, weil er doch bekannt ist. Und er kommt einfach am nächsten Tag dann mit einem T-Shirt, auf dem steht, ich bin kein Vorbild. Okay. Immerhin. Finde ich auch schön. Immerhin. Immerhin. Wie so ein Rockstar. Das finde ich übrigens auch einen schönen T-Shirt-Spruch für uns. Ich bin kein Vorbild. Ja. Geschichtlich nicht. Ja, vor allem geschichtlich nicht. Erst recht geschichtlich nicht. 1997 zieht Kurt in ein Zimmer im Haus seines Bruders, der mittlerweile erfolgreich Blechspielzeug verkauft. Und ich meine, die beiden streiten öfter mal, aber ich meine, es sind Brüder, die vertragen sich auch immer wieder. Und obwohl es längst nicht an die Zustände im Hotel Frankenjura ranreicht, hat Kurt auch da immer noch oft Übernachtungsgäste. Er hat längst seinen Kletter-Tenit überschritten. Er interessiert sich jetzt nicht mehr für harte Neutouren. Das hat nicht mehr den Reiz. Er macht eher so entspannte Ausflüge mit seinen Kumpels jetzt durch die Fränkische oder auch mal alleine. Manchmal klettert er auch mit seiner Steigklemme Susi so ganz alleine. Also am Seil gesichert zwar, aber eben alleine in so einer Klettertour. What? Und wenn ich sage entspannt klettern, sind das wahrscheinlich immer noch Schwierigkeiten, wo ich meinen Lebtag nicht hinkommen werde. Er reist immer noch viel, aber nicht mehr so verbissen. Er fängt auch nochmal an mit Klavierspielen. Das hat er irgendwie früher schon mal gemacht. Das entdeckt er wieder für sich. Aber an vielen Tagen befällt ihn so eine untypische Antriebslosigkeit. Und über die machen sich viele um ihn herum so ein bisschen Sorgen, weil das sieht ihm so gar nicht ähnlich. Er leidet auch, was keiner weiß eigentlich, außer seinem Bruder, glaube ich, unter Migräne. Und eigentlich immer, wenn ihn jemand fragt, wie es ihm geht, sagt er eigentlich immer, das gute alte Fränkische passt schon. Zwischen 97 und 2000 schreibt er sich nochmal an der Uni für Spanisch ein. Und er hält dann in den Folgejahren auch viele Vorträge in Spanien, wo er auch sehr bekannt und beliebt ist und lernt dort auch eine 20 Jahre... Aber auf Spanisch tatsächlich. Auf Spanisch. Das schafft er dann, dass er da quasi in der kürzester Zeit so gut Spanisch lernt, dass er da vorträgt. Ja, also ich meine, er war natürlich vorher auch schon viel unterwegs und hat in Zeiten, wo er halt, ich meine, in so einer Expedition verbringt man auch viel Zeit bei schlechtem Wetter, dann irgendwo in einem Zelt. Da hat er schon auch mal sich dann für sowas interessiert. Also da hat er auch mal Vokabeln gelernt, aber ja. Ja, wobei, aber jetzt mal anders gesagt, du kannst doch echt einen megageilen Vortrag halten, weil du musst ja eigentlich nur das lernen, was du anderen Leuten erzählst. Wie sehr du dann, wie flüssig Konversationen betreiben kannst, ist ja nochmal was anderes. Auch nochmal was anderes, aber er ist schon, glaube ich, ganz fit, was Spanisch angeht. Ja, bestimmt. Er bundelt dann auch mit einer 20 Jahre jüngeren Spanierin an, die auch sehr gut klettert. Das war der Grund, okay. Aber diesen ganzen, nee, das kam ja erst danach eigentlich. Ach so. Also die ist auch sehr, sehr klettermäßig sehr, sehr weit vorne unterwegs, aber sie macht sich auch diesem ganzen Personending um das Klettern nix und deshalb kennt sie ihn auch nicht. So, und verliebt sich aber trotzdem oder vielleicht gerade deswegen, weiß ich nicht so genau. Und die führen aber auch so eine schräge, halboffene Beziehung. Da kommt dann noch so eine Amerikanerin mit rein. Und also bei Frauengeschichten, muss ich sagen, weiß man nicht so wahnsinnig viel über ihn, weil er da sehr verschlossen ist und da nicht viel seinen Freunden auch nicht erzählt hat. Also man weiß jetzt nicht, wie lange er mit wem, wann, wie, wo genau zusammen war. 2004 zieht er dann bei seinem Bruder aus nach Gasseldorf. Das weiß ich jetzt nicht, wo das ist, aber sicherlich auch irgendwo in der Fränkischen. Hat eine Wohnung dann mit Dachboden und Platz für eine eigene Boulderwand. Und im selben Jahr diagnostiziert ihm die Klinik Bamberg dann einen Bandscheibenvorfall zwischen dem 11. und 12. Brustwirbel. Ja, kommt dann eine OP, die macht es zwar besser, aber das sind Schmerzen, die ihn dann auch nie mehr so richtig loslassen werden. Gasseldorf ist bei Ibermannstadt. Ja, das ergibt Sinn. Wie früher auch, also selbst auch angesichts von so einem medizinischen Vorfall, lässt er sich eigentlich nicht aus der Ruhe bringen. Er macht sich insgesamt wenig Sorgen um sich oder um sein Leben oder um seine Zukunft. Er hat seinen Bruder so ein bisschen als Altersvorsorge. So gesundes Essen hat ihn eh noch nie interessiert. Post bleibt monatelang ungeöffnet. Ein Zeitgenosse sagt man über ihn, dass Kurt ein Virtuose der Alltagsuntauglichkeit sei. Was für ein schöner Ausdruck. Also schlimm, dass es so ist, aber... Es ist schön verpackt. Sehr poetisch, ja. Wenn mal einer sagt, du bist ein faules Sau und es ist so schön verpackt, dann kann ich dem eigentlich auch was abgewinnen. In einem Interview antwortet Kurt mal auf die Frage, ob er nicht das Gefühl hat, dass das Leben an ihm vorbeizieht, während er irgendwie durch die Welt tingelt, sagt er, ja, für mich ist das das Leben. Ich kann mir kein intensiveres Leben vorstellen. Die Frage ist sinnlos. Und das ist so, das fasst es ganz gut zusammen, ja. Im September 2008 erhält er den The Kind Albert Mountain Award für seine Abenteuer, so grundsätzlich, ja, vor allem für seinen By-Fair-Means-Gedanken. Und 2010 feiert er noch seinen 56. Geburtstag auf den Kanaren und macht im März dann nochmal ein Kletterprojekt in Venezuela auf, wo er auch wieder mit Stefan und noch anderen hinfährt. Und sie müssen dann dort in diesem Jahr vor dem Berg kapitulieren und lassen aber dann ihre Ausrüstung dort, um später im Jahr wiederzukommen und das Projekt zu verenden. Über dieses Projekt gibt es einen fantastischen Film, deswegen spreche ich es jetzt hier nochmal an, Jäger des Augenblicks. Den kann man wirklich gut gucken. Also das ist einer, wenn ihr so mit Klettern nicht viel am Hut habt, aber so ein bisschen Expeditionen und Abenteuer mögt. Also es gibt einen sehr guten Einblick in so, wie die Leute da ticken, warum die sowas machen und was das für Strapazen sind, die die dafür auf sich nehmen. Kann ich wärmstens empfehlen. Am 26. September fährt Kurt in die Herzbrücker Schweiz. Er hat wenig geschlafen, weil er vorher in Südfrankreich war, einen Kletterkurs gehalten hat und dann direkt nach Hamburg gefahren ist, wo er einen Globeschrotter eingeweiht hat und dann aus Hamburg direkt nach Hause. Also sehr wenig Schlaf, sehr viel Koffein und so bricht er jetzt auf Richtung Höhenglücksteig, was ja sein Heimatklettersteig ist, wo er für den Norbert einspringt und eine Tour führen soll, weil der verletzt ist. Und ich meine, da war da schon... Das sieht nicht gut aus. Da war da schon, ich meine, ja, ist ja klar, dass wir irgendwann zu einem Ende kommen müssen. Aber er war als 14-Jähriger... Und dann passiert einfach gar nichts. Und das ist vorbei. Er war als 14-Jähriger da schon unterwegs. Er kennt sich da super aus. Und die Schwierigkeit DE sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts, Klettersteig, Schwierigkeit, das ist ordentlich. Ja, das geht, glaube ich, nur bis F oder so. Also das ist ordentlich, aber für ihn ist es ein lässiger Sonntagsspaziergang. So, das ist keine Herausforderung. Bis zu diesem verhängnisvollen Tag. Er hat 17 Leute in seiner... Also die Gruppe besteht aus 17 Leuten und drei Führern. Die teilen sich dann so ein bisschen auf. Und Kurt steigt dann als erster los. Wart ihr da schon mal? Kennt ihr den Höhenglücksteig? Nein. Auch sehr schön. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ist aber wirklich vielleicht... Naja, es gibt so einen Anfängerkindersteig daneben, wo man mal ein bisschen üben kann. Aber der Höhenglücksteig ist schon auch eine Herausforderung. Man kann ganz schwierige Stellen zwar umgehen, aber es ist insgesamt... Ja, ich meine, in der Fränkischen gibt es nicht so viele Klettersteige. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Klettersteig, den man durchaus mal machen kann. Ich habe ihn auch noch nie ganz gemacht. Ich würde ihn gerne mal noch ganz machen. Und am Anfang muss man eben durch so einen Einstiegskamin, und der ist schon ziemlich glatt gegriffelt, weil da schon sehr, sehr viele Leute durch sind. Und sie klettern dann da los, seine Gruppe, und stoßen dann um Mittag rum am scharfen Eck, heißt es. Da stoßen sie dann auf eine andere Gruppe und müssen warten. Und Kurt hat, anders als die anderen Klettersteiggänger, eben kein Klettersteig-Set, so wie ich es euch vorhin erklärt habe, wo man normalerweise hat man zwei Karabiner, so dass man immer, wenn man den umsetzen muss, hat man immer einen noch in der Sicherung. Also man kann quasi einen rausnehmen, woanders einhängen, und ist aber trotzdem, der war dann dem anderen gesichert. Und dann holt man den anderen nach. So, das ist ein Klettersteig-Set. Er hat einfach nur eine Bandschlinge, also so einen Schlauch aus Stoff quasi, so ein vernähte Stoffschlauch, und vorne einen Karabiner dran, was auch dich an der Wand hält. Ja, das hast du am Klettergurt und kannst dich damit irgendwo festhängen. Aber es hat eben keinen Falldämpfer. Also da hast du dann zum Beispiel, wenn du da reinstürzt und mehrere Meter an dem Dartseil entlang rutscht, bevor du gebremst wirst, hast du da einen sehr, sehr harten Fall und kannst dir halt sehr, sehr viel verrechnen. Sehr, sehr weht. Also er hat lediglich so eine Bandschlinge an seinem Klettergurt mit dem Schraubkarabiner vorne und Helm trägt er natürlich auch nicht. Wieso auch? Und er macht dann quasi, er setzt sich zur Pause in diese Schlinge. Also dafür ist so eine Schlinge gut, um eben sich auszuruhen. Das kann man wiederum mit einem Bandfalldämpfer nicht machen, weil der dann irgendwann auslöst und dann fällst du runter und kommst gar nicht mehr oben an deine Karabine, sondern dafür hast du dann eigentlich so eine feste Schlinge eher. Und da setzt er sich rein, also belastet die und versucht dann aus seinem Rucksack den Fotoapparat rauszuholen. Und niemand hat ihn jetzt so ganz genau beobachtet, also wissen wir heute nicht ganz genau, was dann passiert ist. Aber wahrscheinlich entlastet er den Karabiner kurz, wobei sich dann die Schlinge so ein bisschen ungünstig über den Schnapper legt. Und weil der nicht zugeschraubt ist, als sich Kurt dann wieder in die Sicherung setzt und wieder belastet, drückt diese Bandschlinge wahrscheinlich den Karabiner auf und rutscht so raus. Ja. Er soll noch Scheiße gerufen haben. Er fällt dann neun oder zehn Meter auf einen bewachsenen Felsvorsprung und dann nochmal acht, neun Meter bis runter auf einen Feldweg. Es ist ein Mediziner in einer der Gruppen. Also er wird dann da unten erst versorgt. Er ist ziemlich schwer verletzt. Er wird sofort mit dem Heli ins Uniklinikum gebracht. Die Ärzte machen aber den Angehörigen keine große Hoffnung. Kurt ist Hirntod und er stirbt zwei Tage später, als am 28. September 2010 um 20.45 Uhr die lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt werden. Er ist 56 Jahre alt. Hier geht Kurt ohne Helm und ohne Gurt. Die Kletterwelt verliert einen ihrer ihrer ganz, ganz großen. Das ist aber nicht wirklich auf den bezogen, oder? Das ist der Song. Nein, nein. Wow. Nein, wow. Das hätte ich ganz schön makaber gefunden. Ich glaube, das Lied gab es vorher schon. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, das Lied gab es vorher schon. Ich glaube, hier kommt Kurt, nicht hier geht Kurt. Was weiß ich. Die Beerdigung findet Tage später in Streitberg statt und einmal mehr ist die internationale Kletterwelt zu Gast in Mittelfranken. An seinem Hausfelsen in Streitberg hängen sie ein großes Plakat mit seinem Konterfei auf. Und ja, das Venezuela-Abenteuer, das ich gerade noch mal so angerissen habe, das wird dann im Folgejahr im Gedenken an ihn noch von seinen Bergkameraden vollendet. Schaut euch den Film an, der ist wirklich sehenswert. Also das Ausmaß der Bekanntheit war dir aber noch nicht bewusst. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du kanntest all diese Protagonisten, aber auch dir ist erst klar geworden, wie global wichtig jetzt quasi diese Szene und diese Personen aus Ranken für die Kletterwelt waren. Wie groß sein Einfluss auf diese ganze Entwicklung war, das war mir in dem Ausmaß nicht klar. Ja, also ich kannte fast alle Namen, die ich euch heute hier irgendwo aufgezählt habe. Nicht alle, es gab so ein paar Kumpels von ihm, die ich vorher noch nicht gehört habe. Aber alle wesentlichen Kletterer, die ich euch heute genannt habe, die kannte ich vorher. Okay, aber du freust dich quasi jetzt schon drauf, wenn die Folge fertig ist, um es in deiner Szene zusätzlich zu droppen. Weiß ich gar nicht. Die werden mich wahrscheinlich alle korrigieren dann. Ich muss es dann leider auf den Autor von dem Buch schieben. Nein. Ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Buch. Das war teuer. Das hat irgendwie, glaube ich, 30 Euro gekostet. Aber wie ihr gesehen habt, viele coole Bilder drin. Und das ist sehr, sehr gründlich recherchiert. Der Autor ist selber auch begeisterter Bergsportler. Das merkt man auch an vielen Stellen. Ich glaube, anders kannst du so ein Buch auch nicht schreiben. Ja, ich meine, der hat ihn persönlich auch gekannt. Und er hat sehr, sehr viele Leute befragt und sehr, sehr viele Sachen ausgewertet halt im Nachgang, um das alles zusammenzutragen. Also das ist schon Hut ab, Hut ab vor der Rechercheleistung. Da ist das, was ich gemacht habe, ist, ich möchte jetzt nicht sagen abschreiben, aber die Vorarbeit hat auf jeden Fall jemand anderes geleistet. Ich lasse euch noch Links dazu. Es gibt so Listen mit wichtigen Daten und Klettererfolgen dann irgendwie auch im Internet. Das lasse ich euch immer noch da. Und ansonsten kann ich nur noch sagen, auch wenn er schon gestorben ist, so inspiriert er mich vor allem noch heute. Ich weiß nicht, was mit euch steht. Ja, vor allem, also ich fand es jetzt sehr hochinteressant, dass der, also, dass wir nicht von der Person aus Nürnberg weggegangen sind. Ich habe jetzt erst gedacht, du machst ein Einstieg mit jemandem aus der Region, aber nein. Wie lustig, dass jemand hier einfach aus dem Eck tatsächlich einfach so ein Steinwurf von mir entfernt groß geworden ist und irgendwie diese Sache so geprägt hat, international. Ja, also ich fand's, ich weiß jetzt nicht, ob ich euch damit mitunter gelangweilt habe. Ich habe diese Gefahr schon gesehen. Ich habe es tatsächlich, hat sich der Matze das Thema gewünscht, mein Kletterpartner. Ah, okay. Das ist dein Kletter-Buddy. Ja, das wollte ich am Anfang natürlich jetzt nicht dazu sagen. Also, danke an Matze. Hoffentlich bist du diesmal nicht eingeschlafen. Es war aber schon so, dass ich jetzt da hauptsächlich voll Bock drauf hatte. Das hat man wahrscheinlich jetzt auch unterwegs ziemlich gemerkt, dass ich mich für dieses Thema doch ein Stück weit begeistern kann. Vielleicht mehr noch als für Golf. Also, auf jeden Fall zutiefst beeindruckend. dass man das so vor der Tür hat. Das ist so ein typischer Fall von, man hat halt keine Ahnung. Weil ich meine, also, das ist ja vielleicht auch das, wo du sagst, du hast das Gefühl, dass du uns zwischenzeitlich vielleicht verloren hast. Es ist schon so, dass man halt irgendwie, wenn man noch, man kann noch viel mehr aus diesem rausholen, wenn man in der Szene drin ist. Du, ich habe vieles, vieles, vieles weggestrichen. Ich meine, das ist auch immer nicht ganz einfach, dann da den richtigen Grad zu finden. Aber ich habe jetzt mich hoffentlich nur auf diese Dinge beschränkt, die halt wirklich sehr beeinflussend für ihn und das weitere Leben oder eben für die Kletterwelt waren. Und das war halt leider viel. Das muss man einfach mal sagen. Der hat einfach wahnsinnig, der hatte wahnsinnigen Einfluss auf modernes Sportklettern. Keine Ahnung, wie das ohne Kurt Albert aussehen würde. Ja, Wahnsinn. Ja, muchas gracias. Ja, aber dann würde ich noch sagen, das letzte Wort überlassen wir unseren Hörenden. Denn die können ja dann mal uns schreiben, entweder auf Twitter oder auf das-a.ch, wie sie die Folge fanden und ob das Thema, dieses sportliche Thema sich auch so begeistert hat für unseren Jürgen. Ja, das nächste Mal kommt was mit Nichtsport. Versprochen. Nichtsport. Ich frage mich, was ist für euch Nichtsport? Auf der Couch liegen und Chips essen. Ihr habt das erfunden. Fußball gucken zum Beispiel ist für mich Nichtsport. Ja, tatsächlich. In einer ähnlichen Richtung. Ich finde es immer schön, wenn jemand quasi sein Leben etwas gewidmet hat. Ich kann mir vorstellen, dass er gar nicht so sauer ist, wenn er jetzt auf seiner Wolke auf uns runter guckt und sich irgendwie denkt so, dass er halt jetzt einmal sich nicht gescheit gesichert hat. Weil ich glaube, jemand, der sein Leben einer Sache so widmet, was wir ja schon zwischendurch gesagt haben. Bin wir mal gar nicht. Ich hoffe bloß, er lehnt sich auf so einer Wolke nicht zu weit. Nach vorne fliegt runter und schreit dann nochmal Scheiße, nicht schon wieder. Das Geile ist halt, wie oft ich Leuten halt schon sage, das ist so die Gefahr bei solchen Sportarten. Die Gefahr ist nicht die Gefahr an sich, sondern die Gefahr ist die Routine. Ja, das hast du mir aber schon ein paar Mal gesagt so. Ja. Das ist wirklich was, das ... Es kommt halt von solchen Geschichten und da sieht man es halt. Ich meine, da ist ein Gedenkkreuz von Gottalbert, da stand ich schon davor an seinem Heimatklettersteig, wo er als 14-jähriger Junge rumgeturnt ist. Und da stürzt er ab, nachdem er, ich weiß nicht, fast von Eisbären gefressen wurde in Grönland, nachdem er fast von Eiskaminen erschlagen wurde, sonst wo. Also, was der alles gerade so überlebt hat, ne, und dann stürzt er zu Hause in der ... Ich meine, das hätte ihm wahrscheinlich gefallen. Die meisten tödlichen Unfälle sind im Haushalt. Ja, sind im Haushalt, ja. Ja, oder halt Autofahren. Und da sind es dann wahrscheinlich auch eher die Pendelstrecken als die krassen, ich sage jetzt mal, Familienfahrten, Ausflüge oder Ähnliches mit dem Auto. Und du, der war mit sich im Reinen, so, der hat seinen ... Ja, das ist wirklich, das ist der inspirierende Teil, wo man sich, glaube ich, auch als Sportler was mitnehmen kann, so, ne. Der hat wirklich einfach sich nichts, nicht reinreden lassen von irgendwem, der hat einfach sein Leben gelebt, wie er Bock hatte. Und er hat noch nicht mal diese ganze Entwicklung irgendwie absichtlich oder mit einem großen Ziese oder irgendwie vorangetrieben, sondern einfach nur, weil er Bock darauf hatte, so, weil er Spaß dran hatte. Ja, aber lustig eigentlich, weil im Vergleich zu Maurice hat er ja nicht die Lust dran gefunden, einfach eine Obrigkeit eins reinzudrücken. Und sich zu beweisen, gar nicht eigentlich. Ja, nur sich selbst gegenüber. Genau. so dem Berg gerecht zu werden und sich selber. Ja. Na dann, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss und tschau, würde ich sagen. Tschüss. Ade. Diesmal passt gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Musik Und das war A, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Um Gottes Willen, ich schaue gerade auf die Laufzeit von dem Ding und denke mir, wir schneideten das nachher alles und die Antwort ist ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dein Mapmarker, ob der richtig sitzt. Ich bräuchte es interaktiv auf einer Karte, weißt du, ganz genau kann ich es dir gar nicht aus dem Kopf sagen. Aber ich glaube, es stimmt nicht ganz. Nicht ganz? Ah, okay, gut. Also ich bin jetzt auch mal bloß ganz fix mal rumgesucht. Wir können auf jeden Fall mal, wenn die ganze Corona-Kacke vorbei ist, dann machen wir mal ein Lesertreffen, ein regionales bei den Orten live vor Ort in der Fränkischen Schweiz. Ja, aber nicht an dem Geheimen. Nein, aber wenn der Jürgen sagt, dass da Mahnmale und dergleichen sind? Naja, an seinem Klettersteig, da kann man auf jeden Fall mal hin. Da war ich dieses Jahr sogar schon. Also da in unmittelbarer, nee, wenn ich meinen Bus habe, dann wohne ich da eine Woche an dem Berg. Der Podcast-Bus. Zu kurz gedenken. Der könnte man da tatsächlich mal aufnehmen. Ohnevis, stell dir einfach mal eine Aufnahme vor mit Location, mit Bezug zur Story. Das wäre mal was, oder? Ja, vor allem, wenn wir drei so Dullis mit Headsets und den mobilen Aufnahmen durch den Wald schlappen. Das wird sicherlich ganz groß. Großartig. Das machen wir. Das machen wir.